Kaiserzeit 1888 bis 1914 Henry Adams, ein amerikanischer Historiker, der sich gern in Europa herumtrieb, berichtete im Jahre 1897 aus Paris, das Zentrum der Weltbewegung liegt meiner Meinung nach nicht in Russland und nicht bei uns, sondern in Deutschland. Seit 1865 war Deutschland das große Störungselement und solange seine expansive Kraft nicht erschöpft ist, gibt es keine Ruhe, weder politisch noch wirtschaftlich. Russland kann sich ausdehnen, ohne die bestehende Ordnung zu sprengen, Deutschland nicht. Russland ist in mancher Hinsicht schwach und verfault, Deutschland ist ungeheuer stark und konzentriert. Es hat im politischen und wirtschaftlichen Kampf alle Vorteile in der Hand. Vier Jahre später, aus Petersburg, Deutschland ist ein Pulverfass, von hier aus gesehen. Alle seine Nachbarn zittern vor seiner Explosion und früher oder später muss es explodieren. Solche Beobachtungen und Voraussagen wurden oft gemacht. Wir könnten mehr von ihnen zitieren. Demnach wäre Deutschland um die Jahrhundertwende eine neue Großmacht gewesen, die auf ihrem Wege im Sturmschritt vorwärts schreiten mußte, aber nicht konnte, ohne früher oder später zu explodieren, und die einen echten, dauerhaften Lebensstil nicht fand. Traf das zu, dann war der Ausbruch des deutschen Weltkrieges nur eine Frage der Zeit, und dann müßte die Geschichte im Zeitalter Wilhelms des Zweiten gesehen werden wie ein Strom, der dem großen Katarakt unaufhaltsam zufloß. So ist sie auch oft gesehen worden. Nichts war von deutschen Schriftstellern, denen daran lag, den Krieg von 1914 als einen vermeidbaren, dummen Zufall oder als eine Verschwörung von Deutschlands Feinden zu verstehen, wohl aber von Kritikern, welche den Ehrgeiz hatten, tiefer zu graben, deutschen sowohl wie nicht-deutschen. Nach ihrer Meinung war alles vorherbestimmt, lag alles Unglück im Wesen des Reiches, so wie es von Bismarck begründet war, und unter dem Kaiser auf seinen schwindelnden Höhepunkt geriet. Noch mehr, war nicht der Zweite Weltkrieg eine Folge des Ersten, ein neues Glied der Unheilskette? Waren nicht die Männer der Kaiserzeit auch noch in den Zwanzigerjahren am Ruder, trotz Republik und Scheindemokratie? Hat dann der Nationalsozialismus nicht die Gedanken und Ziele der Alldeutschen verwirklicht, die schon um 1900 so laut am Werke waren? Muss man nicht also die deutsche Geschichte von Bismarcks Sturz bis zu Hitlers Ende als einen einzigen Block ansehen, in dem eines sich unvermeidlich ans andere fügt und den sogar gewisse Persönlichkeiten, zum Beispiel der alldeutsche Führer Alfred Hugenberg, von Anfang bis zu Ende miterlebt haben? Auch das ist geschehen. Auch aus dem Zeitraum zwischen 1890 und 1945 hat man ein einziges von Deutschland beherrschtes Kapitel der Geschichte gemacht, in welchem alles innerlich stimmt, alles vorauszusehen war. Dergleichen geht nicht ohne grobe Vereinfachungen. Freilich fällt nichts vom Himmel. Es gibt keinen Anfang aus dem Nichts. Und je näher es zur Reife einer Sache kommt, desto deutlicher werden im Rückblick die Formen, in denen sie schon vorgebildet lag. So steht es mit dem Krieg von 1914, so mit dem Nationalsozialismus, so auch mit der Weimarer Republik. Alle drei bereiten sich vor in der Kaiserzeit. Deswegen dürfen wir aber die Kaiserzeit nicht nur als die Epoche beschreiben, in der jene Dinge sich vorbereiteten. Sie war auch an sich selber etwas. Eine Epoche mit ihrem eigenen Stil, ihren eigenen Leistungen. Und manches bereitete sich in ihr vor, was leider nicht zur Reife kam oder abgelenkt wurde. Am Ende hätte manches ganz anders kommen können. Das nachträgliche Prophezeien kann der Historiker nie ganz unterlassen, denn er weiß, wie es ausgegangen ist. Dass er aber jetzt für die Zukunft, die vor ihm selber liegt, so wenig voraussieht, und seine Voraussagen, wenn er einmal eine Macht meist nicht eintreffen, sollte uns auch bei der Betrachtung der Vergangenheit bescheiden stimmen. So ist es gekommen. Allerdings. So hat es kommen müssen. Nein. Das Spätere war schon im Früheren. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Nein. Es gibt sehr wohl Neues in der Geschichte. Und wie es aus dem Alten kommt, in ihm vorgeformt war, und doch, wenn es kommt, seinen ganz eigenen Charakter hat, wie es sich vermischt mit Weltumständen, die niemand voraussehen konnte, mit den Zufällen der Personen, mit den Gewaltleistungen des einzelnen Willens, das eben ist der Gegenstand historischer Darstellung. Der Ausgang Bismarcks Der Kaiser Wilhelm I. starb im März 1888, 91 Jahre alt. Sein Sohn und Nachfolger Friedrich III. war ein wohlmeinender, ernsthaft strebender Mann, ein Feind Bismarcks, welch letzterer diese Antipathie mit der ihm eigenen Stärke erwiderte. Seine politische Bildung war britisch-liberal gefärbt, denn er stand unter dem Einfluss seiner Frau, Tochter der Königin Viktoria, einer weit über fürstlichen Durchschnitt gescheiten Person. Das kronprinzliche Paar hatte sich lange auf seinen hohen Beruf vorbereitet, studiert, Pläne geschmiedet, Manifeste entworfen und auf den Tod des Greises gewartet, der nicht sterben wollte. Bismarck seinerseits hatte der Gefahr des Thronwechsels durch allerlei Sicherungen zu parieren versucht. Diesem Zweck auch dienten die erzwungenen Reichstagswahlen von 1887, die ihm einen so willkommenen Sieg gebracht hatten. All dies erwies sich dann als unnotwendig. Friedrich war, als er in Berlin ankam, ein todkranker Mann, der seine Befehle nicht mehr aussprechen, nur noch auf einem Blatt Papier niederschreiben konnte. Bald kamen gar keine Befehle mehr von seinem Krankenbett. Im Juni starb er, Hoffnungen und Enttäuschungen stumm mit sich nehmend, in den würgenden Tod. Soll man es ein deutsches Schicksal nennen? Es wird gesagt, gar zu viel Gutes hätte auch der Kaiser Friedrich nicht leisten können, erstens nicht, weil er trotz einer gewissen liberalen Zeitgemäßheit seiner Ansichten doch auch ein im Standesdünkel beschränkter Mensch war, zweitens nicht, weil das Verfehlte des preußisch-deutschen Verfassungs- und Gesellschaftsaufbaus von einem Einzelnen, der obendrein die Spitze und der Hauptnutznießer dieses Aufbaus war, nicht zurechtgebogen werden konnte. Die falschen Einrichtungen, nicht die falschen Menschen, seien das Entscheidende gewesen. Das hat Hand und Fuß. Wer aber der Meinung ist, dass der Kaiser Wilhelm II. Kraft seines persönlichen Charakters viel Unfug angerichtet hat, der wird auch gestehen müssen, dass ein festerer und weiserer Charakter in der gleichen Stellung Gutes hätte tun können. Die Demokraten, die Freisinnigen, waren tief betrübt über den Tod Friedrichs. Sie hatten noch einmal ihre Hoffnungen auf den neuen Monarchen gesetzt, wie ihre älteren 1840 und 1862. Die Sozialdemokraten blieben kühl. Allzu viel durfte sie ja ein Thronwechsel nicht angehen, fanden aber würdige, menschliche Worte für den Verstorbenen. Die konservativen Parteien waren froh, dass er fort war. Froh war auch Bismarck, obgleich zu wohl erzogen, es laut zu sagen. Sein Sohn Herbert, neuerdings Staatssekretär im Reichsamt des Äußeren, legte sich weniger Zwang an. Dass das kummervolle Ende des Kaisers so viel wohlige Erleichterung, so viel hässliches Feixen hervorrief, zeigt das Unstimmige der Situation. Bismarck hatte den Staat geeinigt, aber nicht das Volk. Auf dem preußischen Thron und im Präsidium des Reiches folgte nun die dritte Generation auf die erste. Man könnte sagen, das 20. Jahrhundert folgte auf das 18. Denn Wilhelm I., elf Jahre nach dem Tod Friedrichs des Großen geboren, war in der Tat von Männern des 18. Jahrhunderts erzogen worden, im klassizistischen, noch stark französischen und sehr sparsamen Geist. Wilhelm II., der 1941 starb, mag man einen Mann des 20. Jahrhunderts nennen. Übersprungen wurde die treueste Generation des 19. Jahrhunderts, eines unverfälschten Liberalismus. Der Reichskanzler Fürst Bismarck stand zwischen den drei Generationen der Hohenzollern, jünger als Wilhelm I., älter als Friedrich, für Wilhelm II. ein Greis aus sagenhafter Vorzeit. Weil er Ideen nicht ernst nahm, so war er auch einer ideellen Entwicklung eigentlich nicht fähig. Praktiken konnte er ändern. Denken, fühlen, leben tat er, wie er es immer getan hatte. Die beiden Erfahrungen, die seinen politischen Charakter am stärksten geprägt hatten, waren die Revolution von 1848 und der Konflikt von 1862. Jene, gedachte er mit den ihm gemäßen Mitteln niederzuschlagen, wenn sie sich wiederholen sollte, dieser hatte seine Stellung begründet und seine Weise des Machtgebrauchs zu inspirieren nie aufgehört. Er war das Gesetz, nach dem er angetreten. Die Macht gedachte der 73-Jährige auch weiterhin in Händen zu halten. Das war natürlich. Die Macht ist eine Droge, die freiwillig aufzugeben, den wenigsten je gelungen ist. Bismarck war gewiß ein Patriot, der sich um sein Preußen sorgte, allmählich auch um sein eigenstes Werk, das Reich. Aber er konnte sich das Wohl des Reiches nicht vorstellen, ohne sich selber als obersten Machthaber. Mit dieser Gleichsetzung fügte er dem Reich Schaden zu, indem er die Talente, welche allenfalls geeignet gewesen wären, die Last nach ihm zu übernehmen, zurückstieß und unterdrückte. So weit trieb er den Egoismus, dass er ihn gar auf seine Familie übertrug. Der Einzige, den er sich zum Nachfolger erziehen wollte, war der unbegabte Grobian, sein Sohn Herbert. Mit dem neuen Monarchen glaubte er, sich einrichten zu können. Wilhelm II. hatte seine Eltern gehasst, die ihrerseits ihn mit liebloser, scharfer Kritik erfassten. Er hatte mit schlimmer Ungeduld auf den Tod des Vaters gewartet. Er glaubte, ganz von der altpreußischen konservativen Partei zu sein, entgegen der liberalisierenden, englandfreundlichen des Verstorbenen. Er verhimmelte seinen Großvater. Also musste er wohl auch seines Großvaters überlebenden Berater verehren und tat es, insoweit er der Verehrung fähig war. Was folgte, ist oft erzählt worden, bleibt aber immer erzählenswert. Bismarck war nie das gewesen, was man beliebt nennt, weder beim Volke noch bei den Volksvertretern. Beliebt war er selbst im eigensten Kreise nicht. Der alte Herr saß einsam unter seinen Kreaturen, die ihn fürchteten, ohne Sympathie und ohne Treue. Das machten sein Hochmut und die selbstische Gewalt seiner Persönlichkeit. Während des Jahres 1889 hieß es, dass er schnell alterte, die Angelegenheiten des Staates schleifen ließ, auch, dass es zwischen ihm und der neuen Majestät nicht zum Besten stünde. Im Reichstag erschien er kaum noch. Einen Großteil des Jahres verbrachte er auf seinem Gut Friedrichsruh, von wo aus er mit ein paar Beamten die Regierungsgeschäfte besorgen zu können glaubte. Die Wahlen von 1887 hatten ihm ein gefügiges Parlament gebracht, eine Mehrheit von ihm und unter sich verbündeten konservativen, freikonservativen, nationalliberalen. Indem er aber um Parlament und Parteien sich nicht kümmerte, ging dies Bündnis auseinander. Der rechte Flügel der Konservativen, die christlich-sozialen und Antisemiten, waren ihm längst Feind, da sie ihn für einen Judenfreund, einen Feind der Kirche, den Verhinderer eines kräftigen, volkstümlichen und sozialen Königstums hielten. Auch den nationalliberalen kamen unfreundliche Erinnerungen. Ihr Führer Miquel merkte übrigens, dass das große alte Schiff langsam sank. Miquel war kein Freund sinkender Schiffe. Die Feindschaft oder Gleichgültigkeit der Parteien konnte Bismarck nicht stürzen. So war das preußisch-deutsche System nicht. Sein System. Sein Amt hing allein vom Vertrauen der Majestät ab. Andererseits besaß Wilhelm II. einen Instinkt für das, was die Leute wollten und nicht wollten. Gegen den Willen der Parteien, gegen die Sympathien der Volksmassen, hätte der junge Mensch den Schritt nicht gewagt, zu welchem er im Laufe des Jahres 1889 langsam den Entschluß faßte. Die Krise, unvermeidlich Kraft der Natur der beiden Protagonisten, geriet auf ihren Höhepunkt im Zeichen der sogenannten sozialen Frage. Hier war der Kaiser voll guten Willens. Es müßte etwas für die ausgebeuteten Arbeiter getan werden. Er sei auch der König der Ärmsten. Der Roten Revolution gelte es, durch vernünftige Konzessionen vorzubeugen und so weiser zu sein als die berühmten Könige, die durch Starrsinn ihren Kopf verloren. Bismarck hielt das für hokus pokus. Die sozialdemokratische Gefahr sei eine Macht- und Kriegsfrage, die man mit Milde nicht lösen könne. Je mehr man den Leuten böte, desto mehr wollten sie haben. Übrigens sei der dem Kaiser am Herzen liegende Arbeiterschutz viel eher ein Zwang, da die meisten Arbeiter gar nicht wünschten, ihre Arbeitszeit gesetzlich eingeschränkt zu sehen. Und so fort. Argumente, die zeigen, dass der Fürst in der Tat für den Ruhestand reif war. Unmöglich zu sagen, wie ernst er sie nahm. Sicher war boshafter Starrsinn gegenüber dem nach Popularität haschenden, unerfahrenen, tatengierigen Kaiser im Spiel. Auch die alte Technik, sich im Amt zu halten, durch die Gefahr der Revolution, die er und nur er zu bändigen, imstande sei. Aber der übermütige, griffssichere Sieger von 1862 war merkwürdig unsicher jetzt, im Winter 1890, als er den Trick zu wiederholen versuchte, schwankend, schwarzhaft, pläne schmiedend und wieder verwerfend, nahezu weltfremd. Einmal fand man ihn in Tränen auf dem Sofa liegen. Er sei von allen verlassen, es sei aus mit ihm. Das Sozialistengesetz, das Deutschland zwölf Jahre lang Unehre gemacht hatte, fiel im Januar 1890 im Reichstag. Bismarck war das Recht. Die Sache, erklärte er dem Kaiser, müßte auf die Spitze getrieben werden. So oder so werde Blut fließen. Dann sei es Zeit für ein ungleich schärferes Gesetz. Wilhelm wehrte sich gegen eine so blutdürstige Auffassung der Lage. Dass sie, selbst vom Standpunkt der Konservativen aus, jeden realistischen Sinnes entbehrte, lehrte die Zukunft. Von der Roten Revolution, so wie das verschreckte Bürgertum sie einst sich vorgestellt hatte, war Deutschland 1890 viel weiter entfernt als 1848. Wenn Bismarck jetzt mit Kanonen gegen die Sozialdemokraten vorgehen wollte, so lebte er in einer Welt der Halluzinationen. Im Februar brachten die Reichstagswahlen ihm die schlimmste Niederlage, die er je erfahren hatte. Die Kartellparteien verloren mehr als ein Drittel ihrer Sitze, während Freisinnige und Sozialdemokraten die ihren verdoppelten. Die Gegner des bismarckschen Systems hatten nun eine klare Mehrheit. Es war mehr als nur eine Wahlepisode. Ein Zusammenbruch des parlamentarischen Spiels, das er seit 1866 gespielt hatte. Der alte Minister wußte sich keinen echten Reim auf die neue Konstellation. Er dachte an eine Verbindung von Zentrum und Konservativen, der aber, um sie der Zahl nach arbeitsfähig zu machen, sogar solche Reichsfeinde wie Polen und Elsässer hätten zu Hilfe kommen müssen. An eine Verfassungsänderung, die Unterdrückung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts. An einen Feldzug gegen die Sozialdemokratie, in dessen blutigem Lärm das Fragen nach parlamentarischer Taktik und Legalität verstummen würde. Dass er Staatsstreichpläne erwog, ist außer Zweifel, aber sie waren ungar. Er brachte sie dem Kaiser gegenüber auf und vergaß sie wieder. Die kaiserlichen Arbeitsschutzprojekte sabotierte er zäh. Er wollte an der Macht bleiben, aber an der echten. Sein Amt zu retten durch Anpassung, durch Unterwerfung unter den Willen des jungen Mannes, lag nicht in seiner Natur. In den letzten Wochen vor seiner Entlassung, 18. März 1890, muss er gewußt haben, dass er sich nicht Würde halten kann. Sein Gebaren wurde nun starrer, herausfordernder, boshafter. Aber es war die Bosheit der Ohnmacht. Intrigen und Nadelstiche, das war alles, womit er bis zuletzt sich wehren konnte. Seit 25 Jahren war Bismarck der erste Staatsmann Europas gewesen. Zeitweise sein Schiedsrichter. Seinen persönlichen Gaben nach gehörte er in die Reihe der großen Machthaber der Vorzeit, Wallenstein, Cromwell, Napoleon. Während aber jene in vergleichbaren Krisen vor dem Äußersten nicht zurückschreckten, vor Bürgerkriegen und Rebellion, konnte der preußische Minister nichts anderes tun, als artig sein Abschiedsgesuch verfassen, in dem Augenblick, in dem ein junger, verdienstloser Mensch es von ihm forderte. Die Armee war königstreu, nicht ohne sein starkes Zutun. Der Reichstag war ohnmächtig durch seine Schuld. Er war ihm übrigens spinnefeind. Hätte er die Parteiführer zu Hilfe gerufen, sie hätten die Achseln gezuckt oder ihn ausgelacht. Windhorst, den Zentrumsführer, ließ er in der Tat kommen, der aber gar bald des Reichskanzlers Haus wieder verließ. Ein konservativer Parteiführer, der auch gebeten war, ging gleich gar nicht hin. Was lohne es, jemanden zu besuchen, mit dem es zu Ende sei? Schließlich das Volk. Auf das Volk wollte Bismarck schießen lassen. Aber nicht im Stil des 20. Jahrhunderts, in dem er etwa eine Massenpartei gegen die andere geführt hätte, sondern im Stil des frühen 19. Jahrhunderts. Garderegimenter gegen Demokraten. Bismarck war der letzte Mensch auf der Welt, der gegen den König an das Volk appellieren konnte. Noch auch half ihm der persönliche Apparat, den er in Jahrzehnten aufgebaut hatte. Die Leute duckten sich, kehrten sich von ihm ab, kehrten sich gegen ihn. Der österreichische Botschafter in Berlin berichtete, »Ein ganz widerwärtiges Schauspiel gewähren hier aber eine Menge Menschen, die noch vor kurzem vor dem Fürsten Bismarck, wie vor allem, was Bismarck heißt, auf dem Bauche lagen, nunmehr auf das Unverschämteste, förmlich das Seziermesser an seine Vergangenheit legen, um aus derselben seine untergeordneten Fehlgriffe und kleinen Schwächen herauszuschälen.« Wer die Menschen verachtet und so sie behandelt, der wird dann auch die entsprechenden Erfahrungen machen. Von den Mitarbeitern Bismarcks folgte ihm nur einer ins Exil, sein Sohn Herbert. Alle anderen waren glücklich, wenn der Nachfolger General Caprivi ihnen erlaubte, ihren Dienst zu verrichten wie vorher. So verschwand er denn. Der unmittelbare Anlass tut uns nichts zur Sache. Er war vergänglicher, oberflächlicher Natur. Seit einem Jahr hatten die Anlässe sich gehäuft. Seine letzte Amtshandlung war sein Entlassungsgesuch, in dem Würde, Kummer und Bosheit eine künstlerisch großartige Verbindung eingingen. Die Berliner Parlamente nahmen die Kunde mit eisigem Schweigen entgegen. Kein Wort des Abschiedes, des Dankes, geschweige denn der Missbilligung des Geschehenen. Wilhelm II. konnte sich sagen, dass er nicht nur richtig, sondern auch im Sinne des Volkes gehandelt habe. Insofern, dass Volk in dieser großen Sache überhaupt einen Sinn hatte. In der Welt ist die stumpfe Gleichgültigkeit, mit der die Bürger des Reiches den Reichsgründerscheiden sahen, als Zeichen niedriger Gesinnung empfunden worden. Und doch liegt die Erklärung vielmehr in der Geschichte Bismarcks als im deutschen Volkscharakter. Welchen Grund hatten sozialdemokratische Arbeiter, katholische Pfarrer oder Lehrer oder Bauern, ja selbst aufrechte liberale Bürger, dem Manne zum Abschied Blumen zu streuen? Das änderte sich im Laufe der folgenden Jahre. Die Geschichte Bismarcks ist noch nicht zu Ende. Der Name, der unsere Erzählung so lange beschäftigt hat, lässt uns auch jetzt noch nicht los. Diese Naturkraft konnte erst im Tode zur Ruhe kommen. Und dann selbst im Tode nicht. Er hatte es bis zuletzt nicht glauben, nicht fassen können, dass er nach solchen Leistungen, nach solchen Jahren einmal so enden würde. Und nun waren sein Zorn, sein Ressentiment, seine Rachsucht nicht zu stillen. Später fanden wohl Versöhnungen zwischen ihm und dem Kaiser statt, wechselseitige Besuche, Ehrungen, Umarmungen, aber das änderte im Grunde nichts. Das Unverzeihliche verzeiht man nicht, so oft man sich und den anderen auch einredet, man täte es. Bismarck war Zeit seines Lebens ein schlechter Verzeiher. Er war übrigens mit seinen 75 Jahren noch voller Tätigkeitsbedürfnisse und wollte den schönen Schein, es habe seine Pensionierung etwas mit seiner Gesundheit zu tun, keineswegs gelten lassen. Für die Politik hatte er seit einem halben Jahrhundert gelebt. Für die Politik wollte er weiterleben. Daher nun das gierige Zeitunglesen und Zeitungsschreiben, hunderte von Artikeln im Jahr, das Geben von Interviews, das Reorganisieren seines journalistischen Hilfsstabes. Mit gnadenlosem Blick verfolgte er das Tun und Lassen seiner Nachfolger, Caprivi, Hohenlohe und dessen vor allem, der sich sein wahrer Nachfolger dünkte. Napoleon auf St. Helena ließ die Gegenwart auf sich beruhen, er blickte nur in die Vergangenheit, zimmerte nur an seiner Legende. Das tat Bismarck auch, mit der Geschicklichkeit, die man von ihm erwarten konnte, hauptsächlich durch das Diktieren seiner Erinnerungen. Aber sie gingen über in die Gegenwart und in der Gegenwart fuhr er fort zu wirken. Friedrichs Ruh wurde zu einem Mittelpunkt der Opposition, den die Regenten in Berlin mehr fürchteten als Sozialdemokratie und Freisinn zusammengenommen. Der Greis hielt Reden. Er reiste. Er zeigte sich in Gegenden, wo er sich ehedem nie gezeigt, wo man ihn nie geliebt und zum Lieben keine Ursache gehabt hatte, in Wien, in München. Und siehe, jetzt liebte man ihn dort. Jetzt war er zum ersten Male in seinem Leben populär. Jetzt wirkte die Größe seiner Vergangenheit ohne das Gehässige, was seinem gegenwärtigen Handeln so oft angehaftet hatte. Jetzt auch kam alle Unzufriedenheit ihm zugute, die das persönliche Regiment Wilhelms II. mehr und mehr hervorrief. Er spielte auf dieser Unzufriedenheit, wärmte an ihr seine einsame, rache, durstige Seele, indem er gleichzeitig den Schein der Treue nie aufgab. Der Kaiser sei gut, nur leider seine Umgebung nicht. Ja, Bismarck wurde zum Demagogen auf seine ältesten Tage, nahezu zum Demokraten. Es gelte, sagte er wieder und wieder, die Verfassung zu stärken, den Einfluss des Parlaments zu heben, dass unbewusst er wohl selber gelegentlich leider etwas herabgedrückt habe. Das seien aber eben andere Zeiten gewesen. Die große Reise, die er im Sommer 1892 durch Deutschland machte, ist nicht das am wenigsten erstaunliche Ereignis in diesem ereignisreichen Leben. Die Monarchen entflohen, um den großen Verbanden nicht empfangen zu müssen. Die Bürgermeister und Bürger empfingen ihn, als hielte das lang ersehnte Heldenkind Einzug. Von da ab datierten die Pilgerfahrten nach Friedrichsruhe, die nun gar nicht mehr aufhörten, die aus allen Ecken des Reiches herankommenden Extrazüge, Studenten, Schützenvereine, Bürgerdeputationen. Pflichtgemäß erschien der Fürst auf der Terrasse, grau und müde zunächst, leerte einen riesigen Champagnerpokal, den man ihm verehrt hatte, und wachte auf, improvisierte eine Ansprache, in der er die Verfassung pries und der Regierung Bosheiten sagte. Dann Deutschland, Deutschland über alles und die Wacht am Rhein abends ein Fackels. Der Erzähler schämt sich nicht zu gestehen, dass er gern mitmarschiert wäre. Die Gelegenheit, diesen sehr merkwürdigen Mann noch mit eigenen Augen zu sehen, durfte man sich nicht entgehen lassen. Und Bewunderung des Großen ist kein schlechter menschlicher Zug. Trotzdem hatte der neue Kult etwas Unwahrhaftiges. Er kam durchaus nur von rechts. Die Massenparteien waren nach wie vor anti-bismarkisch. Der Reichstag mit der Stimmenmehrheit von Zentrum, Freisinn und Sozialdemokratie verweigerte ihm den Glückwunsch zum 80. Geburtstag. Dagegen appellierten an Bismarck alle, die mit Hof und Regierung unzufrieden waren, ohne deswegen mit der Linken zu fühlen. Junckerliche Reaktionäre, sowohl wie bürgerliche Nationalisten eines neuen, nur allzu zukunftsreichen Typus. Dahin hätte Bismarck es nicht kommen lassen. Wie anders hätte Bismarck es gemacht? Dergleichen wurde zu Schlagworten, wenn immer irgendetwas, das in Berlin getan wurde, irgendwen nicht befriedigte. Der eiserne Kanzler, so nannte er sich selber in seinen Artikeln, der eiserne Kanzler hätte Russland dem Deutschen Reich nicht entfremdet, hätte die Landwirtschaft nicht durch liberale Handelsverträge geschädigt. Der eiserne Kanzler hätte Zentrum und Sozialdemokratie und alle Reichsfeinde zum Teufel gejagt, das deutsche Volk Moris gelehrt und ihm in der Welt noch erst den Lebensraum verschafft, den es brauchte. Der eiserne Kanzler, der treue Eckart der Deutschen, der Alte im Sachsenwald, Barbarossa, Wotan. Noch zu Lebzeiten wurde Bismarck zum Mythos. Gleichzeitig aber zum hochpolitischen Urbild dessen, was man später nationale Opposition nannte. Eine Opposition, die, im Gegensatz zu jener der Reichsfeinde, es mit dem Reich gut und groß meinte und an deren Spitze ein großer Mann stand. Es schmiegten sich an sein Bild die Antisemiten, die Nationalisten, die Alldeutschen, die von einem germanischen Großreich träumten. Bismarck, der aristokratische, spottende Volksfeind von 1848, der Mann des Staates und der Gesellschaft, nicht des Volkes, der Beschützer der Fürsten, Metternichs später Schüler, der ein konservatives Kleindeutschland nur gegründet hatte, um ein radikales Großdeutschland zu verhindern. Und seither eine vorsichtig eindämmende Politik der internationalen Erhaltung trieb, Bismarck wurde nun zum Symbol der im Inneren mit eiserner Hand zusammengehaltenen, nach außen aber ins Ungemessene erobernden pan-deutschen Volksgemeinschaft. Hoch über den deutschen Städten erinnerten die Bismarcktürme an das, was er war und was das deutsche Volk seinem Gedächtnis dienend sein sollte. Sein Tod änderte daran wenig. Der Mythos stirbt nicht. An ihm gemessen erschien die Wirklichkeit, immer klein, immer unbefriedigend, zerrissen, erbärmlich, die kaiserliche, die republikanische. So haben Wilhelm II. und seine Diener von Anfang bis zu Ende im Schatten Bismarcks gestanden und nach ihm die Regenten der Weimarer Republik. Bis einer kam, der sich weit, weit größer als Bismarck dünkte. Danach fing man an, hinter dem Mythos den wirklichen Politiker zu suchen. Was hatte der falsch gemacht? Was richtig? Fort von ihm? Zurück zu ihm? Was konnte man im einen oder anderen Sinn von ihm lernen? Ich glaube, darüber sprechen sie heute noch. Kaiser und Reich Die deutschen Dinge sind nach 1890 nicht sehr gut gegangen. Und es ist durchaus von vielen Historikern der Schluss gezogen worden, dass Bismarcks Sturz ein Unglück und der Anfang von allem übel gewesen sei. Aber es bedarf geringen Scharfsinns, um das Irrtümliche dieser Auffassung zu erweisen. Denn schließlich war der Mann bei seiner Entlassung 75 Jahre alt. Mit 83 starb er, längst an den Rollstuhl gebannt, zu keiner Arbeit mehr fähig. Was konnte es im besten Fall ändern, wenn er noch ein paar Jahre im Amt geblieben wäre? Noch dazu haben wir keinen Grund, den besten Fall anzunehmen. Es ging der deutschen öffentlichen Sache nicht gut unter Bismarck. Es ging ihr in seinen letzten Regierungsjahren zusehends schlechter. Und im Februar 1890 war er am Ende seines Lateins. Darum fiel er. Die persönlichen Motive, die den Kaiser zu dem Schritt bewegten, tun hier nichts zur Sache. Ein weiser Regent hätte nichts anderes tun können. Bismarck verschwand nicht zu früh, er verschwand viel zu spät. Die Beseitigung dieses lastenden Anachronismus war das Mutigste, an sich selbst betrachtet das Beste, was Wilhelm II. je getan hat. Nur begriff er nicht, was er tat. Er war selber Bismarckianer. Gerade in den Fragen, in denen er mit Bismarck Zank hatte, Sozialdemokratie, deutsche Ostpolitik, nahm er später eine überbismarkische Haltung ein. Er hielt Bismarcks politische Konstruktion für richtig und so zuverlässig, dass sie des Architekten nun nicht mehr bedurfte. Es fiel ihm gar nicht ein, dass irgendetwas daran geändert werden müsste oder könnte. Nur, dass er selber an Bismarcks Stelle treten wollte. Infolgedessen blieb die Entfernung des greisen Tyrannen eine nur negative Operation. Notwendig als solche, aber ohne heilende Folgen. Über den Kaiser ist so viel Unfreundliches geschrieben worden, dass man zögert, dem noch etwas hinzuzufügen. Auch ist alles, was man gegen ihn sagt, ja schließlich gegen Deutschland gesagt, gegen den deutschen Adel, gegen das deutsche Bürgertum, gegen die ganze falsche Entwicklung der deutschen Dinge seit 1848, deren äußerste Folge und dürftige Spitze er war. Und nicht zuletzt gegen Bismarck. Denn der hatte ja seine Majestät den König zum wahren preußischen Ministerpräsidenten gemacht und unter gewaltigen Anstrengungen ihn in dieser unmöglichen Stellung erhalten. Für all das konnte Wilhelm nichts. Um nun sich auch nur leidlich aus der Affäre zu ziehen, hätte er ein Weiser sein müssen. Gerecht meinte ein elsässischer Sozialdemokrat von ihm, sicher Produkt von sinem Milieu. Keinem einfachen Milieu. In der Seele Wilhelms bekämpften sich die Einflüsse, die Traditionen, die Träume, englisches und preußisches, Liberalismus und Absolutismus, Friedensliebe und Waffengeprenge, Kaiserromantik und moderner Industriegeist. Das Deutschland der 90er Jahre war auch das Deutschland Gerhard Hauptmanns, Richard Demels, Max Webers. Das politische Deutschland aber und das industrielle Deutschland, Deutschland als Machtgebilde, repräsentierte der junge Kaiser nur allzu gut. Das kraftstrotzende, expansive, prahlerische, das von Gefahren nichts wissende, über dünne Eisdecken stapfende, als sei der Boden aus lauter Kruppstahl, eben jenes, wovon der amerikanische Beobachter meinte, es müsse früher oder später explodieren. Dieses Element wußte der Kaiser glänzend darzustellen. Seine Schmeichler hatten insofern so Unrecht nicht, wenn sie ihm sagten, er sei ein moderner Mensch. Mochten die Eingeweihten unter sich von Unverantwortlichkeit, ja von beginnender Geisteskrankheit tuscheln, die Bürger von Berlin schwenkten doch ihre Zylinderhüte, wenn der Schwanenritter aus dem Schlosshof trabte, und schrien, wir danken dir, wir danken dir. Er gab ihnen, was sie gerne hatten. Er war kein böser Mensch, er wollte geliebt werden, nicht Leid verursachen. Zu blutrünstigen Reden konnte er sich verirren, blutiges Handeln lag ihm gar nicht. Überhaupt das Handeln nicht. Er war faul und vergnügungssüchtig. Feste feiern, reisen, sich den Leuten zeigen, hoch zu Ross seine Garten zum Manöversturme führen, mit seinesgleichen bei fürstlichen Banketten Toast wechseln, in der Hofloge sitzen, angetan wie ein Pfau, mit den Blicken ins Publikum, schnurrbart streichend, hultvoll strahlend, das war seine Art. Und so hätte er es gern bis ans Ende seiner Tage getrieben, ein ewiges, goldenes, militärisches, friedliches Schauspiel, das öffentliche Leben und er im Mittelpunkt. Er war ein guter Schauspieler. Die flüchtig mit ihm in Berührung kamen, die bezauberte er. Nicht deutsche Professoren nur, auch amerikanische Millionäre, englische Staatsmänner sogar, Sir Winston Churchill unter ihnen. Er besaß eine schnelle Auffassungsgabe, ein gutes Gedächtnis, eine besser- als mittelmäßige Intelligenz. Selbst königliche Würde konnte er zeigen. Wie man denn sagen muss, dass er das lange Exil nach seiner Abdankung nicht ohne Würde verbracht hat. Sein Humor war freilich taktlos. Taktlosigkeit ist männlich, meinte entschuldigend einer seiner Freunde. Die Stimme schnarrend, das Lachen unangenehm, seine Augen wichen aus, wenn man ihn fixierte. Die ihn näher kannten, wußten, wie viel mit ihm nicht stimmte, wie sehr er belastet war durch frühe Erfahrungen in der Familie, Überwertigkeits- und Unterwertigkeitsgefühle, Größenwahnsinn, Depressionen. Das Ungesunde seines Wesens teilte sich seinem Umkreise mit. Etwas Übermännlich- Unmännliches, Überhitztes, Sentimentales, Gespreiztes. Nie bis dahin hatte es einen so unecht zusammengesetzten Königsstil gegeben. Die Verbindung von preußischem Militär, von romantischer Fantasterei, feudalem, barockem Kostüm gepränge und nur allzu zeitgemäß zum Geld Protzentum. Diesem jungen Mann, der die Welt nicht kannte und dem man jede Gelegenheit, sie kennenzulernen, sorgfältig nahm, dessen Bildung dem Potsdamer Offizierscasino entstammte, der nie auch nur den staatsrechtlichen Charakter der eigenen Stellung ernsthaft studiert hatte, war nun, wie der Ausdruck lautet, das Schicksal des deutschen Volkes anvertraut. Das bleibt das Schlimmste, was gegen Bismarcks Werk gesagt werden kann. Erfährt man aus den Dokumenten, wie der Kaiser das Regieren verstand, liest man die Randbemerkungen, mit denen er die Berichte seiner Diplomaten zu versehen liebte, so kann man sich noch heute, nach so langer Zeit, des Mitleids nicht erwehren. Wilhelm II. wußte nichts von den Gefahren, denen das königliche, jungerliche Preußen im 19. Jahrhundert beinahe erlegen wäre. Er hatte weder 1848 noch 1862 erlebt. Seine Erinnerungen begannen mit 1870. Das Amt, das er den genialsten Künsteleien und Gewalttaten verdankte, hielt er für ein Geschenk Gottes, für die natürliche rechte Ordnung. Es mußte so bleiben, wie es war und dann immer noch schöner kommen. Aber Bismarcks schiefer Bau war auf Erfolgen errichtet und neuer Erfolge bedurfte es, um ihn zu erhalten. Wilhelm fühlte das. Man mußte den Leuten etwas Begeisterndes bieten, es mußte immer Sonntag sein im Deutschen Reich, sensationelle Neuerwerbungen, Kampf gegen irgendwen, Sieg über irgendwas. Solche Erfolge konnten nur noch Reichserfolge sein, nicht preußische Erfolge. Das hieß, sie mußten das Verhältnis zwischen dem Reich und Preußen, das Bismarck ein für allemal zu fixieren versucht hatte, unvermeidlich ändern. Das Reich, nicht Preußen, beherrschte Fantasie und Wirklichkeit. Was hatte Preußen mit Afrika zu tun, was mit China, was mit dem Balkan und Kleinasien, was selbst mit dem Reichslande Elsass-Lothringen, was mit einer großen Flotte, das waren deutsche Unternehmungen, deutsche Interessensphären, nicht altpreußische. Der Großvater hatte das Reich für eine lästige, neumodische Sache genommen, für falsches Metall, mit dem man das Gold der preußischen Krone nicht vermischen durfte. Der Enkel fühlte sich vor allem als Kaiser. So auch verstand ihn die Welt. Wobei die Tatsache, dass er nicht Kaiser von Deutschland, sondern nur Präsident eines Fürstenbundes, nur deutscher Kaiser war, keiner Beachtung mehr wert schien. So auch sahen es mehr und mehr die nichtpreußischen Deutschen. Die Staatsgrenzen verschwammen. Mochten die größeren Bundesstaaten im Inneren noch einen Lebensstil wahren, der sich von dem Preußischen in manchem wohltuend unterschied, die öffentliche Sache aller Deutschen wurde nun doch in Berlin gestaltet oder nirgends. Der Kaiser galt ihnen als der deutsche Regent, dem gegenüber die Bundesfürsten eine nicht recht bestimmbare, unbedeutende Rolle spielten. Die Klügeren von ihnen wussten, dass mit Wilhelm nicht viel los war. Ja, es wurde unter den Hohen Herren wohl gelegentlich von der Wünschbarkeit seiner Absetzung gesprochen, aber das half ihnen nichts. Ins Reich war ihr Schicksal einmal hineingedreht worden, aus dem Reich konnten sie nicht nicht mehr heraus. Sogar ahnten sie, dass, wenn der Kaiser viele, auch sie fallen würden, dass die geringfügige Existenz, welche die Hohenzollern ihnen gelassen hatten, nun mit den Hohenzollern auf Gedeih und Verderb verbunden war. Die Könige von Preußen hatten ihr Volk von Bauern, Beamten und Soldaten schlecht und recht regiert. Dem Deutschen Reich, seinen gewaltigen inneren Antrieben und Gegensätzen persönlich vorzustehen, war eine andere Sache. Die Stellung des Kaisers war darum eine neuartige, unhistorische, welcher die preußische Königstradition nicht mehr als Basis dienen konnte. In ihrem Charakter kam sie dem wurzellosen Cäsarentum Napoleons des Dritten näher als der Monarchie Friedrich Wilhelms des Dritten. Wie vornehm sparsam war damals der preußische Hof gewesen. Nun war er verschwenderisch und exzentrisch, finanziert von einer geschwollenen Zivilliste und den heimlichen industriellen Investierungen des Königshauses, besucht von den Geldmagnaten Europas und Amerikas, Bankiers und Spekulanten, deren vulgärer Aufwand mit dem der Majestät wetteiferte. Nur einen solchen Kaiser hat Deutschland gehabt. Geschichtlich gesehen ist Wilhelm nicht so sehr der letzte König von Preußen, wie vielmehr der erste in einer Reihe von Machthabern, die sich im 20. Jahrhundert an der Regierung Deutschlands versuchten und scheiterten. Nun wäre es sehr falsch, sich das öffentliche Leben unter Wilhelm II. als eine dauernde Krise vorzustellen. Es lebte sich bequem unter des Kaisers persönlichem Regimente. Die wirtschaftliche Blüte kam, solange sie dauerte, den breiten Volksmassen wie den Reichen zugute. Bewundernswertes in der Förderung des Gesunden und Schönen leistete die Selbstverwaltung der Kommunen. Von weit her kamen die Fremden, die in der geistreichen Arbeitswelt Berlins, in der behaglich freieren gastlichen Atmosphäre Münchens oder Dresdens zu leben wünschten. Auf die Errungenschaften des liberalen Zeitalters war Verlass. Mochte das Beamtentum raubeinig sein, es kannte seine Pflichten und die Rechte der Bürger. Eben dies gab Wilhelms Cäsarengesten den Anschein harmloser Lächerlichkeit. Wie bedrohlich er sich auch vernehmen ließ gegen Schwarzseher und Reichsfeinde, gegen die rote Rotte der Sozialdemokratie, gegen impressionistische Malerei und naturalistisches Theater, er kam doch nicht an gegen die festgefügten Sicherungen des Rechtsstaates und wollte gar nicht ernsthaft dagegen ankommen. Der Geist war frei. Mit ein klein wenig Vorsicht konnte man drucken lassen, was man wollte. Und selbst in einen Prozess wegen Majestätsbeleidigung verwickelt zu sein, brachte dem Angeklagten mehr Ruhm und Spaß als wirkliches Leid. Es ist damals niemand wegen seiner öffentlichen politischen geistigen Haltung ruiniert worden. Was Wunder, dass man sich später dieses Vierteljahrhunderts 1890 bis 1914 als der guten alten Zeit mit Wehmut erinnerte. Die Frage ist dann nur, warum es mit dieser glücklichen Epoche ein so rauhes Ende nahm. Das Deutsche Reich war in seiner Wirklichkeit ein ungeheuer starker, konzentrierter, von dem Motor einer machtvollen Industrie vorwärts getriebener Nationalstaat. Der Theorie nach war es ein loser Bundesstaat oder Fürstenbund, innerhalb dessen dem Hegemonialstaat Preußen die Führung oblag. Wirklichkeit und Theorie sind nie in Übereinstimmung gebracht worden. Preußen war zwei Drittel des Reiches, aber es wurde noch immer anders regiert als das Reich. Der König war nahezu absolut. Der Kaiser besaß gegenüber der Gesetzgebung von Reichstag und Bundesrat nicht einmal das aufschiebende Veto. Der Landtag, nach dem Dreiklassenrecht gewählt, war konservativ, der Reichstag war überwiegend liberal oder links. Der Reichskanzler, als einziger verantwortlicher Beamter des Reiches, musste mit beiden auskommen, hatte aber seinen Auftrag von keinem keinem von Beiden. Er hatte ihn von dem König Kaiser und vertrat dem Reichstag gegenüber die verbündeten Regierungen. Eine eigentliche Reichsregierung gab es nicht, obgleich zur Bismarck-Zeit die Liberalen nie aufgehört hatten, nach ihr zu verlangen. Die Reichsämter, die allmählich entstanden, wurden von Staatssekretären verwaltet, teils in Personalunion mit preußischen Ministerien, Inneres, Äußeres, teils selbstständig, Marine, Kolonien. Die Staatssekretäre waren Vertreter oder Delegierte des Reichskanzlers, nicht seine Kollegen. Praktisch machte jeder seinen eigenen Kram, zumal, wenn er starken Willens war und sich direkter Beziehungen zum Kaiser erfreute. Bismarck hatte dem ganzen irrationalen Apparat noch leidliche Einheit gegeben, Nach ihm fiel alles auseinander. Einen Versuch, die Preußischen von den Reichsangelegenheiten zu trennen, machte sein erster Nachfolger Caprivi, indem er auf das Ministerpräsidium verzichtete. Es stellte sich aber bald heraus, dass Preußen und Reich nicht neben oder gegeneinander regiert werden konnten. Unter dem zweiten Nachfolger Hohenlohe wurde die Union der Ämter wiederhergestellt. Der Bundesrat vertrat die verbündeten Regierungen. Nach der Konzeption Bismarcks hätte er selber etwas wie eine Regierung des Reiches sein sollen. Tatsächlich verlor er zusehends an Bedeutung. Die Hauptinitiativen lagen bei Preußen oder bei den Reichsämtern. Der Bundesrat gab der gab es ein Ja und Amen. Die Kritik lieferte der Reichstag. Wenn das der allgemeinen Entwicklung entsprach, die dem nationalen Einheitsstaat zustrebte, so war es auch die Schuld des Bundesrates. Mit seinen Rechten wäre etwas anzufangen gewesen. Bayern zumal hätte mit seinem Vorsitz im Diplomatischen Ausschuss etwas Nützliches anfangen können. Es fing aber gar nichts damit an, sondern ließ die Dinge laufen. Ungleichmächtiger, lebendiger war der Reichstag. Ohne ihn ging es nicht mehr. Wem er die Mitarbeit in gewichtigen Fragen mehrmals versagte, der musste abdanken. Die Reichskanzler Bismarck, Caprivi, Bülow, Bethmann sind zwar nicht vom Reichstag gestürzt worden, das gab es nicht, aber doch so, dass Niederlagen der Regierung, antigouvernementale Beschlüsse und Stimmungen mit ihrem Sturz unmittelbar zu tun hatten. Einen wirklich populären Reichskanzler mit einer festen parlamentarischen Mehrheit hinter sich hätte der Kaiser nicht entlassen können. Einen solchen hat allerdings das Kaiserreich niemals gehabt. Trotzdem war selbst die Funktion des Reichstages eine vorwiegend negative. Er konnte mit wechselnden Mehrheiten Ja oder Nein sagen, sein Ja sich durch allerlei Konzessionen abkaufen lassen, Korruptionsskandale an den Tag bringen, allgemeinen Proteststimmungen Ausdruck geben, er konnte debattieren und manchmal hat er recht eindrucksvoll debattiert, er konnte nicht deutsche Politik machen. Man sagt freilich heute, dass gesetzgebende Versammlungen dies auch gar nicht sollen, noch können, dass Regieren Sache der Regierung ist und dem Parlament nur eine wachsame Kontrolle obliegt. Das ist je nachdem. Es liegt anders zum Beispiel da, wo die Regierung aus dem Parlament hervorgeht und zwischen beiden ein organischer Zusammenhang besteht. Übrigens gibt es keine immer und überall befriedigenden Regierungsformen. Eine jede hat ihre Zeit und ihren Ort. Der Obrigkeitsstaat machte seine Sache gut, zu Zeiten. Das Ungeschickte der deutschen Situation lag hierin. Man glaubte nicht mehr an die Obrigkeit und gehorchte ihr doch. Man lebte im Zeitalter der Demokratie und besaß demokratische Institutionen, aber sie waren verbogen und erfüllten ihren angeblichen Zweck nicht. Folglich war nirgends klare Verantwortung, überall Scheinmacht, Ohnmacht, geteilte oder verborgene Macht. Unser Charakter wird durch die Wirklichkeit, in der wir leben, durch die uns gestellten Aufgaben mitbestimmt. Nie erzogen durch eigene Verantwortung und Pflicht zur Macht, längst gewohnt untereinander und mit den Männern des königlichen Vertrauens ihre Tauschgeschäfte zu machen, verharrten die Reichstagsfraktionen bei dem alten Spiel auch jetzt, da Bismarcks lastendes Gewicht nicht mehr war und die Verfahrenheit der Machtsituation nach einem starken Parlament dringend verlangte. Die innerlich integerste, am kräftigsten organisierte und demnächst größte deutsche Partei, die Sozialdemokratie, war von positiven Aufgaben nahezu völlig ausgeschaltet durch ihre eigene Philosophie und weil es die Obrigkeit auch jetzt noch nach dem Fall des Sozialistengesetzes so zu sehen liebte. Die anderen Parteien wurden mehr und mehr zu Vertretern bestimmter Teilinteressen. Und als ob die Interessenverbindung zwischen Zentrum und katholischer Kirche, zwischen den Nationalliberalen und der Industrie, zwischen Konservativen und Landwirtschaft nicht genügt hätte, entstanden seit den 80er Jahren noch die großen Interessenverbände, welche durch die Parteien, durch höfische Einflüsse, durch direkte demagogische Propaganda zu wirken suchten. Zentralverband Deutscher Industrieller, Bund der Landwirte, Kolonialgesellschaft, Deutscher Bauernbund. Streitende wirtschaftliche Interessen gibt es überall, wo Menschen zusammen wohnen. Auch geht es mit rechten Dingen zu, wenn sie sich organisieren und es ist nur gut, wenn sie es in aller Öffentlichkeit tun anstatt heimlich. In Deutschland erreichte seit den 90er Jahren der wirtschaftliche Interessenkampf, gerade der Hitze wie der Offenheit, wie sie sonst wohl nur in den Vereinigten Staaten erreicht wurden. Die ungeheuer rasche Entwicklung der deutschen Industrie brachte starke Reibungen und trotz aller patriotischen Reden war das Gefühl für die gemeinsame Sache das Vaterland eher geringer als anderswo. Den General von Caprivi hatte Bismarck zu seinem Nachfolger in Preußen vorgeschlagen, als er während der Wochen seines Endkampfes momentweise daran dachte, sich auf das alten Teil des Reichskanzlers und der Außenpolitik zurückzuziehen. Der Gedanke war, dass ein unpolitischer Haudegen sich zu Gewaltmaßnahmen gegen die Sozialdemokraten am besten würde gebrauchen lassen. Als dann aus Bismarcks letzten Plänen nichts wurde, griff Wilhelm II. auf seinen Vorschlag zurück, obgleich in anderem Sinn und zu anderen Zwecken. Caprivi besaß sowohl einen klaren wie eigensinnigen Kopf, eine schöne Unvoreingenommenheit und Unbestechlichkeit. In der Reihe der deutschen Kanzler zwischen 1890 und 1918 war er der Beste. Er wollte nichts als das Rechte tun, das dem Gesamtvaterlande und allen seinen Bevölkerungsklassen nützliche und wollte es tun im Bunde mit all denen, die ihm dabei zu helfen bereit waren, mit Freisinnigen, Zentrumsleuten, Polen, wer weiß, sogar mit den Sozialdemokraten. Nur war er unschuldig, das Wort in seiner Doppelbedeutung genommen, rein, integer, sowohl wie politisch, unerfahren. Er rechnete auf die Unterstützung aller Guten, uneingedenkt dabei, dass in der Politik die wenigsten Leute gut sind und gut sein können. Die deutsch-preußische Situation, dies Labyrinth von verkrüppelter Demokratie und blühendem Byzantinismus, von Junkermacht, industrieller Macht, Soldatenmacht, Parteienmacht, beherrschte er nicht. Caprivi brachte das Arbeiterschutzgesetz zustande, um das die Wogen in Bismarcks letzten Tagen so hochgegangen waren. Gesetzliche Sonntagsruhe, Einschränkung der Frauen- und Kinderarbeit, Festlegung von Kündigungsfristen und so fort. Er kam den Polen entgegen, indem er auf Bismarcks Praxis des Landkaufs zugunsten der deutschen Nationalität in den polnischen Gebieten verzichtete. Damit hing seine unpreußische, liberal- deutsche Außenpolitik zusammen, Annäherung an England, eine kühle Haltung gegenüber dem Zarentum. Vor allem suchte er den deutschen Außenhandel zu steigern, nicht als doktrinärer Freihändler, er war kein Doktrinär, sondern weil er sich ausgerechnet hatte, dass Deutschland exportieren müsste, um leben zu können, und dass es Export ohne Import auf die Dauer nicht gäbe. Daher seine Handelsverträge mit Österreich, Italien, Rumänien, schließlich mit Russland. Sie brachten ihn in Konflikt mit den Konservativen, wie man sie jetzt nannte, den Agrariern. Ihr neues Kampforgan war der Bund der Landwirte, der nach Zollschutz, nach Steuererleichterungen, schließlich nach einem Getreidemonopol des Staates und eigentlichen Subsidien rief, nebenher sich bei den Massen der Kleinbauern durch eine energische Judenhetze einzuschmeicheln versuchte. Max Weber sprach damals von der vernichtenden Kritik, Weltkrieg, welche die Grundbesitzer selber an dem Fortbestand ihres Privateigentums üben, durch das Verlangen in Gestalt des Getreidemonopols und einer Kontribution von einer halben Milliarde jährlich, ihnen das Risiko, die Selbstverantwortlichkeit für ihren Besitz, seinen einzigen Rechtfertigungsgrund abzunehmen. Caprivi, freundlicheren, weniger scharfen Geistes, appellierte an den Idealismus aller Bürger, je mehr unser Parteileben von wirtschaftlichen Interessen bedingt wird, umso mehr muss die Regierung sich einen freien Überblick über weite Verhältnisse über den Staat und das Reich zu erhalten suchen, um diesen zu ihrem Recht zu verhelfen. Wirtschaftliche Interessen basieren immer mehr oder weniger auf Egoismus. Man pflegt zu sagen, gesundem Egoismus, während der Staat Anforderungen an die Opferfähigkeit und den Idealismus seiner Bürger stellt. Der Staat müsse jeden Besitz schützen, den Industriellen wie den Agrarischen und schulde auch den Besitzlosen für Sorge. In der gleichen Rede sprach der brave Mann eine denkwürdige Warnung vor dem Antisemitismus aus. Welche Garantien haben denn die Wähler, die die Geister wachrufen dafür, dass der Strom, von dem sie nun vorwärts getrieben werden, nicht schließlich mit anderen Strömen zusammenfließt, die sich gegen den Besitz und die staatliche Ordnung richten? Ich habe die feste Überzeugung, dass die Dinge, die jetzt vorgehen, für Deutschland nach innen und außen von einer Bedeutung sind und Gefahren in sich fließen, von denen, wie ich fürchte, ein großer Teil derer, die jetzt die Schleusen aufziehen, nicht ahnt, wohin sie führen. Wilhelm II. hatte seinen Kanzler zunächst gestützt, hatte es entschieden abgelehnt, Brotwucher zu treiben und der konservativen Opposition seine Missbilligung ausgesprochen. Aber er war feige und schwach. Er prahlte wohl gern, der Wille des Königs müsste oberstes Gesetz sein, war aber unfähig, auch nur den bescheidenen, echten und stetigen Einfluss auszuüben, über den ein konstitutioneller Monarch, wie der König von England damals noch verfügte. Er ließ sich treiben, immer denen nachgehend, die besser mit ihm zu operieren wussten und die er darum für die Stärkeren hielt. Nachdem er sich von den Konservativen entfernt hatte, näherte er sich ihnen wieder. So war er 1894 wieder auf dem Punkt, auf dem er sich 1890 von Bismarck getrennt hatte. Die Hauptgefahren für das Reich seien die Mächte des Umsturzes, die Sozialdemokratie, das gleiche Wahlrecht und was noch. Der preußische Ministergraf Eulenburg machte diese kaiserlichen Fantasien eifernd mit, indem er sie zu eigentlichen Staatsstreichplänen verdichtete. Caprivi hielt sie für Unfug. Nachdem er seinen Standpunkt mit der ihm eigenen Klarheit und Würde dargelegt hatte, zog er sich zurück und es ist seitdem kein öffentliches Wort mehr von ihm gehört worden. Sein Sturz war eine Lektion. Guter Wille allein genügte nicht, um Bismarcks verbogenes Erbe gerade zu biegen. Der Nächste, der sich an diesem Erbe versuchen durfte, war Fürst Klotwig Hohenlohe. Die Wahl hätte schlechter sein können. Hohenlohe war so unabhängig wie Caprivi. Dieser, weil er arm und stolz, jener, weil er reich und vornehm war und sich vom Hof zu Potsdam nicht imponieren ließ. Als Diplomat des verunglückten Reiches von 1848 hatte er angefangen, dann in Bayern parlamentarische Erfahrungen gesammelt und dort der bismarckischen Politik Hilfsdienste geleistet, wofür er später mit hohen Reichsämtern belohnt wurde, zuletzt mit dem Stadthalterposten in Straßburg. Selbst zum bösen Spiel der elsässischen Politik hatte er gute Reden zu halten gewusst. Ein Bismarckianer auf seine Art, aber von der milden Observanz, ganz ohne die bismarckische Kampfeslust und politisch weiser, klein, fein, kühl und müde, so trat der greise Aristokrat an die Spitze der Reichsgeschäfte. Der Sinn seiner Ernennung, wenn sie einen haben sollte, konnte nur der sein, dass es mit dem Versuch, der Linken zu gefallen und das Volk zu gewinnen, nun wieder vorbei war. Man würde zurückkehren zu Bismarcks statischer, diplomatischer Innenpolitik über den Parteien, aber vornehmlich mit den konservativen Parteien. Man würde den Reichsfeinden wie von Alters her die kalte Schulter zeigen. Nur rechnete Hohenlohe, selber bayerischer Katholik, das Zentrum nicht mehr zu den Reichsfeinden. Er verstand es als Interessenpartei, wie die anderen, deren Stimmen man kaufen konnte. Diese Auffassung bestätigte die Partei ihm umso bereitwilliger, als der große Feldzug gegen die Sozialdemokratie abermals ins Wasser fiel. Der Reichstag verweigerte den ohne viel Glauben vorgeschlagenen Antirevolutionären und Antistreikgesetzen seine Zustimmung. Der Kaiser begnügte sich mit verbalem Donner gegen vaterlandslose Gesellen, der einzigen Waffe, denen seine Nerven gewachsen waren. Der Rückkehr zu Bismarcks Politik der inneren Kirchhofsruhe schien zunächst auch der Kurs der Außenpolitik zu entsprechen. Annäherung an Russland, Scharfmacherei gegenüber den Polen, preußische Außenpolitik mit einem Wort. Aber nicht für lange. Die Halbdiktatur, welche Bismarck ausgeübt hatte, um den Frieden zu erhalten, die deutsche Entwicklung, um ihre Dynamik zu betrügen und die Zeit stillestehen zu machen, war 1890 gescheitert. Das Urteil war endgültig. Es konnte fünf Jahre später nicht aufgehoben werden. Die Energien des Deutschen Reiches ließen sich nicht mehr neutralisieren, so als sei es Metternich-Zeit. Etwas musste mit ihnen geschehen. Weltpolitik Große Staaten, solche nämlich, die sich unter gegebenen Verhältnissen für groß halten, wollen etwas wirken, auch außerhalb ihrer eigenen Grenzen. Die Geschichte bestätigt es uns hundertmal. Dem einzelnen Bürger mag an seinem eigenen Vorwärtskommen viel mehr gelegen sein als an der Größe des Vaterlandes. Insofern er Teil hat am Staat, will er, dass sein Staat sich vor anderen Staaten auszeichnet, durch Leistungen der Herrschaft, der Wissenschaft, der Wirtschaft, des Sportes. Sportlich ist wohl letzten Endes der nationale Ehrgeiz in allen diesen Gebieten, auch da, wovon Spiel nicht die Rede ist. Wie die Geschichte des englischen Weltreiches lehrt, kann es ein schöpferischer Ehrgeiz sein. In den 1880er Jahren erlebte die europäische Staatengesellschaft eine Periode solchen expansiven, abenteuerlichen Ehrgeizes. Sie mochte damit zusammenhängen, dass nun in Europa wieder Friede war, derart zwar, dass ihn zu stören und sich auf Kosten europäischer Nachbarn zu vergrößern ein furchtbares Risiko bedeutete. Viel billiger war, Erweiterung dort zu haben, wo man nur eingeborene Häuptlinge übers Ohr zu hauen, nicht aber sich mit europäischen Massenarmeen zu schlagen brauchte. Imperialismus, genauer Kolonialismus, wäre insofern das Merkmal einer friedlichen, nicht einer kriegerischen Epoche. Tatsächlich haben große Kriege um Kolonien zwischen europäischen Mächten im 19. und 20. Jahrhundert nicht stattgefunden und man hat sich über koloniale Gegensätze schließlich immer einigen können. Wir wissen heute, dass die letzte große Expansion Europas, die Aufteilung Afrikas und Asiens, illusionär war. Sie war zu leicht, zu rasch, zu oberflächlich, um auf große Kontinente einen dauerhaften Besitztitel zu begründen. Das Werk nicht von massender Einwanderer, sondern einzelner abenteuernder Erwerbsleute und dünner Militärbürokratien. Damals, im Überschwange zivilisatorischer Überlegenheit, hielt man die Europäisierung der Welt für endgültig. Das Deutsche Reich hat unter Bismarcks Leitung diese Expansion nur spät und nur sehr mit der linken Hand mitgemacht. Wer schon kein Interesse Deutschlands an der unteren Donau fand, der konnte es noch weniger in Südafrika suchen. Bismarck nahm Kolonien nicht ernst, weswegen er auch die französischen Kolonialbestrebungen stets ermunterte. Zur Errichtung deutscher Protektorate in Afrika kam es aber schließlich doch. Einzelne Räder, Kaufleute, Forscher, Abenteurer fingen es an. Ihnen glaubte das neue Reich, seinen Schutz nicht versagen zu können. Da keine Privatgesellschaft fähig war, ihr unredlich erworbenes Gebiet zu halten, erschien in allen Gebieten unter deutschem Schutz bald ein spärliches Kolonialbeamtentum, gestützt auf Militär. Es machte seine Sache grob genug, aber keineswegs böser als andere Kolonialvölker. Nur war der Vorteil ein viel geringerer. Die deutschen Kolonien kosteten weit mehr, als sie einbrachten und haben nur wenigen Tausend Deutschen zu dauernder Ansiedlung gedient. Einzelne Gesellschaften und ihre Teilhaber, Reedereien zumal, wurden allerdings reich an dem kolonialen Abenteuer. Aber es war kein wirklich aus den Schutzgebieten gezogener Reichtum. Er kam aus den Taschen der deutschen Steuerzahler. Seufzend bewilligte der Reichstag die steigenden Ausgaben, wobei Abgeordnete des Zentrums und Freisinns häufig zu verstehen gaben, das Beste wäre es, die ganze Sache wieder aufzugeben. Kleinmütig meinte der Reichskanzler Caprivi, es ist bei der Entstehung unserer Kolonien, die zum großen Teil Kinder des Gefühls und der Fantasie sind, nur zu natürlich, dass plötzliche Umschwünge in der Wertschätzung kommen. Was in den 80er Jahren die Improvisation Einzelner war, deren die Staaten sich nachträglich annahmen, wurde in den 90ern zur öffentlichen Philosophie. Der Ton änderte sich. Allerlei schrille Theorien kamen auf, wonach die Erde jetzt in einige wenige Großreiche geteilt wurde und wer da nicht mitmachte, bald überhaupt nichts mehr darstellen konnte. Unermessliche Veränderungen standen vor der Tür. Weltmächte traten anstelle der europäischen, europäische Mächte mussten zu Weltmächten werden oder ihre Selbstständigkeit verlieren. Solche Theorien wurden genährt durch dramatische Erfahrungen. Den chinesisch-japanischen Krieg von 1895, den Bau der transsibirischen Eisenbahn, den spanisch-amerikanischen Krieg von 1898 und das plötzliche Erscheinen der Vereinigten Staaten als imperialistische Weltmacht. Was würden die Machtzentren der Zukunft sein? Washington anstatt London? Berlin anstatt Paris? Und dann Petersburg, Tokio, vielleicht Peking? Was waren die Waffen, mit denen man die Erde erobern konnte? Welches Volk, welche Rasse oder Verbindung von Völkern sollte die Erde beherrschen? Solche verwilderten Fragen wurden lüstern diskutiert. Die Angelsachsen gingen voran. Ein Amerikaner, Admiral Mahan, begründete die neue Lehre, wonach die großen Machtfragen noch immer zur See entschieden worden seien. Aus England kam die Wissenschaft der Geopolitik. Wer die und die Gebiete kontrollierte, der würde die Welt beherrschen. Aus England auch der neue Kult harter, strahlender, ordnungsstiftender Macht. Ihm dienten Schriftsteller wie Rudyard Kipling, fantastische Realisten, Diamantenkönige und Staatengründer wie Cecil Rhodes. Aus Amerika replizierte der Gouverneur von New York, dann Präsident der Vereinigten Staaten, Theodore Roosevelt, handeln, Macht entfalten, forschen, erobern, Gefahren bestehen, zivilisieren. Das sei die Aufgabe, das gebe dem Leben einen schönen männlichen Sinn. Rassenwahn mischte sich mit ein. Einmal waren es die Weißen überhaupt, einmal im Besonderen die germanischen Völker, die zum Herrschen bestimmt sein sollten. Amerikaner, Briten, Deutsche. Rhodes, der Eroberer Südafrikas, war ausdrücklich dieser Ansicht. Sie fand ein Echo in Deutschland und die verschiedensten Variationen. Der Kaiser, halber Engländer von Geburt, der Heimat seiner Mutter mit bewundernder Hassliebe zugetan, hatte Kiplings hohes Lied der Macht und des Erfolges über seinem Schreibtisch hängen. Begierig las er die Schriften Houston Stuart Chamberlains, eines Wahldeutschen, der die Überlegenheit der nordischen Rasse verkündete und den Heiland zu einem Germanen machte. Nach England blickten auch die Propagandisten der deutschen Kolonialbewegung, wobei sie es freilich etwas plumper anstellten. Das englische Weltreich war das unbewusste Werk der Jahrhunderte, im allmählichen Werden, längst bevor modische Theorie und dichterische Fantasie sich seiner Bemächtigten. In Deutschland sollte nun beides auf einmal kommen, das Reich und die Philosophie, und beides sehr plötzlich. Der Kolonialzweck, so schrieb einer dieser Begeisterten, ist die rücksichtslose und entschlossene Bereicherung des eigenen Volkes auf anderer, schwächerer Völker Unkosten. Das hätte ein Engländer nicht gesagt, oder doch viel hübscher, nicht mit so wenigen rauen Worten. Internationale Ereignisse und Stimmungen mögen erklären helfen, warum das Wörtlein Welt in Deutschland nun so manchem Hauptwort wohlgefällig vorgesetzt wurde. Die Weltstadt Berlin, deutscher Welthandel, deutsches Ansehen in der Welt, Weltpolitik, Weltmacht. Dahin war es mit Bismarcks Fürstenbund, dieser losen Vereinigung friedlich-provinzieller Idylle, Bayern und Braunschweig und Bückeburg, in weniger als drei Jahrzehnten gekommen. Aus dem Deutschen Reich ist ein Weltreich geworden, gratulierte sich der Kaiser am 25. Jahrestag der Reichsgründung. Überall in fernen Teilen der Erde wohnen tausende unserer Landsleute. Deutsche Güter, deutsches Wissen, deutsche Betriebsamkeit gehen über den Ozean. Nach tausenden von Millionen beziffern sich die Werte, die Deutschland auf der See zu fahren hat. An Sie, meine Herren, tritt die ernste Pflicht heran, mitzuhelfen, dieses größere deutsche Reich auch fest an unser Heimisches zu gliedern. Der Alldeutsche Verband folgte dem kaiserlichen Ruf. Diese sehr merkwürdige Vereinigung von Männern der Öffentlichkeit, Parlamentariern, Schriftstellern, Gelehrten, Gewerbetreibenden, brachte es nie auf eine imponierende Mitgliederzahl, 10.000 oder 12.000 im Durchschnitt. Aber sie war einflussreich. Vertreten in den Rechten und Mittelparteien des Reichstages, geführt von Begabten, in ihrer Art sich um die deutsche Sache ernsthaft sorgenden Politikern, Hugenberg, Hasse, Klaas, verbündet mit einem Teil der Presse, in enger Zusammenarbeit mit Verwandten, Unternehmungen, Flottenverein, Wehrverein, Kolonialgesellschaft, war der Alldeutsche Verein so recht der Ort, an dem die Herrschaftsideen der Zeit gesammelt und ins Deutsche übertragen wurden und von dem aus sie über das Land hin ausstrahlten. Nationale Politik, Kampf ums nationale Dasein, Kampf um Lebensraum, große Politik, Weltpolitik. Dem viel bewunderten, viel gehassten britischen Todfeind es gleich zu tun, auf allen Kontinenten als Deutscher stolz zu Hause zu sein, überall Zentren deutscher Macht und Sendung zu errichten. Im Interesse des Deutschtums auch der Menschheit, denn unsere deutsche Kultur bedeutet den idealen Kern menschlicher Denkarbeit und jeder Schritt, welcher für das Deutschtum errungen wird, gehört demnach der Menschheit als solcher. Idealistischer Glaube lebte in solchen Anmaßungen. Und wenn Großkapital hinter dem Alldeutschen Verbande stand oder später zu ihm stieß, wird man die Bewegung doch nicht als wesentlich von privater Gewinnsucht bestimmt ansehen dürfen. Die größte Zahl ihrer Anhänger waren Menschen, die von kleinen Arbeitseinkommen lebten und nie anders zu leben Hoffnung hatten. Einer großen Sache, der deutschen Sache, wollten sie dienen. Wir sind bereit, auf den Ruf unseres Kaisers in Reih und Glied zu treten. Aber wir können dafür auch verlangen, dass uns ein Preis zufalle, der des Opfers wert ist. Einem Herrenvolk anzugehören, das seinen Anteil an der Welt sich selber nimmt und nicht von der Gnade und dem Wohlwollen eines anderen Volkes zu empfangen sucht. Deutschland, wach auf! Es kam den Alldeutschen nicht darauf an, verschiedene Ideen, die historisch oder geografisch einander schlugen, gleichzeitig zu propagieren. Sie waren Bismarckianer. Aber Bismarcks Begriff vom satten, saturierten Deutschland stellten sie den ihren gegenüber, von einem Volke, dessen Drang die Erde gerade groß genug war. Sie dachten völkisch. Die Gegenden außerhalb des Reiches, in welchen Deutsche wohnten, Österreich, die Schweiz, Holland sogar, waren mit dem Reich zu verbinden, sodass endlich der Staat aller Deutschen entstünde. Sie dachten aber auch imperialistisch, denn die Deutschen sollten über fremde Völker herrschen, zumal über solche minderwertigen Völkchen wie Tschechen, Slowenen und Slowaken, die ihr für die Zivilisation unnützes Dasein immerhin einbüßen mochten. In Preußen standen sie für die traditionelle antipolnische Politik, an der unteren Donau und nach Kleinasien hinein für jene großdeutsche Politik, deren Schlagworte Heinrich von Gargern 50 Jahre früher so verlockend hatte erklingen lassen. In Südafrika für ein deutsches Kolonialreich, gestützt auf die germanischen Vettern, die Buren. In Südamerika für den energischen Zusammenschluss aller deutschen Einwanderer. Ruhelos, wie behext wanderten die Augen dieser Menschen auf der Weltkarte umher. Asien, Afrika, der Balkan, der stille Ozean, Westeuropa, alles war ihnen recht. Nur Ländererwerb, nur Entfaltung der deutschen Kriegs- und Seemacht. Dass sie zugleich von einem deutschen Reich in Europa und in Übersee träumten, diesen Widerspruch mag man, wenn man will, durch die Wirklichkeit der deutschen Lage erklären. Andere europäische Staaten konnten Weltreiche gründen, ohne Europa zu beherrschen, weil sie am Rande Europas oder nur teilweise in Europa lagen. England, Russland, selbst Frankreich. Deutschland, das binneneuropäische Land mit geringfügigen Küsten eingeklemmt, wie es war, zwischen Russland und Frankreich, musste in Europa sicher sein, musste Europa beherrschen, ehe es zur Weltmacht werden konnte. Beherrschte es Europa nicht, so waren seine überseeischen Besitzungen bloßer Schein, wie sich später ja auch in der großen Krise zeigte. Die Frage war dann nur, ob Deutschland überhaupt Weltmacht sein konnte und welche Alternative es gegeben hätte. Die Alldeutschen sahen nur eine einzige, die Verkümmerung der Nation zum abhängigen Kleinvolk, das bei fremden Völkern Arbeiten ging. Dem Verein floß gelegentlich Geld aus den Fonds des Auswärtigen Amtes zu, und es konnte dann hochhergehen auf seinen jährlichen Tagungen und in der Ausstattung seiner Propaganda. Im Wesentlichen aber war er unabhängig, und gerade darauf beruhte der Einfluss, den er durch die Presse, die Schulen und Hochschulen, die Parteien, selbst durch gewisse ihm befreundete Regierungsstellen ausüben konnte. Er schuf das geistige Klima oder half es schaffen, indem die Unternehmungen der neuen Weltpolitik gewagt wurden. Er gedieh in diesem Klima. Denn wenn auch die Alldeutschen weitergingen als die anderen, wenn Kaiser und Kanzler ihnen oft zu vorsichtig und friedliebend, zu England freundlich erschienen, so gingen sie eben doch nur weiter, sprachen sie lauter und dreister. Der Zeitgeist war mit ihnen. Nicht bloß das kleine Häuflein der Vereinsmitglieder. Das deutsche Bürgertum dachte imperialistisch im Zeitalter Wilhelms des Zweiten und spendete der Weltpolitik seinen Beifall. Dem Bau der Schlachtflotte vor allem. Admiral von Tirpitz, seit 1897 Staatssekretär im Reichsmarineamt, war erfüllt von einer schönen Liebe zum Meer und echter Leidenschaft für seine Aufgabe. Jene, die etwas davon verstehen, meinen, er sei ein genialer Organisator gewesen. Und wenn man liest, wie er in wenigen Jahren mit knappsten Mitteln die zweitstärkste Flotte der Erde schuf, dann ist man geneigt, es zu glauben. Nebenbei verstand er etwas von parlamentarischer Taktik, Demagogie, Publizität. Wahrhaft amerikanisch muten die Methoden an, mit denen er seine Flotte unter den Deutschen populär zu machen wusste. Eine eigene Nachrichtenabteilung war seinem Amt angegliedert. Vereine, bezahlte und unbezahlte Propagandisten, Redner, Professoren, Romanschriftsteller kamen ihm zu Hilfe. Selbst sozialdemokratische Abgeordnete lud der kluge Mann ein, seine Schiffe zu inspizieren. Seine hinterlassenen Schriften imponieren durch die Klarheit und Sachlichkeit ihres Stils. Von den argen Fantastereien der Alldeutschen ist da nichts zu spüren. Auch ist Tirpitz der Meinung, dass, wenn man ihn alles hätte entscheiden und machen lassen, Britannien mit der deutschen Seemacht versöhnt und der Weltkrieg vermieden worden wäre. Das glauben die meisten, die mit diesem Drama irgend zu tun hatten. Aber niemand kontrolliert den Lauf der Dinge allein. Und das politische Handeln ist nicht nach dem Willen, sondern nach den wirklichen Folgen zu bewerten. Was Tirpitz mit seiner Kriegsflotte wollte, ist eine Sache. Was sie im Getriebe der Weltpolitik, der Reaktionen und Gegenreaktionen bewirkte, ist eine andere. Er glaubte weder an starken Küstenschutz noch an die Kreuzer, die der Kaiser sich wünschte, um sie die sieben Meere befahren zu lassen. An aggressive Seemacht glaubte er, an die Fähigkeit zur Entscheidungsschlacht, an die in den Heimathäfen stationierte Schlachtflotte. Sie musste für Deutschland zur See das werden, was seiner Armee zu Lande war. Nicht, um Krieg zu führen. Tirpitz wollte den Krieg noch weniger, als die deutschen Generale ihn wollten. Diese, wenn sie ihn auch nicht wünschten, hielten ihn doch früher oder später für unvermeidlich, all die langen Jahre zwischen 1871 und 1914. Tirpitz tat das nicht. Im Gegenteil, die Flotte, in dem sie Deutschland Seegeltung gab, es bündnisfähig machte, sollte ein Gleichgewicht auch zur See herstellen und so den Frieden sichern. Einen stolzen Frieden, keinen von Britanniens Gnaden. Unsere Weltlage war doch so eindeutig, klagt im Rückblick der Admiral. Wir hörten ohne eine durch Seemacht gedeckte Industrie auch auf, eine festländische Großmacht zu sein. Ohne Seemacht blieb die deutsche Weltgeltung wie ein Weichtier ohne Schale. Bisher hatte Deutschlands Machtentfaltung auf dem breiten Rücken des britischen Welthandels und der britischen Weltherrschaft sich auf Widerruf vollzogen. So lange gab es keine wahre deutsche Autonomie. Nur eine Flotte, welche Bündniswert für andere Großmächte darstellte, also eine leistungsfähige Schlachtflotte, konnte unserer Diplomatie dasjenige Werkzeug an die Hand geben, das zweckentsprechend genützt unsere festländische Macht ergänzte. Ziel musste sein, die Errichtung einer Mächte-Konstellation zur See, die Schädigungen und Angriffe auf unsere wirtschaftliche Blüte unwahrscheinlich machen und den trügerischen Glanz unserer damaligen Weltpolitik zu einer wirklich selbstständigen Weltstellung umwandeln würde. Eine abschreckende Waffe, von der Diplomatie zweckentsprechend zu nutzen. Etwa das, was heutzutage gewisse Bomben sein sollen. Und immer um den Frieden zu sichern. Nur, dass die andere Seite es meistens anders versteht. Sich selber traut man, der andere traut einem nicht. Der hält sich an die äußeren Tatsachen. In der Nordsee erschien eine deutsche Flotte, beschränkt auf die Nordsee und mit der einzigen erkennbaren Aufgabe, es mit der englischen Flotte aufzunehmen. Die englischen Politiker vermerkten es mit Missbehagen. Dass Tirpitz es andersherum verstand, dass er nur eine Macht schaffen wollte, die England nicht ohne Risiko würde angreifen können, sein Risikogedanke, dass er Deutschland nur bündnisfähig machen wollte, solche Finessen änderten an der Tatsache nichts. Noch weniger konnten es die psychologischen Motive, die allenfalls mit dem Flottenbau zu tun hatten. Für sie ist das von Tirpitz gewählte Wort ebenbürtig bezeichnend. Deutschland sollte eine ebenbürtige Flotte haben, sollte selber ebenbürtig werden durch eine Flotte. Der Admiral war schon anno 1870 auf preußischen Schiffen gefahren und hatte damals mit Kummer beobachtet, wie wenig ernst die Briten die deutsche Seemacht nahmen. So auch der Kaiser. Das würde ein herrlicher Tag sein, an dem eine ebenbürtige deutsche Flotte der Englischen in gemeinsamen Manövern prachtvoll begegnen könnte. Da würden Admiralsuniformen ausgetauscht und Trinksprüche gewechselt werden und in ritterlicher Hochschätzung würden die königlichen Seeherren auseinandergehen. Ein Spiel, aber mit schwerem Spielzeug. Nicht bloß die vielen, die andere für sich denken lassen, auch Menschen ganz selbstständigen Geistes und Charakters sind den Behexungen der Zeit untertan. Das Flottenprogramm fand beim breiten Bürgertum begeisterte Aufnahme. Bei dem großen Gelehrten Professor Max Weber ebenso. Weber dachte hier wie Tirpitz, dass Macht und wieder Macht, jetzt aber in der eisernen Weltzeit die heraufdämmerte weltpolitische Macht, also Seemacht notwendig sei, um die deutsche Wirtschaft zu schützen. Nur völlige politische Verlogenheit und naive Optimismus können verkennen, dass das unumgängliche handelspolitische Ausdehnungsstreben aller bürgerlich organisierten Völker nach einer Zwischenperiode äußerlich friedlichen Konkurrierens sich jetzt mit Sicherheit dem Zeitpunkt wieder nähert, wo nur die Macht über das Maß des Anteils der Einzelnen an der ökonomischen Beherrschung der Erde und damit über den Erwerbsspielraum ihrer Bevölkerung, speziell auch ihrer Arbeiterschaft entscheidend wird. Der Sozialdemokrat, als den Max Weber sich sah, gab dem Kult der Macht sich ebenso sehr hin wie der kaiserliche Admiral, wie die Besitzer und Leiter der Schwerindustrie, wie die Journalisten der von ihr finanzierten Blätter, die Pastoren, die Turnlehrer, die Kaisergeburtstagsredner. Es versteht sich von selbst, dass die Bauaufträge der deutschen Industrie gewaltig zugute kamen. Und rüstig betrieb die Industrie durch alle ihre verfügbaren Einflusskanäle die Annahme der Programme durch den Reichstag. Dadurch, dass der Bau der durch die letzte Marinevorlage bewilligten Schiffe so beschleunigt würde, wie die deutschen Werften es überhaupt leisten könnten, so schrieb im Jahre 1901 der Präsident des Flottenvereins, würden nicht nur viele Industriezweige neue Aufträge erhalten, wodurch diese über Wasser gehalten, sondern auch in den Stand gesetzt werden, ihre Arbeiter zu beschäftigen und bereits Entlassene wieder einzustellen. Einer der wichtigsten Faktoren aber, die hier zur Sprache kommen, wäre der, dass durch den Auftrag neuer Kriegsschiffe und die dadurch herbeigeführte Belebung von Handel und Industrie die betreffenden Börsenkurse steigen, viel Werte gerettet und eine Konsolidierung des Marktes eintreten würde. Dergleichen lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Was bei der Sache stärker wog, die Spielsucht des Kaisers, der ernstere Ehrgeiz der Admirale, die geistigen Modestimmungen oder die Interessen der Panzerplattenproduzenten, weiß ich nicht. Es gehörte wohl alles zusammen, bildete eine Einheit, aus der sich nichts ausscheiden lässt. In die Flotte ist Ingenium und große Arbeit gegangen und es hat sich in ihrem Bau das deutsche technische Können bewährt. Leider nur dieses. In der Politik hat sie Unheil angerichtet. Als dann die Krise kam, zu der sie selbst so viel beigetragen, wurde sie zur Verzweiflung ihres Gründers überhaupt nicht eingesetzt. Weder zum Schutz des Deutschen Weltreiches, das im Nu verloren ging, noch zur Entscheidungsschlacht gegen England. Sie blieb eine der enormen Vergeudungen von Arbeit und Gut, zu denen die Völker sich so oft überreden lassen. Und nun die hastigen Landnahmen, die dem Geist des Flottenbaus entsprachen. Neue Protektorate, wirtschaftliche Einflusssphären, Kohlenstationen. 1898, Kiaochao an der chinesischen Küste. Im gleichen Jahr ein Versuch, die spanische Erbschaft im Pazifik anzutreten und die Philippinen zu besetzen, der von den Vereinigten Staaten vereitelt wird. Stattdessen Kauf der kleinen spanischen Inselgruppen, der Karolinen und Marianen. 1899, Erwerbung eines Teiles der Samoa-Inseln durch Vertrag mit England und Nordamerika. Lohnt es sich, diese Dinge überhaupt zu erwähnen? Die Herrlichkeit hat nur 15 Jahre gedauert. Sie konnte im Ernstfall nicht dauern. Sie war dazu bestimmt, die Flotte zu rechtfertigen, die ihrerseits jene Erwerbungen notwendig machen sollte. Noch der alte Wilhelm Liebknecht sprach es aus. Es handelt sich hier nicht um die Zwecke, welche öffentlich dargelegt sind. Nicht darum, dass wir ein kleines bisschen Land mehr haben, sondern darum, der unheilvollen Flottenpolitik, den ausschweifenden Flottenplänen, welche jetzt keine Basis haben, eine Basis zu geben. Ein Scheinweltreich. Ein Spielimperium, nicht unähnlich jenem, das Italien sich 30 Jahre später gewann. Ein Missverstehen der deutschen, wieder europäischen Möglichkeiten. Ein Nachahmen der anderen, neuen Weltstaaten, deren Gründungen ein wenig, aber freilich auch nur ein wenig solider waren. Es gab keine deutsche Autonomie, noch weniger als eine französische oder englische, die es im Grunde auch nicht gab. Aus dem engen Mittelgebiet Europas konnte nicht über die Ozeane eine Kraft ausstrahlen, die über Zehntausende von Meilen hinweg allerlei Inselchen, Buchten und kontinentale Fetzen zu einem deutschen Weltreich vereinigte. Es gab auch nicht das gefürchtete Zu-spät-Kommen bei der Teilung der Welt, denn diese Teilung der Welt, Afrikas, Chinas, des Pazifik unter den europäischen Mächten, war illusorisch. Wir sehen das nachträglich, durch Erfahrung belehrt und frei von der alten Behexung, vielleicht um einer neuen zu erliegen, die das Staunen der späteren ganz ebenso erregen wird? Nichts, was damals durch die Köpfe deutscher Weltpolitiker ging, war spezifisch deutsch. Es war die Anwendung einer überall herrschenden Denkmode auf deutsche Verhältnisse. Andere waren längst Weltmacht, suchten nur, sich passend zu arrondieren. Deutschland musste es erst noch werden, sehr, sehr spät beginnend, beinahe aus dem Nichts. Musste es werden, um nicht als völlig bedeutungslos auf der Strecke zu bleiben. Ungeheure Ländermassen kommen in den verschiedenen Weltteilen in den nächsten Jahrzehnten zur Verteilung. Die Nationalität, die dabei leer ausgeht, ist in der darauf folgenden Generation aus der Reihe der großen Völker, die dem Menschengeist seine Prägung geben, ausgeschieden. Solange diese Ansicht galt, sie wurde hier von einem anderen bedeutenden und noblen Gelehrten, dem Historiker Hans Delbrück, geäußert, musste auch die Folgerung gelten. Sehen wir nicht heute in der Weltraumforschung und allem, was dazu gehört, den gleichen fiebernden Drang an der Spitze zu sein, wenigstens aber mit dabei zu sein, um nicht in der folgenden Generation aus der Reihe der großen Völker, die dem Menschengeist seine Prägung geben, auszuscheiden? Solida, sinnvoller, nahm auf der Landkarte sich die deutsche Interessensphäre aus, die mit dem Schlagwort Bagdadbahn bezeichnet wurde. Eine Bahn, mit deutschem Kapital gebaut und quer durch das türkische Reich geführt, Mesopotamien und Kleinasien, mit dem Balkan, mit Österreich, mit Deutschland, Berlin, Bagdad verbindend und neue Märkte erschließend, das war etwas großartig Kompaktes und ganz im Sinn der schönsten Träume von 1848. Das schien auch im Notfall ungleich haltbarer als Reiche im Pazifik. Wenn Deutschlands Zukunft auf dem Wasser, in der Weltpolitik, überall lag, dann sollte sie auch und besonders im Nahen Osten liegen. Deutschlands Mission im Orient. Populäre Schriften wussten schön von ihr zu handeln, kaiserliche Gesten sie dramatisch zu unterstreichen. Aber auch hier entsprach die Wirklichkeit nicht den begeisterten Vorstellungen. Unsere Bagdadbahn war nur auf türkischem Gebiet ein deutsches oder halbdeutsches Unternehmen. Deutschland kontrollierte weder das Eisenbahnnetz noch den Handel der Balkanstaaten. In ihrer Bedeutung als Handelswege blieben Donau und Ostbahn bis 1914 weit hinter der ungleich billigeren Seeverbindung zurück, sodass die Türkei richtiger zu Deutschlands überseeischem Handelsgebiet als zu seinem Kontinentalen gezählt werden musste. Zudem kam 1914 der deutsche Handel mit der Türkei noch an vierter Stelle, weit hinter dem englischen und französischen. Die Idee des geschlossenen Großraumes, vom Rhein zur Donau, zum Balkan und nach Kleinasien, kam später. Eine Frucht des Krieges. Einstweilen trieb man Weltpolitik hier wie dort und überall. Dieselben Journalisten begeisterten sich für die Bagdadbahn und für das deutsche Kolonialreich in Afrika. Meister der neuen Weltpolitik war Bernhard von Bülow. Seit 1897 Staatssekretär des Äußeren, deutscher Reichskanzler von 1900 bis 1909. Ein Mann von Welt, dieser Weltpolitiker. Bülow besaß reiche diplomatische Erfahrung. Die verbindlichsten Manieren, gute Nerven, dreiste Selbstsicherheit, Autorität, Intelligenz, Witz, den kalten Egoismus des Höflings. Geheimrat Holstein, der Tyrann des Auswärtigen Amtes, charakterisiert in seinem Tagebuch den Rivalen und späteren Vorgesetzten mit diesen Worten. Bernhard von Bülow ist bartlos und teigig, mit unaufrichtigem Blick und meistens lächelnd. Hat keineswegs Gedanken im Vorrat für alle kommenden Fälle, eignet sich aber die Gedanken anderer an und gibt sie mit Gewandtheit wieder. Wenn Bülow einen gegen den anderen hetzen will, sagt er mit einschmeichelndem Lächeln, der mag sie nicht. Das Mittel ist einfach und fast unfehlbar in der Wirkung. Selbstgefällig wollte er allen gefallen und glaubte, dass es in der Politik nichts gäbe, was sich mit einiger Gefälligkeit nicht machen ließe. Wie euer Majestät ebenso richtig bemerkten, so begann er seine Vorträge für den Kaiser, welche dann oft das genaue Gegenteil von dem enthielten, was seine Majestät bemerkt hatte. Man mußte Wilhelms Prallereien zurechtbiegen, ohne ihn zu kränken, dem Parlament schmeicheln, ohne die schweren Gebrechen des deutschen Verfassungslebens zu heilen, das Deutsche Reich durch die Gefahrenzone in den Hafen einer gesicherten Weltmachtstellung führen, ohne die alten Weltmächte zu tief zu verdrießen. Das würde alles irgendwie gehen und, wie Tirpitz glaubte Bülow bis zu seiner Tageende, dass es gegangen wäre, wenn man ihn hätte machen lassen, dass er selbst die Verfassungsfrage allmählich gelöst hätte. Aber er löste nichts. Er hielt nur einen in sich unhaltbaren Zustand aufrecht, mit Geschicklichkeit. Seine achtenswerteste Leistung ist, dass er neun Jahre lang Reichskanzler blieb. Bismarcks Platz konnte niemand ausfüllen. Die Aufgabe war, Bismarcks Konstruktion zu ändern und dem Reich eine verantwortliche Regierung zu geben, die im 20. Jahrhundert eine parlamentarische sein mußte. Vielleicht war diese Aufgabe jetzt unlösbar. Bülow, der zugleich den byzantinischen Diener allerhöchst seines Herrn und den juvialen Volksmann spielte, ein verklatschter, boshafter Diplomat, war keinesfalls der Mann für die Aufgabe. Wie hätte er es sein können? Wie hätte Wilhelm II. einen Mann, der ihr gewachsen wäre, berufen können? Wo war er jetzt auch nur zu finden? Stattdessen gab es Außenpolitik. Sie nahm die Fantasie der Nation im neuen Jahrhundert mehr und mehr in Anspruch. Sie kitzelte die Nerven. Mit Gradunterschieden war das auch bei anderen Nationen Europas so. Nachdem man sich einmal auf das Missverständnis eingelassen hatte, den Nationalstaat als die höchste und letzte Einheit der Menschheit und seine Größe als den absoluten Zweck anzusehen, war aus dem aufreibenden Spiel kein Entkommen mehr. Drohungen und Anbiederungen, Expansionsversuche und Rückzüge, ständig wechselnde spekulative Kombinationen und am Horizont immer und immer das, woran alle glaubten und niemand, der Krieg. Schon seit Beginn der 90er Jahre zerfiel der Kontinent in zwei Bündnissysteme. Das deutsch-österreichisch-italienische und das französisch-russische. Dieses war die Antwort auf jenes und sollte auch vertraglich nicht länger dauern. Es lag in der Logik der Dinge. Man hat viel daraus gemacht, dass es Bismarck gelungen sei, die beiden Flügelmächte voneinander getrennt zu halten und durch einen Geheimvertrag aus dem Jahr 1887 Rückversicherung bei Russland zu suchen. Leider hätten dann Bismarcks unfähige Nachfolger den Vertrag nicht erneuert, so sei der Draht nach Russland abgerissen und der Zar habe wohl oder übel sein Heil in Paris suchen müssen. Und dies sei der Anfang alles Unglücks, welches nachkam. So gefiel es Bismarck. So Bülow die Sache zu sehen und so wird sie uns selbst heute noch von Historikern der Diplomatie gern dargestellt. Viel ist nicht daran. Russland und Frankreich waren schon zu Bismarcks Zeiten längst zueinander unterwegs. Auf diesen Weg trieb sie der Bismarck-Block der Mittelmächte. Wie denn eine Allianz, sei sie auch noch so friedlich gemeint, immer eine andere provozieren und so die Gefahr steigern wird, deren Beschwörung ihre Absicht war. Wenn Bismarck dieser Gefahr zu entgehen suchte, indem er selber immer auch gleich die Gegenallianz schloss, so konnte dies Spiel zu nichts Rechtem führen. Man hatte Allianzen oder keine. Hatte Deutschland eine ernste Allianz, so war es die mit Österreich-Ungarn. Dann konnten keine Verrenkungen auf die Dauer über ihre Folgen hinwegtäuschen. Zudem leistete ein Papier wie der Rückversicherungsvertrag im besten Fall wenig. Seine Existenz gab keine Sicherung gegenüber den wirklichen oder eingebildeten Interessen, Begierden, Leidenschaften der russischen Macht. Sein Wegfallen hinderte die deutsche Diplomatie nicht, neue Kontakte mit Russland zu suchen, was auch zwischen 1890 und 1909 noch reichlich geschah. Wenn diese zum Schluss alle versagten, warum würde dann das kunstvolle Geheimverträglein von 1887 im Ernstfall gehalten haben? Nicht Verträge bestimmten das Verhältnis zwischen beiden Mächten. Interessentaten ist oder das, was Diplomaten und Strategen als Lebensinteressen ansahen. Leidenschaftentaten ist. Der lüsterne Glaube, der sich auf beiden Seiten in vielen Köpfen einnistete, wonach ein Entscheidungskampf zwischen Slaven und Germanen unvermeidlich sei. Da nun die deutsche industrielle militärische Macht der russischen bei weitem überlegen war, da ferner ein deutscher Sieg über Russland das Gleichgewicht der Kräfte völlig zerstören und Deutschland zum Herren über Europa machen musste, so war es unvermeidlich, dass Russland und Frankreich zusammenhielten. Unvermeidlich, solange man überhaupt in den Begriffen von Gleichgewicht, Staat, Macht, Prestige und Größe dachte. Aus diesem Zauberkreis wollten allein die Sozialisten heraus, indem sie die Verbrüderung der Völker forderten und jene der internationalen Arbeiterschaft als schon gegeben annahmen. Aber ihr politischer Einfluss entsprach nicht der Größe ihres Versprechens. Um die Jahrhundertwende begannen englische Politiker zu denken, dass die Welt zu gefährlich geworden sei, um ganz allein in ihr zu wirtschaften und dass allianzartige Anlehnungen gesucht werden müssten. Frankreich schien aber als Bundesgenosse sich nicht anzubieten, mit dem hatte man in Afrika einen scharfen Interessenkonflikt. Russland, der alte Gegner im nahen und fernen Osten, noch weniger. Also Deutschland. Das deutsche Flottenprogramm war damals noch nicht so weit vorgeschritten, um in London panische Stimmungen zu verursachen. Und wenn zwischen England und Deutschland koloniale Streitigkeiten bestanden, so waren sie, verglichen mit dem russisch-englischen Weltkonflikt, sehr harmloser Natur. Hier schien eine große Gelegenheit. Die deutsche Diplomatie unter der Leitung Bülows entzog sich den englischen Angeboten. Bülow sagte niemals Nein. Er sagte nicht Ja. Er ließ Rückfragen stellen und wieder Rückfragen, forderte, was England nicht geben mochte, seinen einfachen, vollen Anschluss an den Dreibund, ließ die Sache im Sand verlaufen. In Berlin hielt man den englisch-russischen Konflikt für unlösbar, so daß man nie zwischen beiden Mächten würde zu wählen brauchen. Man wollte von allen geliebt, von allen gefürchtet sein, ganz unabhängig Weltmacht. Man befürchtete übrigens, als Englands kontinentale Schutzmacht gegen Russland missbraucht zu werden. Und diese Furcht war nicht ohne Grund. Die großen Entscheidungen im Leben sind ja mit Gefahren verbunden. Aber Weltstunden gibt es, in denen das Sich-nicht-entscheiden das gefährlichste ist. Und die Historiker haben wohl recht, welche meinen, daß das englische Bündnisangebot trotz der Unbestimmtheit seiner Form in einer solchen Weltstunde geschah. Das Deutsche Reich begab sich in Splendid Isolation, eben in dem Augenblick, in dem England sie aus gutem Grunde aufgab. Von Deutschland zurückgewiesen, schloss es mit anderen Mächten ab. 1901 mit Japan, 1904 mit Frankreich, 1907 mit Russland. Die beiden letzteren Abkommen waren keine Bündnisverträge, sie waren eher noch bescheidener als das, was England zwischen 1898 und 1901 den Deutschen geboten hatte. Bloße Bereinigungen imperialer Streitigkeiten, in Ägypten und Marokko hier, in Persien dort. Wenn aber in der verhexten Geschichte, welche mit der Explosion von 1914 endete, je einer Entscheidung fiel, so fiel sie damals. Geheime französisch-englische Militärabmachungen folgten denn auch nach. Keine bindenden, aber wirkliche. In Angst gejagt durch den deutschen Schlachtflottenbau, den es so verstand, wie misstrauische Menschen ihn verstehen mussten, abgestoßen durch die Prahlereien des Kaisers, das Wühlen der Alldeutschen, verhetzt auch durch den Schwindel und die Panikmacherei einer üblen Sensationspresse zu Hause, glitt England mählich ins französisch-russische Lager. Seit 1907, seit 1911 stand dem Dreibund die Triple Entente gegenüber. Die Triple Entente gab es nicht auf dem Papier, aber es gab sie, insofern sie wirkte und, wenn es zur Krise kam, wirken würde. Den Dreibund gab es auf dem Papier. In Wirklichkeit war es ein Zweibund, denn über Italiens Bundestreue, seine Sympathien und Begierden machte niemand sich Illusionen. Und sieht man über die Staatsgrenzen hinweg, so muss man sagen, dass die deutsche Nation gegen Ende des ersten Jahrzehnts nur noch einen einzigen Bundesgenossen hatte. Die Ungarn, die Madiaren. Eine sehr alte Schicksalsverbindung. Alles andere war Schemen geblieben. Ideen, die man aufgriff und wieder fallen ließ, Gelegenheiten, die man sich ansah, bis sie vorübergingen, die Kontinentale Liga, Frankreich-Russland-Deutschland, die eine Lieblingsidee des Kaisers gewesen war, das Englisch-Deutsche Bündnis, das Russisch-Deutsche, 1905 entworfen, aber nicht ratifiziert, von alledem blieb nur kahle Enttäuschung übrig. Als die Nebel der Pläne und Möglichkeiten sich lichteten, als die politische Landschaft harte Formen annahm, da lag die deutsche Zentralmacht allein und ringsherum feindliche Höhen. War das notwendig? Der Erzähler steht hier vor Kernfragen, die man nie bestimmt beantworten kann, die aber doch nie aufhören, uns zu beschäftigen. Sie betreffen den Sinn oder Unsinn der Geschichte selber. Gab es wirklich etwas wie einen unvermeidlichen Zweikampf zwischen Deutschland und England, in dem es nicht um spezielle Interessen ging, sondern um die Frage, kannst du mich töten oder kann ich dich töten? Anders gefragt, musste Deutschland sich isolieren, weil es sich in das feine Gleichgewichtsspiel nicht mehr einfügen konnte, weil es in der Tat Europa und durch Europa einen Teil der nicht-europäischen Welt beherrschen wollte und beherrschen wollen musste, so dass die Diplomaten, deren Stümperei die deutsche Isolierung widerwillig verursachte, doch unbewusst das taten, was in der Natur der Sache lag. Oder war das Ganze eine vermeidbare Eselei? Man kann nur meinen angesichts solcher Fragen. Eines ist sicher. Es war nicht britischer Handelsneid, der England in das französische Lager trieb. Allerdings tat die deutsche Konkurrenz den englischen Kaufleuten weh, aber Deutschland war selbst der beste Abnehmer der englischen Industrie und umgekehrt. Ferner waren die englischen Politiker ökonomisch längst nicht so ungebildet, um zu glauben, die Vernichtung eines Konkurrenten würde die eigene Wirtschaftslage verbessern und ein europäischer Krieg auf Leben und Tod könnte ein gutes Geschäft sein. Noch auch gab es eine ursprüngliche Feindschaft gegen die Deutschen, eine Verschwörung, sie nicht hochkommen zu lassen. Im Gegenteil. Deutschland war unter Angelsachsen im 19. Jahrhundert ganz ausgesprochen beliebt gewesen. Die unbeliebten Länder waren Frankreich und Russland. Frankreich, das revolutionär-imperialistische, hohe Lose, Russland, das fremde, barbarische, despotische. Wenn die angelsächsischen Sympathien zunächst noch dem romantischen, idyllischen, zivilisatorisch ein wenig zurückgebliebenen Deutschland galten, so galten sie später auch dem Lande der Wissenschaft, des Fortschritts, der verlässlichen Leistung, nachdem die großen Veränderungen des deutschen Lebens allmählich bekannt geworden waren. Immer war es Sitte, Deutschland zu bewundern, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, wieder in den 1920er Jahren. Ich glaube auch im Moment, in dem dies niedergeschrieben wird. Erst in den letzten zehn oder zwölf Jahren vor 1914 hat Deutschland sich dies plus in England verscherzt. Die Deutschen verloren ihre Sympathien in der Welt, weil sie glaubten, sie nicht zu besitzen und prahlerisch versicherten, ihrer nicht zu bedürfen. Sie taten nichts Böseres, als was die anderen auch taten. Sich in China festzusetzen, Pachtgebiet an der Küste mit der hinterliegenden Einflusszone war die Mode. Russland, Frankreich, England hielten sich an sie so gut wie Deutschland. Das deutsche Weltreich im Pazifik war mehr oder weniger eine Spielerei, aber eine harmlose. Sogar konnte es den Engländern willkommen sein, weil es, völlig abhängig von Englands gutem Willen, wie es war, ein Pfand für das gute deutsche Verhalten bot. Der Bau der Bagdad-Bahn war eine jener Leistungen des Wirtschaftsimperialismus, die man nur positiv bewerten kann. Es gab keinen Rechtsgrund, keinen moralischen Grund, warum deutsche Industrie sich nicht in der Türkei sollte nützlich machen dürfen, zu ihrem eigenen und anderer Leute Vorteil, wie denn auch fremdes Kapital an dem Unternehmen beteiligt war. Wenn Deutschland zweimal, 1905 und 1911, auf seiner wirtschaftlichen Gleichberechtigung in Marokko bestand, das allmählich zur französischen Einflusszone wurde, so waren hier seine Methoden dramatischer als gerade notwendig, aber warum sollte der deutsche Handel, der nun an sich entschieden mehr zu bieten hatte, als der französische, von Nordafrika ausgeschlossen werden? Auch die sogenannte bosnische Krise von 1908, 1909 war, betrachtet man sie mit der Unparteilichkeit, welche der zeitliche Abstand von diesen verstaubten Sensationen doch nun wohl mit sich bringt, keine so überaus böse deutsche Machination. Die ehemals türkischen Provinzen Bosnien und Herzegowina befanden sich seit vollen 30 Jahren unter der Verwaltung des Habsburger Reiches, ein Zustand, der vom Berliner Kongress herstammte und damals von allen Großmächten bestätigt worden war. Ihre Annexion durch Österreich schuf keine neue Tatsache, sie gab nur dem längst Vertrauten einen endgültigen Namen. Zudem erfolgte sie aufgrund einer geheimen österreichisch-russischen Abmachung. Diese brachte den Russen den erhofften Tauschpreis, Freiheit, jederzeit Kriegsschiffe durch die Dardanellen zu schicken, nicht ein, aber nicht durch deutsche Schuld, sondern weil England von einer Veränderung des mehrengen Statuts nichts wissen wollte. Dass die Annexion von Bosnien so ungeheure Aufregung in Serbien und Russland und selbst in Frankreich hervorrief, dass monatelang um ihretwillen von einer allgemeinen Kriegsgefahr die Rede sein konnte, zeigt uns, wie erhitzt und verdummt die europäische Atmosphäre schon geworden war. Schließlich stellte sich die deutsche Diplomatie hinter Österreich mit einer so drohenden Bestimmtheit, dass sich Russland zur Anerkennung des Schrittes bequemte. Es war die letzte politische Handlung des Reichskanzlers Bülow und er scheint gespürt zu haben, dass man ein solches Auftrumpfen nicht unbegrenzt wiederholen konnte. Denn er sagte bei seiner Abschiedsaudienz zu Wilhelm, »Wiederholen Sie nicht die bosnische Aktion«. Er meinte, die Aktion, in irgendeiner Sache bedeutend oder nicht, den deutschen Willen durchzusetzen, die deutsche Macht zu erproben. Darauf lief es jedes Mal hinaus. Die marokkanische Frage war materiell für Deutschland so wichtig nicht. Es ging darum zu beweisen, dass keine ernsthafte Frage in der Welt ohne den deutschen Kaiser entschieden werden konnte. Das war das wiederkehrende Motiv. Es wurde umso stärker, je isolierter Deutschland sich fühlte. Das Resultat waren Pyrrhos Siege, Halbsiege, mehr oder weniger wertlose Konzessionen, die man ihm in Afrika machte, der Rücktritt eines feindlich gesinnten Außenministers in Paris und so fort. Verbunden mit dem heimlichen Entschluss, auf der Gegenseite das nächste Mal besser aufzupassen, gegen das Auftrumpfen der überenergischen Zentralmacht geeignete Vorkehrungen zu treffen. In jedem einzelnen Fall ließ sich für die deutschen Forderungen etwas sagen. Es waren keine unmäßigen. Andere forderten mehr und bekamen mehr. Welchen Gewinn hatte Deutschland aufzuweisen, der sich auch nur mit den neuesten französischen Erwerbungen, Tunis und Marokko vergleichen ließ? Das war die Ungunst der deutschen Lage. Es war nun stärker, konzentrierter als alle seine Nachbarn, aber es lag in der Mitte. Es konnte sich nicht ausdehnen, ohne die alte Ordnung zu sprengen. Krieg wollte es nicht. Hätte es den Krieg gewollt, hätte es ihn auch nur für an sich wahrscheinlich gehalten, so hätte es um 1900 seinen Pakt mit England gemacht, den es nicht machte, gerade weil es fürchtete, von England in den Krieg gegen Russland gezwungen zu werden. Hätte es auf Krieg gegen die Westmächte hingesteuert, so gab es 1905 dazu die schönste Gelegenheit. Damals war Russland durch seine Niederlage im Osten und durch innere Revolution völlig paralysiert. Aber kein Gedanke daran. Genauer gesagt, Gedanken wohl. Reden über Krieg und Kriegsmöglichkeiten wohl. Aber kein Schritt zur ruchlos-kühnen Tat in einem Moment, wo sie Erfolg versprechen konnte. Nur diplomatische Siege oder Scheinsiege. Nur beweisen, dass man da war und kräftig mitsprechen konnte, trotz der Vereinsamung, in die man sich endlich manövriert hatte. Das war die Lage. Und blieb es bis tief in den Monat Juli des Jahres 1914 hinein. Sie wurde verschlimmert durch das persönliche Treiben des Kaisers, der vergnügungssüchtig und arbeitsscheu, wie er war, sich in der Außenpolitik doch oft das letzte Wort vorbehielt, noch häufiger das erste und zweite. Improvisierte, hineinfuschende Worte. Seine Reden, Interviews, Telegramme waren Katastrophen der Diplomatie. Was er daher schnarrte gegen Schwarzseer und die Scheelsucht des Auslandes von schimmernder Wehr, Weltmacht, trockenem Pulver und scharfen Schwertern, machte das Land gefürchtet und unbeliebt. Es machte es lächerlich. Ein erster Patriot, Professor Max Weber, schrieb im Jahre 1906 an seinen Freund Friedrich Naumann, Das Maß von Verachtung, welches uns als Nation im Ausland, Italien, Amerika, überall, nachgerade mit Recht, das ist das Entscheidende, entgegengebracht wird, weil wir uns dieses Regime dieses Mannes gefallen lassen, ist nachgerade ein Machtfaktor von erstklassiger, weltpolitischer Bedeutung für uns geworden. Jeder, der einige Monate lang die fremde Presse liest, muss das bemerken. Wir werden isoliert, weil dieser Mann uns in dieser Weise regiert und wir es dulden und beschönigen. Das Schlimmste war, dass der Kaiser und sein Admiral die britischen Versuche zu einer Begrenzung des Wettrüstens zur See zu gelangen, unbeirrbar vereitelten. Ich kann und will John Bull nicht erlauben, mir das Tempo meiner Schiffsbauten vorzuschreiben. Auch das war nicht böse gemeint. Vom Kaiser im Sinn eines veralteten Ehrenkodex, des reizbaren Eigensinns, der Freude am Spielzeug. Von Tirpitz aus dem brennenden Ehrgeiz des Mannes, der Deutschland die Seemacht, die Seemacht und wieder die Seemacht schaffen wollte, wobei er allenfalls bereit war, England einen bescheidenen Vorsprung einzuräumen. Den Engländern genügte das nicht. Es gehören zwei Seiten zu jedem Konflikt. Und grundfalsch wäre es, allein die deutsche Diplomatie verantwortlich zu machen für die Machinationen und Ängste, welche in dem Jahrzehnt vor 1914 die europäische Atmosphäre vergifteten. Das außenpolitische Machtstreben ist wesentlich irrational und stößt sich an Fremdem, welches ebenso irrational ist. Irrational. Nicht vernünftig. Wären sie vernünftig, stünden dahinter nicht immer Spieltrieb, Machtwille und Todesangst. So könnte ein Kompromiss zwischen ihnen gefunden werden. Der Wettbewerb von Kaufleuten lässt sich regeln, durch vernünftige Abmachungen begrenzen, weil er dem an sich vernünftigen Zweck des Geldgewinns dient. Der Wettbewerb von Machtstaaten nicht. Aber zum Wettbewerb zwischen Machtstaaten gehören mehrere, die alle auf ungefähr gleichem moralischem Niveau stehen. Deutschland war nicht weise vor 1914. Wären die anderen weiser gewesen, so hätten sie sich aus dem verhexten Kreis des Macht- und Ehrenstreites erheben und Deutschland mit sich reißen können. Nur dadurch, dass mehr als nur einer um Herrschaftserweiterung und Ehre sich ereifert, werden Herrschaft und Ehre zu begehrenswerten Gegenständen. Den Franzosen war ihre Größe so heilig wie den Deutschen die ihre. Und sie agierten ebenso rüstig für sie, nur mit etwas mehr Geschicklichkeit und mit besserem Erfolg. Das russische Machtstreben vollends war um kein Haar besser als das deutsche. Es war viel wüster, viel maßloser und es wuchsen ihm trübe Kräfte zu, aus einer inneren Gärung und Verrottung, im Vergleich mit der das deutsche Verfassungsleben als Gesundheit selbst erschien. So waren sie alle, die neuen Großmächte und die alten, die gerne Großmächte und die Zwergstaaten, Deutschland und Russland, Italien und Serbien und Montenegro. Sie alle wollten ihren Nachbarn diplomatische Niederlagen beibringen, ihre Herrschaftsgebiete erweitern, hier mit diesem und dort mit jenem Vorwande, ihre Schützlinge schützen, ihre unerlösten Brüder erlösen, ihre Nationalhymnen erklingen lassen, wo sie bisher nicht erklingen durften, ihre Fahnen aufpflanzen, wo sie bisher nicht wehten, ihre Polizei kommandieren lassen, wo sie bisher die Leute nicht drangsalieren durfte. Sie alle wollten ihre Armeen vergrößern und ihre Kanonen verbessern und für den Krieg, der ja doch einmal kommen musste, alle ausdenkbaren Vorbereitungen treffen. Schwach war die Gegenbewegung. Es gab sie überall, gute, wohlmeinende, wohlredende Pazifisten, in Russland, Europa, Amerika, nicht zuletzt in Deutschland. Aber wenn ein russischer Außenminister sie als Sozialisten, Juden und hysterische Weiber bezeichnete, so hatte er das Bürgertum überall auf seiner Seite. Nahm die Diplomatie pazifistische Bestrebungen auf, traf sie sich zu internationalen Friedenskonferenzen, in Haar 1899 und wieder dort 1907, so war sie nicht ernsthaft, sondern mit Zynismus oder Heuchelei bei der Sache. Die Russen fingen das Ding an, teilweise um aus einer vorübergehenden internationalen Rüstungsbegrenzung finanzielle Vorteile zu ziehen, falls aber nichts daraus würde, anderen Mächten das Odium des Scheiterns zuzuschreiben und selber in edlem Licht zu erscheinen. Die Ergebnisse beider Konferenzen waren dann auch danach. Ein Schiedsgerichtshof, dem die Mächte ihre Streitfragen vorlegen durften, aber nicht mussten und, falls ihre Ehre engagiert wäre, vorzulegen sich ausdrücklich weigerten. Die Verdammung gewisser grausamer Waffen, um die im Ernstfall sich niemand kümmerte. Beide Male lehnten die Deutschen es ab, Rüstungsbeschränkungen auch nur zu diskutieren, womit sie einen diplomatischen Fehler begingen. Sie taten das, was im Sinn aller war, aber ehrlicher, gröber, entschiedener als die anderen. Die deutsche Macht fühlte sich erst noch im Kommen, nicht schon lange da und wesentlich erfüllt wie die englische. Dauernde Rüstungsbeschränkungen hätten den Sinn gehabt, die Verteilung der Gewichte und Rechte auf Erden, so wie sie im Augenblick war, künstlich zu fixieren. Das wünschte im Grunde niemand, aber die Deutschen am wenigsten. So war ihre Lage. Darum verneinten sie derb und offen, was andere heuchlerisch bejahten. Als man einen sehr freisinnigen und kritischen deutschen Historiker, Hans Delbrück, Jahrzehnte später fragte, warum er sich nicht für die Ziele der Haacher Friedenskonferenz eingesetzt hätte, gab er die bezeichnende Antwort, das haben wir absichtlich unterlassen, denn wir waren in Deutschland noch ein junges Volk, das eine große Zukunft hatte und das sich seine Zukunftsmöglichkeiten nicht durch derartige Institutionen abschneiden lassen zu können glaubte. Parlament und Macht Unmittelbar wurde die äußere Politik von einigen wenigen Menschen bestimmt, vom Kaiser und jenen, die sein Ohr hatten, vom Reichskanzler, vom Staatssekretär des Äußeren, von einigen Räten des Auswärtigen Amtes. Unter ihnen besaß in der Zeit von Bismarcks Sturz bis zu seiner eigenen Entlassung im Jahre 1906 den stärksten Einfluss der Geheimrat von Holstein. Ein intriganter, lichtscheuer Mann. Es ist später Mode gewesen, diesem heimlichen Tyrannen die Hauptschuld an der Katastrophe der deutschen Außenpolitik zuzuweisen. Hierzu kann aber der Erzähler sich unmöglich überreden. Die deutsche Diplomatie schwebte nicht in der Luft, ein leichtes, leeres Ding, welches ein grauer Beamter hierhin und dorthin hätte stoßen können. Die großen, wirklichen Energien der Nation, ihre wirtschaftliche Macht, ihr Geist gingen in sie ein und machten sie zu dem, was sie war. Nicht einzelne Beamtenirrtümer sind es gewesen, was schließlich zur Isolierung des Reiches führte. Weder die Auflösung des Rückversicherungsvertrages noch das Nicht-Eingehen auf ein englisches Bündnisangebot. Die beiden Fehler, die allenfalls auf Herrn von Holsteins Schuldkonto kommen. Eine lange Kette von Erfahrungen, von Pressionen und eigenen Reaktionen, ein tiefer, breiter, allmählicher Prozess hat England zu seiner eigenen Überraschung reif gemacht für den Entschluss von 1914, der dann ein Vierteljahrhundert später wiederholt werden sollte. Eben dies, dass er nicht einmal, sondern zweimal gefasst wurde, allen guten Vorsätzen zum Trotz, zeigt uns, dass es kein willkürlicher Entschluss war und dass er auch nicht deutscherseits durch ein paar oberflächliche falsche Diplomaten-Schachzüge verursacht wurde. Überhaupt war es ja nicht so, dass ein tyrannisches, volksfremdes Regiment einem weisen Volk gegenüber gestanden und es wieder seinen Willen auf der Bahn des Verderbens vorwärts gestoßen hätte. Dergleichen gab es im frühen 20. Jahrhundert unter so wohlhabenden, zivilisierten, gebildeten Menschen wie den Deutschen nicht. Erlaubte auch das preußische Staatsrecht noch dem König von Preußen, sich als Monarch von Gottes Gnaden darzustellen, gab das Spiel des preußischen Verfassungslebens dem Adel Einflussmöglichkeiten, die im Glauben des Volkes längst keine Rechtfertigung mehr fanden, es spielten doch tausend Fäden zwischen Regierenden und Regierten. Von Wilhelm II. kann man wohl sagen, dass er nicht den Geist, aber doch einen Geist, der damals im Volke umging, genau und glänzend repräsentierte. Mit dem Reichstag ferner stand es so, dass, wenn er das Zeug dazu gehabt hätte, er das parlamentarische oder demokratische Regierungssystem jetzt hätte erzwingen können. Das Zeug fehlte ihm. Er war längst heruntergekommen, durch Schuld des bismarckschen Systems, des öffentlichen Geistes, der Wähler, gleich viel. Er war in sich zerteilt, gewohnt nur noch nach den materiellen Interessen seiner Auftraggeber zu schauen und das Übrige denen da oben zu überlassen. Nicht gewohnt, die Macht auszuüben, viel weniger kühn nach ihr zu greifen. Man kann das auch umkehren und sagen, hätte er selbst die ganze Macht gewonnen, so hätte dies, so wie er nun einmal war, noch längst keine glückliche Führung des Reiches garantiert. Eine nicht allzu ferne Zukunft sollte es lehren. Die Reichskanzler suchten sich ihre Mehrheiten, wie sie konnten. Die Parteien ließen sich ihre Mitarbeit bezahlen, wenn nicht im Felde der Gesetzgebung, dann durch Vergebung von Stellen an ihre Mitglieder. Wie zu Bismarcks Zeiten gab es wesentlich zwei Kombinationsmöglichkeiten. Konservative und Zentrum, Konservative und Liberale. Zu der letzteren Verbindung mussten nun auch die Linksliberalen genommen werden, Freisinnige oder Fortschritt, wie sie abwechselnd hießen. Mit diesem Block regierte Bülow von 1906 bis 1909, wobei er eine scharfe, wie immer vergebliche Wendung gegen Zentrum- und Sozialdemokraten nahm. Eine dritte Möglichkeit wurde von nachdenklichen Leuten propagiert. Das Bündnis aller Liberalen mit den Sozialdemokraten. Ungefähr das, was in den 20er Jahren die Große Koalition genannt wurde. Sie hofften auf diese Weise zu einer Parlamentarisierung, einer faktischen Änderung der Reichsverfassung zu gelangen. Hindernisse von arger Zähigkeit wären immer zu überwinden gewesen. Noch waren ja die Dinge des Reiches mit den Preußischen auf das Ängste verflochten. In Preußen aber genossen, dank der erblichen Mitgliedschaft im Herrenhaus und dank dem Drei-Klassen-Wahlrecht, die Konservativen eine Stellung, welche dem Monopol der Macht nahe kam. In Preußen mit den Konservativen, im Reich mit den Sozialdemokraten zu regieren, das hätte auch ein Politiker von der Wendigkeit Bülows nicht fertiggebracht. Auch dachte er nicht daran, wenngleich er es nicht unter seiner Würde erachtete, die Führer des rechten Flügels der Partei gelegentlich in ein hultvolles Gespräch zu ziehen. Des rechten Flügels. Den gab es. Die Sozialdemokratie war nun nicht mehr das Kampfinstrument aus einem Guss, das sie unter den Hammerschlägen der Bismarckzeit gewesen war. Eine riesige, in sich sehr vielfältige Organisation war sie geworden, die auf ihren Parteitagen zwischen Persönlichkeiten, Auffassungen und Richtungen kunstvolle Brücken schlagen musste. Der sogenannte Revisionismus erschien um die Jahrhundertwende, in seiner theoretischen Form hauptsächlich in den Schriften von Eduard Bernstein. Revisionismus. Zu revidieren galt es die marxistische Unterlage des Programms. Man müsse nun, meinte Bernstein, gewisse Irrtümer der wirtschaftlichen und politischen Doktrin als solche anerkennen und daraus die praktischen Folgerungen ziehen. Es sei nicht wahr, dass die Lebensbedingungen der Arbeiter sich unter dem Kapitalismus immer nur verschlechterten. Im Gegenteil, es gehe ihnen dank ihrer eigenen Anstrengungen zusehends besser. Es sei nicht wahr, dass die kapitalistische Entwicklung alle Mittel- und Kleinbetriebe vernichte. Es gebe deren noch immer so viele wie ehedem, wenn auch teilweise in anderen oder neuen Gebieten der Produktion. Es sei nicht wahr, dass die Reichen immer weniger, die Armen immer mehr und immer ärmer würden, und so fort. Es sei kurzum nicht wahr, dass der große Zusammenbruch unvermeidlich herannahe. Die Folgerung? Man müsse den Gedanken der plötzlichen, gewaltsamen Gesamtveränderung, der kommunistischen Revolution fahren lassen und sich auf ergiebige praktische Arbeit innerhalb der bestehenden Ordnung konzentrieren, welche so allmählich sich in eine sozialistische verwandeln werde. Als Theorie hat der Revisionismus sich nicht durchsetzen können. Gar zu bestechend in ihrer allumfassenden, allwissenden Einfachheit war die Marx'sche Lehre. Vor aller Welt einzugestehen, dass sie falsch war, darauf lief es hinaus, und dass der deutsche Arbeiter, um sich selber zu helfen, des ganzen gelehrten Rüstzeugs der marxischen Philosophie nicht bedurfte, das war mehr, als die alten Führer der Partei vermochten. Zumal ja in Deutschland noch immer viel geschah, was die Lehre vom Klassenkampf zu bestätigen schien. Zum Marxismus hatte Bebel sich spät bekehrt. Er war nicht der Mann, nun auf seine ältesten Tage noch umzulernen. Und er hatte seine Leute fest in der Hand. Auf dem Dresdner Parteitag 1903 wurde Bernsteins Kritik von der großen Mehrheit der Delegierten verworfen. Aber wirkliche Klarheit schaffte das nicht. Indem die Verurteilung der Ketzer sich gegen etwas richtete, was sie nicht empfohlen hatten, die Teilnahme von Sozialdemokraten an den Regierungen der Bundesstaaten, konnten selbst die Revisionisten für den Beschluss stimmen, von dem sie sich gar nicht betroffen fühlten. Was sie versucht hatten, war, die Theorie in Einklang mit der sich verändernden Praxis zu bringen. Die Theorie blieb die alte. Aber die Praxis entsprach ihr nicht und konnte ihr nicht entsprechen. Revolutionär war die Theorie, die Praxis revisionistisch oder gar nichts. Wie sollte es anders sein? Wie sollte eine Partei, zu der nun nahezu ein Drittel aller Deutschen sich mit dem Wahlzettel bekannte, sich mit der bloß negativen Rolle begnügen können, die Bourgeoisie als Menetekel zu schrecken? Die taktische Lage in den Bundesstaaten führte zu Wahlbündnissen, einmal mit den Fortschrittlern, einmal mit dem Zentrum. Wahlbündnisse brachten Siege und Siege Verpflichtungen. Man musste das Budget verabschieden, in den Präsidien der Landtage Platz nehmen, sogar zu Hofe gehen. Man musste in den Kommissionen der Parlamente, in den Stadträten, sich mit tausend notwendigen und nützlichen Dingen befassen. Und man musste ein Herz aus Stein haben, um bei solcher Tätigkeit doktrinär der kommenden Revolution zu bleiben und nichts weiter. Im Reich lag es etwas anders. Hier gab es bis 1912 keine Wahlbündnisse und war die Stimmung intransigenter. Scheidemann, 1912 in das Präsidium des Reichstags gewählt, erregte einen Sturm dadurch, dass er sich weigerte, dem Kaiser den üblichen Besuch abzustatten. Trotzdem legte selbst Bebel bei aller Unbeugsamkeit seiner Grundsätze Wert darauf, dass der neue Vizepräsident sich seiner Aufgabe würdig unterzöge. Haben Sie denn einen anständigen Gehrock? Aber auch im Reichstag war die Partei längst zur positiven Detailarbeit, zum Studium und zur Kritik der einzelnen Budgetposten übergegangen. Es war die zweite Generation, die sich hier hervortat. Männer, die in der Epoche des Sozialistengesetzes jung gewesen und nicht mehr völlig von ihr geprägt worden waren. Ebert, Scheidemann, Noske, Otto Braun. Noske, Reichstagsabgeordneter seit 1906, hat sich später gerühmt, das Wort Marxismus in seinen Reden und Artikeln überhaupt nie in den Mund genommen zu haben. Er war nicht einmal Revisionist, weil das, was es zu revidieren gab, die Theorie, ihn gar nicht interessierte. Die praktische Arbeit interessierte ihn. Der Heeresetat, der Marineetat, die Kolonien, alles das, womit er als fleißiger Volksvertreter sich zu befassen hatte. Wenn sein Fall ein Extremer war und auch später bleiben sollte, so kam doch der Typ des jüngeren sozialdemokratischen Politikers oder Gewerkschaftlers ihm näher als dem Typ des radikalen Doktrinärs. Bebel starb 1913. Sein Nachfolger als Parteivorsitzender wurde Friedrich Ebert. Kein Revisionist, dem Namen nach, aber ganz der Praktiker, der zwischen den streitenden Richtungen vermittelte, weil der Streit ihm nicht der Mühe wert schien. Der Mühe wert war der Streitwohl. Es wäre besser gewesen, wenn die Partei auf die veralteten theoretischen Grundlagen ihres Programms mit mutiger Klarheit verzichtet hätte. Das dringend Wünschbare und Erreichbare, die Demokratisierung des Staates und der Ausbau der öffentlichen Wohlfahrt waren eine Sache. Die Weltrevolution war eine andere, den wirklichen deutschen Zuständen schlechterdings nicht bekömmliche. Man lebte ja nicht mehr im Jahre 1847, als solche großen, wagen Träume dem Zeitgeist und der noch unentwickelten Realität entsprochen hatten. Und es tut uns nie gut, das eine praktisch zu tun, das andere zu glauben, oder nicht einmal zu glauben, sondern mit ungeglaubten, ererbten Worten zu bekennen. Die deutschen Liberalen hatten versagt. In die Sozialdemokratie gingen nun ungeheure Energien. Sie vereinigte bei weitem die größte Zahl der Wähler auf sich. Ihr Versprechen war es, die deutschen Dinge in Ordnung zu bringen. Das hätte sie trotz aller Widerstände vielleicht gekonnt, wenn sie sich als demokratische Partei des sozialen Fortschritts konstituiert hätte. Oder wäre dann auch sie den kümmerlichen Weg der alten Fortschrittspartei gegangen? War es eben ihr Charakter als doktrinäre, geschlossene, antibürgerliche Arbeiterpartei, was ihr Stoßkraft gab? Sodass derselbe Wind, der ihr Segel schwellte, auch ihre Fahrt hemmte, ihre Energien lähmte? Das sind im Rückblick Fragen zum Nachdenken, nicht zum Entscheiden. So wenig wie andere Parteien hatten die Sozialdemokraten die deutsche Außenpolitik zu lenken. Sie konnten sie nur mittelbar beeinflussen durch Kritik, Verweigerung und Budgetposten, Bewegung der öffentlichen Meinung. Kritik aber, von einer so gewaltigen Organisation kommend, hatte auf die Dauer konstruktiv zu sein. Sie musste durchblicken lassen, wie man es selber denn machen würde, wenn man die Verantwortung trüge. Und wieder reichte zu einer solchen positiven Durchdringung von Deutschlands politischen Sorgen die alte Marx'sche Theorie keineswegs aus. Was sich von Marx allenfalls ableiten ließ und was Lenin damals aus ihm ableitete, war ein Verstehen der Weltpolitik und des Imperialismus aus zwangsläufig so und nicht anders sich auswirkenden wirtschaftlichen Interessen. Die Sozialdemokraten verwiesen dann auch wacker auf die propagandistischen Machenschaften der Schwerindustrie, auf die übertriebenen Gewinne, welche sie aus dem Flottenbau zog, auf die korrupte Verwaltung der Kolonien. Die Unvermeidlichkeit aber von Korruption, Imperialismus, imperialistischen Zusammenstößen, welche in der Marx'schen Theorie lag, nahm sie nicht hin. Im Gegenteil, sie redeten mit kräftiger Stimme zum Guten. Derselbe Mann, August Bebe, der 1870 sich gegen die Annexion von Elsass-Lothringen mit prophetischen Worten erhoben hatte, eiferte 1903 gegen die Tirpitzsche Flottenpolitik, gegen den sich in Deutschland breitmachenden England-Hass. Er geißelte noch 1911 das deutsche Auftrumpfen in Marokko. Er sah nichts Unvermeidliches in alledem. Er wünschte Freundschaft zwischen England und Deutschland, ganz ebenso wie liberale Finanzen Finanzleute, Exporteure, Aristokraten und Professoren sie wünschten. Er war nicht schadenfroher Beobachter, wie der folgerichtige Marxist inmitten der kapitalistischen Gesellschaft hätte sein müssen, sondern Warner und Helfer. Ein wohltuender Widerspruch, aber ein Widerspruch doch. Die Sozialdemokraten bekannten sich zum Vaterland, nach Marx ein bürgerlicher Schwindel und trotz ihrer Kritik einzelner Militärvorlagen zur Landesverteidigung. Zwar hielten sie engen Kontakt mit ihren Schwesterparteien im Westen und galt ihnen noch der alte Plan, wonach im Ernstfall ein internationaler Generalstreik die Kriegsmaschinen lähmen sollte, für den noch ernsteren Fall aber, etwa für den Fall eines russischen Angriffs, waren sie auch zu kämpfen bereit. Eine Tradition, die sich wohl auch auf Engels berufen konnte. Sollte es jemals gegen Russland losgehen, versicherte Bebel, so werden wir Sozialisten marschieren wie eine Knoche, Worte eines Mannes, der geistig noch mit dem Jahre 1848 in Verbindung stand. Aber nun bezogen auf eine Situation, in der Russland mit Frankreich militärisch verbündet war. 1913 stimmten die Sozialdemokraten im Reichstag für das Wehropfer, eine Vermögenssteuer, durch welche die Kosten einer neuen Heereserweiterung gedeckt werden sollten. Das war damals nichts grundstürzend Neues mehr, es floss aus einer Haltung, die längst und allmählich sich in der Partei eingebürgert hatte. Deutschland war vielfach geteilt. Es war nicht zwiefach geteilt in Sozialisten hier und alle anderen dort. Eine solche Zweiteilung hätte der marxischen Theorie entsprochen, aber nicht dem Geist des Volkes, nicht der reichen gesellschaftlichen Wirklichkeit. So sind die Sozialdemokraten denn auch von der imperialistischen Welle schließlich nicht ganz unberührt geblieben. Von ihrer grundsätzlichen Ablehnung des Kolonialismus gingen sie über zu einer Kritik im Einzelnen, was bedeutete, dass Einzelnes besser gemacht werden sollte und konnte. Es hat sich dann auch, nicht zuletzt dank sozialdemokratischer Kritik in der Verwaltung der deutschen Kolonien, manches gebessert. Die Verelendungstheorie stimmte nicht einmal dort, viel weniger zu Hause. Der deutsche Arbeiter lebte besser, als er je gelebt hatte. Das hing zusammen mit, hing ab von den Erfolgen und Gewinnen der deutschen Industrie. Wenn es nun zutraf, was damals beinahe alle Welt glaubte, dass die deutsche Industrie möglichst unabhängig sein musste vom politisch stets bedrohten, stets schwankenden Weltmarkt, dass ihre Rohstoffzufuhr und Absatzmärkte durch das Deutsche Reich gesichert werden mussten, dann konnten die Vertreter der Arbeiterschaft Schutzgebiete und Einflusszonen kaum noch unbedingt ablehnen. Es hieß dann besser machen, gerechter machen, möglichst ohne Säbelrasseln machen, aber es hieß nicht mehr gar nichts machen. So sehen wir denn Männer wie Gustav Noske das deutsche Kolonialreich geradezu bejahen, Männer wie Philipp Scheidemann sich für die Bagdad-Bahn begeistern, die da einst das deutsche Arbeitsvolk mit Getreidewerde versorgen müssen. Hier war kein absoluter Gegensatz mehr zwischen dem Gebaren des Deutschen Reiches und seinen innerdeutschen Kritikern. Gefordert wurde die Demokratisierung des Staates, nicht völliger Umsturz und Neubeginn. Die Demokratisierung des Staates Im Spätherbst des Jahres 1908 konnte es ein paar Tage lang den Anschein haben, als ob sie auf schnellem Wege sei. Der Anlass war ein Trivialer. Eine jener Äußerungen des Kaisers, wie er in 18 Jahren so manche getan hatte. Es handelte sich um ein Interview mit Vertretern einer Londoner Zeitung. Wilhelm beklagte die mangelnde Verständnisbereitschaft der Engländer und den schweren Stand, den er selber, indem er sich um eine Annäherung zwischen beiden Nationen bemühte, in Deutschland hätte, und so weiter. Milde Geschmacklosigkeiten, gemessen an dem, was man von dem Hohen Herrn gewohnt war. Nur scheint der psychologische Moment eigenartig gewesen zu sein. Jedenfalls brach ein Sturm der Entrüstung in Deutschland los, wie seit dem März 1848 ihn kein König von Preußen erlebt hatte. Die Konservativen machten ihn nicht weniger mit als die Sozialdemokraten. Das Maß sei nun voll, das Vertrauen des Volkes in seinen Monarchen auf den Tiefpunkt gesunken, dem unverantwortlichen Gehabe müsse ein Ende gesetzt werden. So erklang es aus den Zeitungen und im Parlament. Die Sozialdemokraten riefen auf zur Tat. Wirkliche Ministerverantwortlichkeit und die tatsächliche Ernennung der Minister durch das Parlament ist das Gebot der Stunde. Meine Herren, Sie haben die Möglichkeit, infolge der überall im Volke herrschenden Missstimmung, eine wirklich demokratisch-parlamentarische Regierung zu erlangen. Und da Sie die Möglichkeit in der Hand haben, müssen Sie sie auch benutzen, wenn Sie doch nur den Mut hätten, sich endlich mit dem Selbstbewusstsein freier Männer zu erfüllen. Rede Georg Ledeburs Sehr ungern musste der Reichskanzler Bülow seine Wahl zwischen dem Kaiser und dem Reichstag treffen. Er wählte den Reichstag, wie sehr er sich auf Wand und krümmte. Die kaiserliche Entgleisung, gestand er, sei ein Unglück, sei tief bedauerlich und so könnte niemand regieren. Aber getrost, es werde nicht wieder vorkommen. Sorgen Sie dafür, dass aus dem Unglück keine Katastrophe wird. Wilhelm II. lebte in einem Wolkenkuckucksheim. Ein Prahlhans, aber betrübt und ängstlich, sobald er mit der rauen Wirklichkeit zusammenstieß. Er machte sich klein während des Novembersturms, verschwand für eine Weile, dachte an Abdankung und überließ es Bülow, ihn und sich selber, so gut es ging, aus der Affäre zu ziehen. Bald war alles wieder beim Alten. Während der Krise hatte »Die Hilfe«, die Zeitschrift Friedrich Naumanns, geschrieben, »So viel ist heute schon klar, dass ein entscheidender verfassungsrechtlicher Schritt nicht geschehen wird. Es fehlt infolge der Zerfahrenheit unseres Parteiwesens bei den meisten Volksvertretern überhaupt der Wille zur Macht. Dies ist die traurige Erfahrung dieser Woche.« Nichts änderte sich in der Reichsverfassung, nichts im Charakter des Monarchen. Bülow musste demnächst seinen Abschied nehmen. Er tat es, weil seine Koalition auseinanderbrach. Die Konservativen versagten ihm die Gefolgschaft, als er bescheidene Erbschaftssteuern zum Bestandteil einer notwendig gewordenen Finanzreform machen wollte. Das Bündnis zwischen Konservativen und Freisinnigen versagte, als es auf eine auch nur halbwegs ernste Probe gestellt wurde. Dass Bülow daraufhin sich zurückzog, könnte man als einen Sieg des parlamentarischen Prinzips deuten. Nur war es wieder nur ein negativer Sieg. Denn erstens stand keine Mehrheit bereit, einen Nachfolger zu tragen. Die Konservativen in ihrem Klassenegoismus, verdrossen durch Maßnahmen Bülows, welche sie als links ansahen, hatten ihm ihre Mitarbeit verweigert. Kein irgendwie konstruktiver Akt. Auch war es ja nicht der Reichstag, der Bülow stürzte. Was der Reichstag bewirkte, war nur, den Kanzler völlig vom Belieben des Kaisers abhängig zu machen. Vergnügt nahm Wilhelm nun Rache für das, was er Bülows Verräterei in der Daily Telegraph-Affäre hielt. Er entließ ihn. Es war wie eine Parodie auf Bismarcks Sturz. Beide Male war der Reichstag beteiligt, aber formal nicht entscheidend. Beide Male hätte der Vorgang nur dann etwas Nützliches versprochen, wenn eine parlamentarische Regierung dem gestürzten Minister gefolgt wäre. Beide Male geschah das nicht. Der Sturz Bülows wie der Sturz Bismarcks erhöhten nur die Stellung des Kaisers. Der Sturz Bismarcks, die Stellung des jungen Kaisers, der sich selber und über den das Volk sich die schönsten Illusionen machte. Der Sturz Bülows, die Stellung des alternden Kaisers, den große Teile des Volks längst durchschauten und dessen Prestige unlängst einen schlimmen Stoß erlitten hatte. Folglich löste der Sturz Bülows nicht das Mindeste. Er hatte neun Jahre lang noch einen Schatten der bismarckschen Macht mit einem Schatten der bismarckschen Geschicklichkeit verteidigt. Nach ihm war nur noch Konfusion. Dass die Parteien des Reichstags sich in einer unkoordinierten Rebellion gegen die Bismarck-Hohenzollernsche Ordnung befanden, die einen aus diesem, die anderen aus jenem Grunde, gab dem Land noch keine Regierung. Es lähmte die einzige, die Deutschland hatte und die eben Bismarck-Hohenzollernschen Ursprungs war. Tatsächlich hatte Wilhelm 1909 das stolze Gefühl, als sei ihm abermals wie 1890 das Steuer zugefallen. Als Bülow ihn warnte, sein Nachfolger Betmann-Hollweg verstünde nichts von Außenpolitik, schmunzelte er überlegen, die Außenpolitik werde in Zukunft wieder er selber führen. Übrigens sei Betmann-Hollweg ganz der Rechte, um die Herren Volksvertreter zurück in ihre Mauselöcher zu treiben. Der Kaiser gedachte, persönlicher zu regieren als bisher. Betmann-Hollweg war ein Bürokrat, der die Karriere vom Landrat zum Staatssekretär des Inneren mit Auszeichnung hinter sich gebracht hatte. Ein Ehrenmann, ein wohlmeinender Mann, ein fleißiger, vernünftiger, in seinem Fach durchaus fähiger Mann. Vom Diplomaten fast gar nichts. Vom Parlamentarier, vom Politiker, Machthaber und Machtausüber keine Spur. Pessimistisch, zum Grübeln geneigt, unsicher der eigenen Gaben, aber der eigenen Tugendhaftigkeit sehr bewusst, gelegentlich fähig zu zorn und dann noch am ehesten überzeugend, dabei überempfindlich und nicht ganz frei von liebedienerischen Gewohnheiten, dass dieser graubertige, lange Fremdling sich nun der Nation als ihr einziger, verantwortlicher Minister vorstellen durfte, kam einer Bankrotterklärung der deutschen Innenpolitik gleich. Was sollte Bethmann mit einem Staatswesen anfangen, das unzeitgemäß und schlecht geordnet war? Was mit dem unzufriedenen, nach allen Seiten zerrenden Parlament? Was mit dem Volk, das mit seiner übergroßen wirtschaftlichen und militärischen Kraft das Rechte nicht anzufangen wusste? Was mit der nun tief misstrauisch gewordenen, trotz aller schönen Friedensreden sich gegen das Reich der Mitte sammelnden Außenwelt? Bethmann Hollweg versuchte einiges. Er hätte sich gern mit den Sozialdemokraten vertragen, deren Führer er zu resultatlosen Beratungen einlud. Er spielte mit einer milden Wahlrechtsreform in Preußen, aber er konnte sie nicht durchsetzen in dem von den Konservativen beherrschten Abgeordnetenhaus und gab die Sache wieder auf. Das geschah eben damals, als das englische Oberhaus, wenn auch sehr widerwillig, in die eigene Entmachtung billigte. In England ging es, in Preußen Deutschland ging es nicht. Da gab es keine zeitige Reform, keine freiwillige Abdankung. Für Elsass-Lothringen brachte Bethmann eine Verfassung zustande, welche das Reichsland ungefähr zur Gleichberechtigung mit den Bundesstaaten erhob, unläutbar ein Fortschritt. Es spricht manches dafür, dass, wenn Friede geblieben wäre, die Elsasser sich an ihre Zugehörigkeit zum Reich schließlich doch gewöhnt hätten. Wenn Friede geblieben wäre, nun, vielleicht wäre dann das ganze deutsche Staatsgeschäft allmählich in Ordnung gebracht worden. Die Frage aller Fragen ist nur, warum nicht Friede blieb. Das deutsche Bürgertum, so wie es in seiner Presse, in den Reden seiner Abgeordneten sich äußerte, war nicht friedliebender als seine Regierung. Der Mittelkurs, den Bethmann-Holwig steuerte, wenn man noch Steuern nennen kann, was der gute Mann tat, führte ihn leicht zwischen zwei Feuern. Den Sozialdemokraten war er zu unruhig und provokatorisch. Der Rechten war er zu vorsichtig. Ja, selbst dem Admiral von Tirpitz konnte es geschehen, dass die Alldeutschen seine Haltung zu diplomatisch fanden. Deutschland hatte keine echte, das heißt demokratisch gebildete, verantwortliche Regierung. Ein Konstruktionsfehler. So wie die Dinge sich aber einmal entwickelt hatten, könnte nicht einmal gezeigt werden, dass eine parlamentarische Regierung es besser gemacht hätte. Es gab Situationen, aus denen eher das Gegenteil zu schließen wäre. Als Beispiel dafür, als Symptom, nicht weil ihr echte geschichtliche Bedeutung zukäme, nennen wir die zweite Marokko-Krise. Es geschah im Jahre 1911, dass Frankreich Schritte tat, welche die Errichtung eines Protektorats über den afrikanischen Staat vorzubereiten schienen. Die deutsche Diplomatie, um wirkliche oder angebliche Wirtschaftsinteressen zu schützen, antwortete mit einer der jetzt in Berlin beliebten dramatischen Gesten. Ein deutsches Kanonenboot erschien im Hafen von Agadir an der Küste Westmarokkos. Das rief im deutschen Bürgertum helle Begeisterung hervor. Westmarokko-Deutsch! Hurra! Eine Tat! Wann werden wir marschieren? So klang es aus den Zeitungen. Man nahm im Kreise der Schwerindustrie die Kraftprobe ernster, als das auswärtige Amt sie wohl gemeint hatte. Dieses trat den Rückzug an, als England mit scharfer Rhetorik eingriff und sich hinter Frankreich stellte. Das Ergebnis war ein Tauschgeschäft, wie es die imperialistischen Konflikte so oft beendete. Frankreich durfte seine eingebildete Beute, Marokko, davontragen, dafür trat es dem Deutschen Reich ein Stück seiner Kongo-Kolonie ab. Der Friede, monatelang bedroht, war wieder einmal gerettet. Ein bescheidener Gewinn erzielt. Aber in der nachfolgenden Reichstagsdebatte waren jene in der Mehrheit, die es auf das Äußerste gerne hätten ankommen lassen und der Regierung Schlappheit zum Vorwurf machten. Der Reichskanzler fand sich in der wunderlichen Lage, sich allein von dem greisen Bebel verteidigt zu sehen, von einer Partei, auf die er seine Politik nicht stützen konnte. Die kaiserliche Obrigkeit verlor ihren festen Griff auf die Nation. Sie hatte ihn schon verloren. Aber dieser Autoritätsschwund bedeutete nicht, dass Nachfolger zur Übernahme der Verantwortung bereitstanden. Es war Autoritätsschwund an sich und überhaupt. Hohenzollern Deutschland, einmal dieser, dann wieder der entgegengesetzten Tendenz nachgebend, wurde der auseinanderzerrenden Interessen und Leidenschaften nicht Herr. 1911, so wenig wie sechs Jahre später. Die nächsten Reichstagswahlen, 1912, brachten einen Sieg der Sozialdemokratie, die zur weitaus stärksten Partei wurde. Ein gutes Drittel der Wähler hatte sich für sie entschieden, dazu noch eine stattliche Zahl für die Freisinnigen. Das hieß, dass wohl die Hälfte der Deutschen die Politik des Säbelrasselns nicht billigte, nicht die Agitation der Alldeutschen, welche aus den Kassen des Auswärtigen Amts finanziert wurde, nicht das Wettrüsten zur See, nicht das Brammerbasieren des Kaisers, nicht die unhaltbare Ordnung in Preußen. Das hieß es. Aber das änderte nichts. Die Zahl kam nicht einmal in der Stärke der Fraktionen zu ihrem wahren Ausdruck, da eine veraltete Wahlkreiseinteilung das Land gegenüber den großen Städten begünstigte. Und was hätte selbst eine Änderung dieses Zustandes geholfen, solange die Machtstruktur so war, wie sie war. Solange jene, die mit der Machtstruktur unzufrieden zu sein Grund hatten, nicht ihrerseits einen aktionsfähigen Verband ausmachten, bereit, das Machterbe zu übernehmen und besser zu verwalten. Im Herbst 1913 erlaubte deutsches Militär in einer kleinen Stadt des Elsass sich Provokationen gegen die Einwohnerschaft, die zu der ungesetzlichen Inhaftierung einiger Bürger führten, für eine einzige Nacht. Wieder war der Anlass gering, wieder gab er Gelegenheit zum Hervorbrechen zorniger Stimmungen. Vor dem Reichstag verteidigte Bethmann die Armee mit bösem Gewissen, tadelte sie milde, milde auch die Elsasser und redete zum Guten, wie das seine Art war. Er wurde verhöhnt, niedergeschrien. Schämen Sie sich nicht, in einer so ernsten Sache solchen Kohl hervorzubringen? Schließlich niedergestimmt, mit erdrückender Mehrheit. 293 gegen 54 beschloss das Parlament, dass die Behandlung der Angelegenheit durch den Kanzler es nicht befriedigte. Es war eine Wiederholung der Daily Telegraph-Affäre, des Misstrauensvotums, des Protestes der Parteien, der diesmal sich nicht gegen den Kaiser, sondern gegen die Armee, die feixenden, schnarrenden, über alle Zivilbevölkerung sich weit erhaben dünkenden Offiziere richtete. Ein in seiner Einmütigkeit sehr respektabler Protest. Nur, dass er wieder nichts änderte. Die schuldhaften Offiziere wurden nicht im Ernst zur Rechenschaft gezogen. Der Kriegsminister, der sich jede parlamentarische Kritik an der Armee verbeten hatte, blieb im Amt. Der Kaiser, der törichte junge Kronprinz, der unbegnadete Kanzler, sie alle trieben ihr Handwerk oder ihren königlichen Unfug weiter wie vorher. Wahlen wie die von 1912, Parlamentsbeschlüsse wie die vom Dezember 1913 zeigten, dass Hohenzollern Deutschland sich in einer inneren Krise befand. Aber sie ließen keine Schlüsse auf den Ausgang der Krise zu. Der Schreiber dieser Zeilen hat öfters alte Leute gefragt, wie sie sich im Jahre 1913 die Zukunft eigentlich vorgestellt, was sie gewünscht, was sie erwartet hätten, hat aber bestimmte Antworten nie erhalten können. Krisen, die gab es nun freilich auch bei anderen Völkern. England war 1909, 1910 durch einen Verfassungsstreit gegangen, um nach seiner Überwindung erbitterte Kämpfe zwischen Kapital und Arbeit zu erleben. In Irland drohte Bürgerkrieg. Dazu kam die Bewegung der Frauenrechtler, deren verrückte Intensität als ein Ausdruck der allgemeinen Erregbarkeit des geschwächten europäischen Nervenzustandes anzusehen ist. In Frankreich war der große Rechtsstreit um Hauptmann Dreifuß, der Kalte Bürgerkrieg, der um die Jahrhundertwende das Land glatt in zwei Hälften gespalten hatte, noch in aller Erinnerung. Das Königreich Italien war nie zum Frieden mit sich selbst, über Korruption und Scheinparlamentarismus, verschleierte Diktatur, schleichende Anarchie nie hinausgekommen. In Russland kämpfte der Zarismus seinen schweren, hässlichen Todeskampf. Ein Paradies der Gesittung, der Freiheit und Rechtssicherheit erschien das Deutsche Reich, verglichen mit seinem unheimlichen Nachbarn im Osten. Das sagt nicht alles. Wenn jeder Staat seine ungelösten Probleme mit sich herumschleppte, so waren die deutschen Schwierigkeiten eigener Art. Frankreich besaß eine alte Identität, auch wenn dort Parteien und Weltanschauungen um die Führung rangen. Deutschland besaß sie nicht. Hier wurde aneinander vorbeigeredet, aneinander vorbeigekämpft. Hier gab es keine echte Opposition, weil es keine echte Regierung gab. Der Gegensatz zwischen Preußen und dem Reich, der in Wahrheit ein Sozialer war, drapierte sich als Gegensatz zwischen Staatswesen, die zugleich sich deckten und nicht deckten. Die Parteien fanden sich nicht im Wettbewerb um die Macht, nicht einmal in klarer Gegnerschaft. Jeder machte seine eigene Sache. Bürokratie, Heer, Flotte, Außenamt, Agrarier, Industrielle, Handwerker, Bauern, Arbeiter, Zentrum, Konservative, Sozialdemokraten. Fast möchte man sagen, es gab im Grunde noch immer keine Nation, so wie die älteren Nationalstaaten sie geprägt hatten. Daher das Ungestüme sich suchen, das nationalistische Lärmen, die fantastischen Forderungen und Pläne der Alldeutschen. Daher andererseits die Weigerung, einander als zur Nation gehörig anzuerkennen, wie sie das Verhältnis zwischen den Parteien der äußersten Rechten und Linken charakterisierte. Aber dieser Nationalstaat, ohne verantwortliche Regierung, ohne Einheit mit sich selber, stellte zugleich eines der stärksten Energiezentren dar, die es je gab. Eine Bevölkerung, die jährlich um nahezu eine Million zunahm, eine Industrie, die nur von der Amerikanischen übertroffen wurde. Ein Heer von unvergleichlicher Schlagkraft. Geist und Ohnmacht Am Ende seines kurz vor dem Weltkrieg abgeschlossenen Buches »Die deutsche Volkswirtschaft im 19. Jahrhundert« stellt Werner Sombart, einer der berühmtesten Nationalökonomen des Kaiserreichs, die Frage, wie es denn nun eigentlich mit dem Geist dieses bewundernswerten Industriestaates beschaffen sei. Die Antwort des Professors ist pessimistisch. Etwa heißt es da, die großen Ideale, die noch unsere Väter und Großväter Begeisterten, sind verblasst. Die nationale Idee ist verbraucht, nachdem in mächtig auflammender Begeisterung das Deutsche Reich errichtet ist. Was uns heute an Nationalismus geboten wird, ist ein schaler zweiter Aufguss, der niemand mehr so recht zu erwärmen vermag. Die hohle Phrase muss die innere Öde verdecken. Dasselbe gilt von den großen politischen Idealen, um die unsere Vorfahren in den Tod gegangen sind. Teils sind sie verwirklicht, teils in ihrer Belanglosigkeit erkannt worden. Die junge Generation lächelt überlegen, wenn sie von dem Kampfe um die politischen Freiheitsrechte liest und die Erinnerungsfeiern der großen Begeisterungszeiten werden zu lächerlichen Farsen. Neue politische Ideale sind aber nicht erstanden. So endigt das 19. Jahrhundert mit einem ungeheuren Defizit an idealer Begeisterung, an der gerade die letztvergangenen Zeiten so überreich gewesen waren. Und nun in dem Maße, wie die idealen Güter schwinden, treten naturgemäß die materiellen Interessen in den Vordergrund. Und die Massen, die von keiner Idee mehr gefesselt werden, scharen sich um die Fahne der sozialen Klasse, wenn sie nicht vorübergehende wirtschaftliche Interessen zu gelegentlichen Sonderverbänden zusammenführt, wie augenblicklich die Agrarier im Bund der Landwirte, der mit der ungünstigen Konjunktur auf dem Agrarprodukten Markte entstanden ist und verschwinden wird. Aber auch diese gewaltige Massenorganisation ist aus rein ökonomischem Geiste geboren. Und wie es nicht anders zu erwarten ist, mit der Fähigkeit, sich für große Ideale zu begeistern, ist in unserem öffentlichen Leben auch die Freude an der Vertretung großer politischer Grundsätze verschwunden. Ein prinzipienloser öder Opportunismus, eine schwunglose Geschäftsmäßigkeit haben die Herrschaft über unsere Politik errungen. Wer mag heute noch über die prinzipielle Berechtigung des Staatsbetriebes, des Arbeiterschutzes, der Gewerbefreiheit, der Genossenschaftsorganisation, des Freihandels mit Feuer streiten? Man möchte es fast für unmöglich halten, dass dasselbe Volk, in dem vor hundert Jahren die Stein, Hardenberg, Schön und Teer Gesetze machten, in dem in den 1820er und 1830er Jahren Männer wie Nebenius, Humboldt, List den Ton angaben, in dem vor einem halben Jahrhundert eine Versammlung wie die der Männer der Paulskirche die Geschicke der Nation berieten, in dem vor einem Menschenalter noch ein Treitschke und ein Lassal am politischen Horizont Wetter leuchteten, in dessen Parlamente vor wenigen Jahrzehnten Männer wie Bennigsen, Lasker, Bamberger, Windhorst, Reichensperger mit einem Bismarck die Klinge kreuzten, dass dasselbe Volk, sage ich, einen solchen Tiefstand des politischen Lebens erreicht hat, wie ihn uns die Gegenwart erleben lässt. Bewunderer der guten alten Zeit auf Kosten des Gegenwärtigen hat es immer gegeben. So sah man in den 1920er Jahren mit Neid auf das hohe Niveau des deutschen Parlamentarismus in der Kaiserzeit. So in der Kaiserzeit mit selbstkritischer Wehmut auf die politischen Kämpfe Bismarcks und gegen Bismarck, während dem Erzähler schon das Bismarckreich geistig heruntergekommen schien, wenn man es maß an den Versprechen von 1808 oder 1848. Optische Täuschung läuft da immer mit. Aus der Ferne sieht man an die Spitzen nicht den mittelmäßigen Durchschnitt. Und doch glauben wir, Niedergang zu erkennen, auch wenn wir dies Element der Täuschung in Rechnung bringen. Der Nationalismus als schnarrende Phrase, in der kein großes Herz mehr schlägt, die nur noch den Dünkel nährt, materielle Bereicherung verbirgt und fördert, die Korruption, der öde Kampf der Interessen, die Glaubenslosigkeit trotz allen Folges. Sombart, ein Bewunderer des deutschen Bürgertums, muss es ebenso sehen, wie ungefähr gleichzeitig der satirische Schriftsteller Heinrich Mann es in seinem Roman »Der Untertan« mit hellsichtiger Bosheit zeichnete und wie schon eine Generation vor ihnen Nietzsches schrille, einsame Notizen es erkannt hatten. Es war kein guter Stil, der Stil des Kaiserreiches mit seinen Hofpoeten, Hofmalern, Hofpredigern, seinen Kaisergeburtstagsreden und Sedan feiern, seinen Prunkbauten, Kasernen, renovierten und gefälschten Burgen. Auch Fremde sahen es so. Zitieren wir noch einmal den alten feinen Henry Adams. »Vierzig Jahre haben eine neue Schicht von schlechtem Geschmack zu allem Vorigen gefügt. Es macht mich krank, wenn ich bedenke, dass dies das ganze Ergebnis meiner Lebenszeit ist. In Italien sah ich dasselbe, aber doch nicht in so riesigen Dimensionen. Hier in Nürnberg fühle ich's besonders, weil ich hier im Jahre 1859 einen meiner ersten künstlerischen Genüsse erlebte. Alles in allem macht Deutschland mir den Eindruck eines hoffnungslosen Versagens. Geschrieben 1901 Geist eroberten eroberten die freien Bühnen davon fügten die Lilienkron und Demel Jahrhue, etwas später die Riccarda Huch und Hugo von Hofmannsthal dem ewigen Vorrat deutscher Poesie noch einmal die Gedanken, die echten Klänge, die wohltuenden, Ordnung gebenden Reime ihrer Seele hinzu. Es war eine glänzende, freie Zeit für Kunst und Künstlertum, für Essays, Kritik, Experiment, für den Spott, auch für den Spott. Nie ist ein Machthaber witziger verspottet worden als der deutsche Kaiser im Münchner Simplicissimus, im Benkelsang von Frank Wedekind. Nie treffender, heiterer, sorgloser. Ja, die Kaiserzeit, die so schwer mit Sorgen war wie alle Zeiten, in der das Bürgertum die Sozialdemokraten hasste, in der die Landwirte um ihre Preise, die Industriellen um ihre Märkte bangten, in der die diplomatischen Krisen nicht abrissen, das Reden vom kommenden Krieg nicht verstummte, die Kaiserzeit war auch eine harmlose und sorglose Zeit. Im Rückblick wirkt sie so. Jene, die sie erlebten, haben sich später mit Wehmut an sie erinnert. Das machte die allgemeine Wohlhabenheit und dass die Stützen des Staates der Ordnung und Gesittung ziemlich fest schienen. Die im Reiche des Geistes wohnten, fanden das Treiben des Kaisers zu komisch oder ekelhaft, um es sehr ernst zu nehmen. Auch die Bemühungen der politischen Parteien, bürokratischer, geistloser Organisationen, ließen sie gleichgültig. Es war bisher gegangen, es würde irgendwie weitergehen. Der ernsteste Versuch einer deutschen Politik edleren Sinn zu geben, ist von dem Kreis um den Frankfurter Pfarrer Friedrich Naumann gemacht worden. Naumann war mehrfach Reichstagsabgeordneter, versuchte sich an der Gründung einer neuen Partei oder parteiähnlichen Organisation des Nationalsozialen Vereins 1896 bis 1903 und wirkte publizistisch in seiner Zeitschrift der Hilfe. Wo immer man mit seinen Schriften in Berührung kommt, zur Sozialpolitik, Parlamentspolitik und zur Außenpolitik, zur Malerei und zur Architektur, gewinnt man den Eindruck männlicher Klugheit und Güte, eines mutigen freien Willens zum Zeitgemäßen. Protestantischer Christ, Liberaler und Demokrat, Sozialist wohl auch, aber denkbar weit entfernt von den marxschen Irrtümern, wünschte Naumann, die große sozialdemokratische Partei endlich an der politischen Verantwortung beteiligt zu sehen. Er bejahte die Weltpolitik, die Kolonialpolitik, die Militär- und Flottenpolitik, was alles er für die Bewahrung und Entfaltung deutschen Lebens für notwendig hielt. So war einmal der Geister Zeit, in Deutschland wie anderwärts, dem er sich nicht entzog. Aber er wünschte, dass das Volk mit dabei sei, was praktisch nicht anders als durch die parlamentarische Regierungsform geschehen konnte, dass der Kaiser sich zum geliebten Wächter eines demokratischen Gemeinwesens machte, dass Deutschland etwas Besseres sein sollte, als ein bloßer Brocken Macht nach außen, nach innen eine Schicht stillos veralteter, vorwiegend militärischer Repräsentation, unter der es von Klassenfeindschaft und interessenbedingten Zänkereien wimmelte. Naumann erwarb sich Achtung im Land und in der Hauptstadt. Dass er eine geschichtlich durchdringende Wirkung gehabt hat, könnte man nicht sagen. Nicht die Wirkung, welche in der gleichen Zeit dem ihm von ferne vergleichbaren französischen Sozialisten Jean Jaurès immerhin zuteil wurde. Die Masse der deutschen Widersprüche war zäh und träge. Der Geist Naumanns konnte sie wohl begreifen, wohl über das, was sie werden sollte oder könnte sich gute Dinge ausdenken, nicht sich ihrer wirklich bemächtigen. So war der Geist ohnmächtig, trotz seines Blühens. Er lebte getrennt vom Staat und fühlte sich wohl dabei. Dem Schönen und Wahren zu dienen, die Urgeschichte des Menschen zu erforschen und die Geheimnisse des Seelenlebens, das erschien ihm unendlich wichtiger als Marokko-Krisen oder Wahlen für den Reichstag. Nicht, dass er sich um die Gesellschaft, um Zeitprobleme gar nicht gekümmert hätte. Der Geist, sagt Hegel, ist wesentlich itzt. Mit dem, was gegenwärtig ist, muss er, wenn er selber lebendig ist, sich befassen. Wir finden die soziale Anklage nicht nur bei den Naturalisten wie Arno Holz, auch bei Künstlern wie Hauptmann und Demel, welche über den Naturalismus hinausgingen. Wir finden schon in den frühen Romanen Thomas Manns geschichtliche Themen anklingen, den Niedergang des alten Patriziats in einer Hansestadt, die wehmütig reizvollen Anachronismen der konstitutionellen Monarchie in einem deutschen Kleinstaat. Aber das waren nur die Themen, der Zweck war nicht zu wirken, sondern Bildung, Gestaltung, Spiel. Die andererseits wirken wollten oder wirken zu wollen Vorgaben, die im französischen Stil Gesellschaftskritik trieben, wie Heinrich Mann in seinen satirischen Romanen der Kaiserzeit, die wurden in Deutschland im Grunde als fremd empfunden. Und das ist ja unleugbar, daß sie sich an ausländische Vorbilder anlehnten und für ihre Landsleute warme Liebe nicht empfanden. Das Sich-Hinweg-Wenden von der Zeit, das Thronen über ihr, der vulgären, gierigen, Stillosen, konnte selber zu einer charakteristischen Zeiterscheinung werden. Bei Stephan George war das so, einem Dichter von höchstem Ehrgeiz und Stilwillen, der die deutsche Sprache steile, manchmal berückend schöne Künste lehrte, aber von unbekömmlichem Hochmut und herrschsüchtig, kreisbildend, geheimnistuerisch. Wenn wir heute die ungetümen Prachtbände sehen, sehen, in denen Georges Gedichte aufgelegt wurden, die überladenen Kunstdrucke auf Bücken Papier, bemerken wir lächelnd, das war selber der Geschmack der Zeit und kein Guter. Auch von Georges Kult der Jugend, des Schönen, des Adels, der Herrschaft, der Grausamkeit, führen Fäden zum Krieg, den er gleich, als er kam, vorwegnehmend den Ersten Weltkrieg nannte. Vornehmer sein zu wollen, als seine Zeit, mit Priestergesten über sie zu Gericht sitzen, dafür wird man früh oder spät bestraft. Die Jugendbewegung war besser, weil sie dem jungen Volk überall helfen wollte, nicht der Besitz von ein paar stolzen Kunstpriestern blieb. Vage in ihrer Philosophie half sie durch das Praktische, die Weisen des Zusammenlebens, die sie lehrte und vorlebte, das heraus aus der Großstadt und zurück zur Natur, den Protest gegen Konvention, Klassendünkel, Philistertum. Es war im Grunde eine Wiederholung dessen, was die Burschenschaften hundert Jahre früher getan hatten, nur dass jetzt ein viel dringenderes Bedürfnis nach Befriedigung verlangte. Was der Staat mit seinen verknöcherten Schulen und seinem Kasernendrill, was die Wirtschaft im Zeitalter der Großindustrie nicht geben konnte, das gab die Jugend sich auf eigene Faust. Freiwillige Disziplin, Sport und Wandern, Lagerfeuer, alte Lieder. Desto besser für alle, die hierin einen Lebensinhalt fanden. Sie erfreuten sich an demselben Irrtum, an dem schon die Burschenschaften sich erfreut hatten, an dem Glauben, ihr Treiben könnte Deutschland verändern, das Volk zur Gemeinschaft verklären. Die Blöcke, die auf dem geschichtlichen Weg der Nation lagen, waren viel zu schwer, als das jugendliche Idealismus allein sie hätte heben können. Das ist der Kummer aller Jugendbewegungen. Sie halten ihr Versprechen nicht, wie herzlich sie sich's auch vornehmen. Die deutsche Jugend hatte wohl Ideale, die sich auf Volk und Staat bezogen, die aber, so wie die moderne Gesellschaft nun einmal war, sich doch nur in kleinem, jungem Kreise pflegen ließen. Daraus Enttäuschungen, daraus später wohl auch politische Verirrungen. Anstatt der Lagerfeuer und der alten Lieder gab es dann 1914 andere Lieder und andere Feuer. Der deutschen Jugend, auch denen, die vorher die Jugendbewegung getragen hatten, ist der Krieg willkommen gewesen. Sie fand in ihm Erfüllungen, welche die bürgerliche Gesellschaft im Frieden ihr nicht geben konnte. Auch dem deutschen Geist war der Krieg letzthin willkommen, allen den feinen, abseits und darüber stehenden Herren, Dichtern, Schriftstellern und Philosophen, der großen Mehrzahl von ihnen. Sie waren glücklich, in der allgemeinen Not nun endlich Ja sagen und dienen und mit dabei sein und Volk unter Volk sein zu können. Auf die lange Trennung zwischen Geist und Staat folgte eine plötzliche Vermählung, die aber wohl auf einem Missverständnis beruhte. Wenn der moderne Industriestaat den Rittern von von Geist keine geeignete Arena bot, so tat der Krieg es noch weniger. Wie sollten sie jetzt das unter ungeheurem Zwang Geschehende lenken und ihm einen beherrschenden Sinn geben, sie, die vom politischen Geschehen weggeblickt und sich nicht darum gekümmert hatten, als es noch in vergleichsweiser Freiheit geschah? Ein Blick auf Österreich Vergänglich ist alles, was der Staatsmann leistet und jede Entscheidung ist, auf die Dauer, falsch. Es gäbe keine Geschichte, wenn dem nicht so wäre. Dem einen glück das etwas Dauerhaftere, dem anderen nur das Stückwerk für den Tag. Das aber, wovon man sagen könnte, hier hat einer endgültig Recht gehandelt, daraus ist nur Gutes, daraus ist kein Widerspruch und kein Schaden gekommen, das glückt niemandem. Wir haben gesehen, wie Bismarck den kleinen Nationalstaat schuf, um den größeren zu verhindern und das alte Reich der Habsburger zu einer von Deutschland getrennten Eigenexistenz zwang. Die Lösung nahm sich auf der Landkarte sauber genug aus. Noch immer zeigte ein großes, von Russland abgesehen, in der Tat ihr größtes Stück, die österreichischen Farben. Nur ein wenig geringer an Umfang dehnte sich westlich und nördlich davon das neue Deutsche Reich. Aber dieser Akt der Trennung konnte die Bande der Geschichte, der Sprach- und Kulturgemeinschaft, der Wirtschafts- und Machtinteressen nicht auflösen. Zwei Reiche, das eine ein deutscher Nationalstaat, das andere teilweise deutsch, deutsch seinem Ursprung, seiner Dynastie, seiner Behauptung nach, gleichzeitig aber ein paar Dutzend nicht deutschen Völkern, Slaven, Madiaren, Italienern, ein labyrinthisch gebautes Heim gewährend, im Zeitalter des Nationalismus konnte das wohl keine endgültige Ordnung der Dinge sein. Wohl hatten die Deutschen sich mit einem fragmentarischen Nationalstaat begnügt und darüber die Träume von 1848 fast vergessen, wohl betrieben betrieben sie jetzt Welt Welt Politik eher denn groß deutsche Politik richteten sich ihre Energien die wirtschaftlichen die politischen auf die sieben Meere eher denn auf das Donautal trotzdem kamen Deutschland und Österreich nicht voneinander los. Indem er in die Allianz von 1879 eintrat hatte schon Bismarck selber das eingestehen müssen. Ob Österreich Deutschland in den Abgrund des Weltkrieges zog oder Deutschland Österreich diese Frage hat Sinn nur für die oberflächliche Sphäre der Diplomatie und da trifft Österreich die direktere Schuld. In anderem Sinn aber war die Grenze zwischen beiden Staatswesen fiktiv. Die deutsche Nation kam von sich selber nicht los und nicht von ihrer Verhängtheit in das Schicksal der Nationalitäten Mittel- und Südost-Europas. Die Schweizer waren eine Nation für sich geworden, die Österreicher nicht. So vielfältig wie sie innerhalb der Monarchie gruppiert waren, in Tirol, im alten Erzherzogtum, in Schlesien, Böhmen und Meeren, in Kärnten und Steiermark, in den deutschen Sprachinseln Ungarns, konnten sie das auch gar nicht. Ein Staatsvolk, das konnten sie sein als loyale Österreicher, loyale Untertanen des Kaisers Franz Josef. Als Nation mussten sie über Grenzen nach Deutschland schauen. Der Begriff der Nation ließ im Reich der Habsburger sich nicht folgerichtig unterbringen. Die deutsche Nation hatte sich in mehreren politischen Formen verwirklicht, nicht wie die französische in einer einzigen. Den verschiedenen Formen entsprachen verschiedenen Nachbarschaften, Verbindungen, Spannungen. In ihrer preußischen Organisation konnte die Nation mit Russland in friedlicher Nachbarschaft leben, nicht mehr in ihrer österreichischen. In ihrer österreichischen konnte sie zu einem erträglichen Zusammenleben mit den Polen kommen, nicht in ihrer preußischen. Im Frieden galten solche Unterschiede. Kam es zu einer großen Krise, so brachen sie zusammen, dann wurde Österreich in den deutsch-englischen und deutsch-französischen Konflikt gerissen, der es als Österreich gar nichts anging und umgekehrt Preußen Deutschland in den österreichisch-russischen Konflikt. Dann erschien das Schicksal der deutschen Nation als einer trotz aller Staatsgrenzen einzigen, nach allen Seiten drohenden, von allen Seiten bedrohten. Die Habsburger Monarchie war ein Überbleibsel aus der Vergangenheit. Der einzige nicht-nationale Großstaat im Zeitalter des Nationalismus. Sie hatte einmal enge Verbindungen mit Spanien unterhalten, hatte Italien beherrscht und Deutschland, Burgund, Belgien. Das war alles nicht mehr. Stattdessen hatte sie längst der Donau und auf der Balkan-Halbinsel ihr Herrschaftsgebiet ausgedehnt. Immer das gleiche Machtzentrum, die gleiche Hauptstadt, das gleiche regierende Haus. Dieses gab dem österreichischen Staatswesen seine Einheit, eigentlich seinen Daseinszweck, daher es denn auch gewöhnlich die Monarchie genannt wurde. Ein bloßer Zufall war die politische Sammlung von Landschaften und Völkerschaften Österreich genannt trotzdem nicht, sonst hätte sie nicht so lange gehalten, sonst hätte ihr Ende nicht so wüste Erschütterungen, nicht so viel dauernde Unordnung mit sich gebracht. Ganz hübsch muss auch das Leben im alten Österreich Österreich während der letzten Jahrzehnte des Kaisers Franz Josef gewesen sein. Auch hier gab es steigende Wohlhabenheit, politische Freiheit, Rechtssicherheit, eine tüchtige, wenn auch etwas umständliche Verwaltung, eine reife, noch immer schöpferische Kultur. Sie war überwiegend deutsch, diese Kultur, aber doch von einem Deutschtum eigener Art, noch genährt von alten kosmopolitischen Traditionen, geöffnet den Einflüssen des Südens und Südostens, weniger aggressiv als die nationale Kultur des Bismarckreiches. Daneben wuchs das Streben der kleineren Völker nach kultureller Selbstverwirklichung, der Tschechen, der Polen, der Madiaren, der Kroaten und Südslaven. All das traf sich im alten Wien. Das Deutsch war und auch nicht seinen Lebenssaft aus allen Teilen der Monarchie ziehend. Über seine Völkerschaften thronte der Kaiser, ein Mann aus sagenhafter Vorwelt, der junge Herr der Gegenrevolution von 1848, der alt, erfahren und pessimistisch geworden war. Die Leute liebten ihn jetzt oder bewunderten ihn doch seinen strengen Lebensstil, sein würdiges, pflichttreues Arbeitsdasein. Keine prahlerischen Reden hier, keine schillernden Taktlosigkeiten, aber Sommers und Winters aufstehen um fünf Uhr und Arbeit bis in die Nacht für das Wohl seiner Völker, so wie der Greis es verstand. Franz Josef und sein Wien, Kaiserwalzer und Geschichten aus dem Wienerwald, die KUK-Armee, dieselbe Armee in Südtirol, in Galizien und in der Bukowina, Feldmarschall Leutmanns, Hofräte, Kommerzialräte, Burgtheater und Café, die Dichtungen Hugo von Hofmannsthals, zart, reich, nobel und geistesschwer, die Dramen Arthur Schnitzlers, die bahnbrechende Seelenforschung Sigmund Freuds. Alten Leuten, welche diese Epoche erlebt haben, kommen noch heute die Tränen, wenn sie im Film sentimental beschworen wird. Wie konnte das nicht dauern? Warum hat gerade hier das Unheil seinen Anfang genommen, das Europa so tief veränderte? Warum ist das österreichische Staatswesen, das viele sympathische, tolerante Züge aufwies, dann doch so schuldig geworden? Ach, es gab auch viel Hass im alten Österreich, und Wien selber, das goldene Wien, brütete ihn aus wie ein Sumpf Fieberkrankheiten. Hass der kleinen Leute gegen die Juden, deren es in der Hauptstadt viele und Wohlhabende gab, aufgepeitscht von Demagogen, gern benutzt, selbst von einer der großen Parteien. Hass des Bürgertums gegen die Sozialdemokraten. Hass der Nationalitäten der Deutschen und Slaven gegeneinander. Hass der Erfolglosen gegen jene, denen es besser ging. Hass. Wir werden dem Wiener Hass noch in einem der letzten Kapitel unserer Erzählung begegnen. Politische Probleme sind menschliche Probleme. Wären die Menschen anders gewesen, dann hätten die Probleme der Habsburger Monarchie wohl gelöst werden können. Vielmehr, dann hätten sie gar nicht bestanden. Nach der österreichischen Niederlage von 1866 hatte Franz Josef Frieden mit seinen madiarischen Untertanen gemacht. Das Resultat war der Ausgleich, ein Vertrag, der die Monarchie in zwei ungleiche Hälften teilte. Die eine war Ungarn, die andere alles Übrige. Die Monarchie hieß nun Österreich-Ungarn. Ungarn, das war ein Reich, in dem die Madiaren in der Minderzahl waren gegenüber den nicht-madiarischen Völkern, Rumänen, Kroaten, Slowaken, Deutschen, Juden. Hier verteidigte die madiarische Aristokratie die Herrschaft einer Nationalität und einer Klasse mit Mühe und Kunst. Dafür brauchte sie den Schutz des Kaisers und darum hatte sie sich endlich mit der Habsburger Monarchie versöhnt. Dass aber Franz Josef den madiarischen Baronen Ungarn rechtens übergeben hatte, indem er dem Gesamtstaat nur Außenpolitik und Armee vorbehielt, das verdankten sie dem preußischen Sieg über Österreich. Wie dann auch ihre Stellung in Ungarn mit jener der Junker in Preußen wohl zu vergleichen war. Daher Bismarcks Bündnis mit Ungarn, dem Habsburg Österreich sich als ein Dritter zugesellte. So war die Habsburger Monarchie seit 1867 von zwei ihr eigentlich fremden Mächten abhängig. Von Preußen, welches sie 1866 besiegt und dann begnadigt hatte, von Ungarn. Beide Abhängigkeiten waren ungünstig für die Monarchie. Beide Bundesgenossen, Deutsche und Ungarn, hinderten sie daran, sich zu reformieren, wie sie wohl es hätte müssen, um im 20. Jahrhundert bestehen zu können. Eine Föderation gleichberechtigter Völker, in der Deutsche und Madiaren in der Minderzahl gewesen wären gegenüber den Slaven, konnte weder Berlin noch Budapest zulassen. Während nun in Ungarn die rumänischen, slowakischen, kroatischen, intellektuellen Ärger hatten von den rauen Praktiken des Regierungsvolkes, ging es den Leuten in der österreichischen Reichshälfte, den Deutschen, den Polen, Tschechen, Italienern, recht gut. Sie waren im gesicherten Besitz aller Errungenschaften des liberalen Staates. Sie waren alle im Parlament, Reichsrat, vertreten, seit 1907 nach dem allgemeinen und gleichen Wahlrecht. Sie hatten die Provinzverwaltungen in ihrer eigenen Hand, worauf es ihnen vor allem ankam, da hier die Tausende von Beamtenposten zu vergeben waren. Ihre eigene Sprache und Kultur zu pflegen in Schulen, Hochschulen, Kunstinstituten, hinderte sie niemand. Sie walteten dort, wo sie in der Mehrheit waren. In Prag die Tschechen, in Nordböhmen die Deutschen, in Galizien die Polen, in Triest die Italiener. Nur leider gab es ihnen größere Befriedigung, sich untereinander zu zanken und anzuhassen, als anständig zusammenzuleben. Gegen diese Krankheit war kein Kraut gewachsen. Dass die Italiener sich von ihrem neuen nationalen Heim dem Königreich Italien angezogen fühlten und keinen rechten Grund mehr für ihr Verbleiben in der Monarchie sahen, wird man ihnen noch am wenigsten verübeln. Ebenso natürlich wäre es im Falle der Polen gewesen, wenn es außerhalb Österreichs einen polnischen Staat gegeben hätte. Aber es gab ihn nicht und es ging den Polen in Österreich besser als den Polen in Russland und in Preußen. Sie gehörten so zu den Habsburg treuesten Völkern der Monarchie. Die Deutschen waren geteilt. Habsburgisch in den katholischen und ländlichen Gegenden, Vorarlberg, Tirol, Kärnten. Habsburgisch, aber auch von deutschem Ehrgeiz berührt, in der Hauptstadt Wien. In Böhmen, in Niederösterreich, schauten sie mit gierigen Augen über die Grenzen ins Bismarckreich hinüber. In seiner milderen Form wollte der deutsche Nationalismus den deutschen Charakter des Gesamtstaates erhalten und stärken. In seiner Schärferen war er bereit, die Monarchie der Auflösung preiszugeben und Anschluss an das Deutsche Reich zu suchen, wobei dann alles Übrige doch unter deutsche und madiarische Oberhoheit fallen würde. Für die Tschechen besaß diese Aussicht keine Attraktion. Sie hatten im 19. Jahrhundert eine nationale Kultur entwickelt, ein wenig künstlich, ein wenig der Deutschen nachgeahmt und mit französischen Zutaten gewürzt, aber doch schätzenswert. Der Kultur sollte der Staat folgen, eine Wiedererrichtung des alten Königreichs Böhmen, so wie es bis ins 17. Jahrhundert existiert hatte. Im Rahmen der Monarchie zwar aber so, dass die Tschechen das Staatsvolk, die Deutschen eine geduldete Minderheit wären. Die Deutschen hatten Böhmen von Alters her als einen Teil des Reiches angesehen und kamen von dieser Tradition auch jetzt nicht los. Die Tschechen wollten dort ihren eigenen Nationalstaat gründen, wobei sich Altertumskrämerei, die Erinnerung an das mittelalterliche Königreich mit modernstem Nationalismus verbanden. Beide Begehrungen widersprachen einander schnurstracks. Beide waren gleich töricht, mit den Wirklichkeiten des 20. Jahrhunderts gleichermaßen in Widerspruch. Wie tief das alles ging, es ist schwer zu sagen. Die österreichische Monarchie war selber eine Wirklichkeit des Lebens, ein weiter Raum, in dem man sich frei bewegen konnte, ein riesiges Straßen- und Eisenbahnnetz durch Ebenen und Hochgebirge, zur See, die Schifffahrt auf der Donau, der Hafen von Triest. Große wirtschaftliche Zusammenhänge und kleine Gewohnheiten des Lebensstils, Familienverbindungen über die Nationalitätsgrenzen hinweg, hunderttausend schlecht und recht bezahlte Posten und Pöstchen, eine Hauptstadt, in der alle Völker zusammen wohnten, eine Armee, in der es jeder zu Ehren bringen konnte, eine Kirche, die dem Gesamtstaatswesen eng verbündet war. So etwas hat sein Schwergewicht, das gründet, das zerstört man nicht an einem Tag, eine Ordnung der Dinge, welche den meisten, ohne dass sie es selber wussten, in Fleisch und Blut übergegangen war. Dagegen belferten die unzufriedenen Intellektuellen, die Professoren des Nationalismus, die ränkesüchtigen Anwälte der Mittelklassen, warfen einander im Parlament Tintenfässer an den Kopf, überlärmten sich mit Blasinstrumenten wie die schlimmsten Lausbuben, zankten sich um eine neue Schule für Slowenen oder Ukrainer, als ginge es um eine weltgeschichtliche Entscheidung. Ein paar Minuten vom Parlament saß der alte Kaiser in seinem Schloss, erfahren in diesen Dingen seit einem halben Jahrhundert, pflichttreu und hoffnungslos. Das Verhalten der Volksvertreter konnte ihn kaum ermutigen, ihnen mehr Rechte, als sie schon hatten, einzuräumen. Gemäß der Konstitution, die gewährt worden war, hätte er gern regiert, weil aber das Parlament zu keinem positiven Entschluss imstande war, regierten die Minister mithilfe von Notverordnungen. Graue Verwaltungsmänner, welche die Abgeordneten im Plenum toben ließen, um in Nebenzimmern mit den Parteiführern kleine Tauschhändel zu arrangieren. Die Außenpolitik war etwas für sich, die lag in den Händen des Kaisers, der aristokratischen Berufsdiplomaten, der Generäle wie eh und je. Die Außenpolitik brachte schließlich das Ende. Die inneren Konflikte allein hätten es nicht gekonnt. Allerdings gingen äußere und innere Politik in Österreich-Ungarn ineinander über. Die Monarchie war seit 1866, seit 1871 ein Gefangener Deutschlands. Sie wurde es noch mehr in dem Maße, in dem die russische Macht wuchs, England aber seine alten Interessen im Nahen Osten preisgab, sodass die ganze Last der Verteidigung Südosteuropas gegenüber Russland den Österreichern zu fiel. Sie konnten das nie leisten, ohne deutsche Hilfe. Seinerseits brauchte Deutschland Österreich, weil durch Österreich der Weg nach dem Balkan und nach Kleinasien ging, Gegenden, welche der deutsche Imperialismus zu seinem Hinterland zu machen, den Ehrgeiz hatte. Seit 1904, 1907 brauchte Deutschland Österreich auch aus einem böseren Grunde, weil es nun sein einziger Bundesgenosse war. Kein sehr starker, kein sehr zuverlässiger, aber der einzige. Das gab den österreichischen Diplomaten eine Chance für dreistes Spiel, wie ja der Schwächere in einer Partnerschaft oft die Oberhand hat. Sie konnten sich nicht von Deutschland trennen, wohl aber es gelegentlich in unerwünschte Abenteuer ziehen, da Deutschland sich jetzt auch nicht mehr von ihnen trennen konnte. Sie dachten in den alten Begriffen, nicht Völker, sondern Großmächte, Kaisermächte, Prestige, diplomatische Triumphe. Etwas anderes hatten sie nicht gelernt und durfte man von Menschen ihres Typs wohl nicht verlangen. Die russischen Diplomaten dachten nicht anders, kaum auch nur die französischen. Im Norden der Balkanhalbinsel, Ungarn und Bosnien benachbart, hauste der Volksstamm der Serben, welcher im 19. Jahrhundert allmählich seine Unabhängigkeit von den Türken erkämpft hatte. Ein wildes, tapferes Volk, ein winziges Königreich von Bauern, Soldaten und Polizisten. Es ging barbarisch zu in Serbien mit Palastrevolutionen und Morden und viel war dort nicht zu holen. Aber die serbischen Politiker hatten große Dinge vor. Auch sie wollten ihren Staat zu dem machen, was er etwa im Mittelalter einmal gewesen war. Serben gab es auch in Bosnien, dem österreichisch Verwalteten oder seit 1908 österreichischen. Die Kroaten, Ferner und Slowenen, die Untertanen des Kaisers Franz Josef, konnte man ihrer Sprache nach wohl den Serben zuordnen. Gab es da nicht etwas wie eine große südslawische Nation und gehörten sie nicht von Rechts wegen alle in einen Staat? Eigentlich war das Unsinn. Die Kroaten hatten eine andere Geschichte als die Serben, hatten ein Jahrtausend lang in loser Gemeinschaft mit Ungarn gelebt, nach Westen geschaut, nach Rom, nach Österreich. Ihre Religion war die römisch-katholische. Zivilisatorisch waren sie viel weiter vorgeschritten als die Serben. Unzufriedenheit jedoch gab es auch unter den Kroaten. Unzufriedene Intellektuelle heckten die Idee von einer jugoslawischen Nation aus. Den serbischen Nationalisten war das lieb. Die Idee ließ sich für eine Erweiterung Serbiens wohl benutzen. Denn da Serbien der einzige unabhängige südslawische Staat war, einen König, eine Hauptstadt, Heer, Verwaltung hatte, so musste ihm die Führung der jugoslawischen Sache zufallen. Serbien als das Piemont der Südslaven. Dies Schlagwort wurde populär. Für Jugoslawien würde Serbien leisten, was 50 Jahre früher Piemont für Italien leistete. In Wien und Budapest rief dieser Vergleich unangenehme Erinnerungen hervor. Hier, begriffen die kaiserlichen Diplomaten, Erwuchs der Monarchie eine Gefahr, der man würde entgegentreten müssen. Der südslawischen Bewegung innerhalb der österreichischen Provinzen und dem allzu lebendigen kleinen Königreich außerhalb. Kroaten, Slowenen und Serben haben später, wie wir wissen, die von ihnen ersehnte Einheit gefunden. Im jugoslawischen Reich haben dann die Serben eine eiserne Diktatur über ihre geliebten Bruderstämme ausgeübt, welche über alles, was den Kroaten im alten Österreich je zugemutet wurde, weit hinausging. Ihrerseits haben die Kroaten, als ihre Stunde kam, mit Vergnügen ein paar hunderttausend Serben hingeschlachtet. Eine solche Einheit war der Mühe wert, das muss man sagen. Das österreichische Kaiserreich glaubte, seine Existenz durch die südslawische Agitation bedroht. Das russische sah in ihr eine Chance für die Erweiterung seines imperialen Einflusses. Die Balkanvölker waren ja Slaven und Slaven auch die Russen. Russland, die slavische Großmacht, hatte klärlich die Pflicht, den kleinen slavischen Brüdern beizustehen. Es gehe um die slavische Sache, telegrafierte einmal mahnend der Zar an die Könige von Serbien und Bulgarien. Unsinn war natürlich auch diese behauptete Gemeinschaft. Russland hatte geschichtlich auf dem Balkan nichts zu suchen, brauchte den Balkan nicht, hatte in seinem unermesslichen Inneren genug der Aufgaben zu erfüllen, welche eine Vergeudung seiner Energien in Balkanfäden als höchst überflüssig hätten erscheinen lassen können. Die slavische Sache gab es so wenig, wie es die germanische gab. Mit den Serben hatten Russen so wenig gemein wie Deutsche mit Norwegern oder Buren. Was nützt es aber, dass wir nachträglich den Unfug beim Namen nennen. Wenn die Menschen Krach haben wollen, so werden sie Krach haben und jedes Professoren-Hirn-Gespinst wird ihnen dann als Vorwand recht sein. So standen die österreichischen Dinge gegen Ende des ersten Jahrzehnts. Leidlich, was die Wirklichkeiten des Lebens, aber gar nicht gut, was die Politik betraf. Beide Bereiche deckten sich nicht. Die Interessen des Lebens sind konkret und vernünftig, die Interessen der Politik aber nur zu oft abstrakt, fiktiv und verrückt. Im Inneren Zank und Gezettel. Ein altes, dreistes Herrschaftsvolk, das von seiner Stellung nichts ablassen wollte, die Madiaren, und ein anderes Herrschaftsvolk, die Deutschen, welche nicht mehr recht wussten, ob sie nun eigentlich Österreicher bleiben wollten oder nicht. Unruhige, unzufriedene Völker mit Wünschen, die teils Erfüllung verdienten, teils auch nicht, teils nimmermehr erfüllt werden konnten. Ukrainer, Tschechen, Südslaven, Italiener. Beschützt von einem Zeremoniell aus der spanischen Gegenreformation. Der Kaiser, ein uralter Mann, von dessen Tod man den Ausbruch letzter innerer Wirren erwartete. Militärs, die einen Krieg, wenigstens einen kleinen, für unvermeidlich und auch für günstig hielten, damit die Monarchie sich einmal wieder beweisen könnte. Leichtsinnige Diplomaten, ehrgeizige Herren der alten Schule, für welche Außenpolitik ein ritterliches Spiel war, aber ein den Krieg als äußerstes Mittel einschließendes. Im Süden, außerhalb der Monarchie, ein bedrohlich agitierender Kleinstaat, dessen Ehrgeiz in seinen Konsequenzen unleugbar den Bestand Österreichs bedrohte. Und dieser Kleinstaat, beschützt von Russland, das, nachdem es im fernen Osten von den Japanern blutig abgewiesen worden war, nach dem Balkan, wie der politisch gängige Ausdruck lautet, zurückkehrte. Denn irgendwo mußte es ja wohl seinen Einfluß ausüben und Unfug treiben. So daß hier dreifacher Unfug zusammentraf. Russischer, Großserbischer, Magyarisch-Österreichischer Hinter Österreich stand Deutschland, manchmal es antreibend, manchmal es zurückhaltend, aber jetzt nicht mehr fähig, sich von ihm zu trennen. Die Dauerkrise Während des Ersten Weltkrieges fand ein Briefwechsel zwischen den Reichskanzlern Bülow und Bethmann statt, in dem beide Politiker die Schuld an der Katastrophe einander mit der verbindlichsten Höflichkeit zuzuschieben suchten. Hier sprach Bethmann einmal von dem, was der weiter zurückliegenden Vergangenheit angehört, was mit und ohne unsere Schuld zu der großen Koalition gegen uns führte, was bei fortschreitendem Niedergang Österreichs und stetiger Erstarkung der Entente die Kräfte Deutschlands immer bedrohlicher isolierte, was uns seit dem Jahr 1905 in der Marokko-Frage, später in der bosnisch-herzegowinischen Krise, dann wiederum in der Marokko-Frage, zu einer Politik äußersten Risikos, und zwar eines, sich mit jeder Wiederholung steigernden Risikos, zwang. Man könnte es nicht wahrhaftiger sagen. Nur das mit dem Zwang ist nicht so ganz einzusehen. Deutschland hatte sich unbeliebt und gefürchtet gemacht. Das war nicht an sich eine Folge seiner wirtschaftlichen Expansion. Im Gegenteil, die brachte es in engere Verbindung mit Russland, mit England und vor allem mit Frankreich. Nie waren die Kontakte zwischen den deutschen und französischen Montanindustrien so eng wie in den letzten Jahren vor 1914. Optimistische Leute sahen darin eine Garantie für den Frieden. Eine Kriegsgefahr war es ganz bestimmt nicht. Diese kam von der Politik. Vom wirtschaftlichen Geschehen nur insofern, als industrielle Interessen mit dem Bau der deutschen Schlachtflotte zu tun hatten. Wirtschaft verbindet. Politik trennt. Politik ist Spiel des Ehrgeizes, ist Wettkampf, Bedrohung. Kannst du mich töten oder kann ich dich töten? Um diese Frage geht es unter allen Lebewesen, die unter keinem gemeinsamen Gesetz stehen und sich nicht trauen. Um sie ging es auch unter den europäischen Staaten. Es hätte nicht mehr um sie gehen sollen, natürlich nicht. Die Staaten Europas hätten sich jetzt so weit kennen, so weit eines Sinnes sein sollen, um den blinden Unsinn des Krieges auszuschließen. Es war nicht die Schuld von Industrie und Wissenschaft, dass sie es nicht taten. Es war vielmehr die Schuld alter, aus der Ritterzeit, der Machiavelli-Zeit ererbten Begriffe. Neue Faxen kamen hinzu, Gewäsch von dem Endkampf zwischen Germanen, Slaven und Galliern, vom Recht der größeren Gewalt, von der heilenden Kraft des Krieges, durch welches Demagogen und törichte Militärschriftsteller die Massen zu erregen versuchten. Der Kaiser Wilhelm stand manchmal unter seinem Einfluss, wie gerne der wankelmütige Mann auch wieder den Friedenskaiser spielte. Einmal in das politische Spiel geraten, hatte Deutschland, die neueste, bald die stärkste europäische Macht, seine Nachbarn in Angst gejagt. Es hatte nichts getan, um die Bildung des Ringes um es herum zu verhindern, bevor er sich geschlossen hatte. Überzeugt, dass es immer Herr der Situation bleiben und nicht zu wählen brauchte. Als der Ring geschlossen war, Frankreich, England, Russland, hatte es mehrfach versucht, ihn zu brechen, aber dadurch hatte es ihn nur fester gemacht. Es trumpfte auf, um zu beweisen, dass es da sei und stark sei und man nichts gegen seinen Willen tun könne. Daher die Reihenfolge der Krisen, welche Bethmann im düsteren Rückblick aufzählte. Regelmäßig ging es um nahezu belanglose Gegenstände. Regelmäßig war das Recht durchaus nicht eindeutig auf der Seite der Gegner. Regelmäßig gebrauchte Deutschland Methoden, die nach Bethmanns Ausdruck das äußerste Risiko mit einschlossen. Mit jedem Mal wurde das Risiko größer, nämlich der Krieg wahrscheinlicher. Denn die anderen würden sich dem deutschen Auftrumpfen nicht immer fügen, würden einmal glatt sich weigern nachzugeben. Dann würde Deutschland um seiner Ritter Ehre willen nicht zurückkönnen und dann würde Krieg sein. Hätten die anderen, Franzosen, Russen, moralisch auf einer höheren Stufe gestanden als die Deutschen, dann hätte es wohl Mittel gegeben, aus diesem verhexten Kreis herauszukommen. Aber sie standen nicht höher. Auch sie rechneten mit dem Krieg. Auch sie waren sicher, dass sie ihn gewinnen und nach großen Opfern große Vorteile aus ihm ziehen würden. Sie sahen es gern, dass Deutschland sich immer mehr vereinsamte und sich verrannte. Sie halfen ihm nicht heraus. Nur waren sie klug genug, die Verantwortung für das, was früher oder später ja doch kommen würde, Deutschland zu überlassen. Es würde kommen. Wer irgendwelchen Einblick hatte, Militärs, Diplomaten, Journalisten, konnte das ernsthaft nicht bezweifeln. Man hatte seit 1871 immer darauf gewartet und je länger der Friede dauerte, desto wahrscheinlicher wurde es, dass er jetzt nicht mehr lange dauern würde. In Europa war ja immer ab und an Krieg gewesen, seit dem 16. Jahrhundert, beinahe die Hälfte der Zeit. Was hatte man denn für einen Grund anzunehmen, dass es von nun an anders sein würde? Und doch wollte beinahe niemand den Krieg geradezu. Die Ausnahmen sind nicht der Rede wert. Man sprach davon als von etwas, das kommen würde, nicht als von etwas, das man tun würde. Uneingedenkter Wahrheit, dass Krieg doch nicht von alleine kommt und eine Seite ihn anfangen muss, wenn nicht alle beide. So sah man es kaum. Man erwartete eine Situation, in der er an sich unvermeidlich werden würde. Man wollte ihn einmal im günstigsten Moment und wollte ihn dann doch nicht. Man wusste nicht, was man wollte, hatte den Mut zur Klarheit nicht. Dass der Krieg, wenn er käme, anders werden würde als frühere Kriege, so viel wußte man immerhin. Zerstörungsmächtiger, teurer an Gut und Blut. Ohne davon genaue Vorstellungen zu haben, ließ man es doch gelegentlich an guten, warnenden Worten nicht fehlen. Das, was man für unvermeidlich hielt, wovon man oft mit närrischem Leichtsinn geschwatzt hatte, fürchtete man auch, und fürchtete es bis zum Entsetzen, als der so oft berufene Gast letztendlich im Ernst anpuchte. Da stemmte man sich im letzten Moment verzweifelt gegen die Tür. Da wußte man nicht, ob man öffnen solle und wolle oder nicht. Da ging dann die Tür in der Tat wie von selber auf. Nie war ein großer europäischer Krieg der Sache nach so wahrscheinlich wie in den letzten Jahren vor 1914. Die Leute wussten das auch. Jeder Bürger konnte es wissen. Trotzdem glaubten sie nicht ernsthaft daran. Der Krieg war nahe für ihren Verstand, wenn sie diesen zu gebrauchen wünschten. Er war nicht nahe für ihre Vorstellungskraft. Das kam daher, weil sie lange im Frieden gelebt und sich an ihn gewöhnt hatten, an eine solide internationale Ordnung, an Banknoten, die man überall in Gold umwechseln konnte, an Reisen ohne Pass. Würde das alles einmal plötzlich aufhören, einem unbekannten Nachtalb Platz machen? Der Lebende weiß, dass er sterben wird. Aber er glaubt nicht daran, weil er sich an das Leben gewöhnt hat und nur das Leben kennt. So ungefähr muss die Stimmung vor 1914 gewesen sein. Nachdem im Jahre 1911 Marokko noch einmal zum Gegenstand einer für Deutschland leidlich siegreichen Krise hatte gemacht werden können, brachten die kriegerischen Balkanvölker die Initiative an sich. Verbündet führten sie 1912 einen Krieg gegen die Türkei, in der sie erstaunliche Kraft bewiesen. Die Beute, die letzten Fetzen des sterbensreifen türkischen Imperiums in Europa hatten sie im Voraus verteilt. Es war alte österreichische Weisheit, dass die Monarchie nicht viel länger dauern würde als die Türkei. Beide Staatswesen waren übernational und wurden durch den Grundsatz des Nationalstaates widerlegt. Triumphierte der Balkannationalismus gegenüber der Türkei, so würde er auch gegen Österreich und in Österreich triumphieren. Der Ausgang des Ersten Balkankrieges wurde daher von den Österreichern als Niederlage empfunden. Sie versuchten, ihr den Stachel zu nehmen, indem sie durch Kriegsdrohung ein Vordringen Serbiens ans Adriatische Meer verhinderten. Die Großmächte, in London versammelt, willigten da rein. Die Serben hatten auf ihr Stück Adriaküste, Albanien, zu verzichten, welches zu einem eigenen Städtlein hergerichtet wurde. Das warf den alten Beuteverteilungsplan über den Haufen. Die Folge davon war der Zweite Balkankrieg, in dem Serben und Bulgaren sich um Mazedonien rauften und andere Balkanvölker nicht müßig blieben. Der Hauptsieger war wiederum Serbien, das beinahe verdoppelt auf der Landkarte erschien. Rumänien sowohl wie Serbien gingen stolz aus der Sache hervor. Die beiden Balkanstaaten, die an Österreich-Ungarn grenzten und die es zu beerben hofften. Das Deutsche Reich war selber ein großer Nationalstaat und fürchtete im Grunde den Nationalismus der Balkanvölker nicht. Es hätte sich wohl mit ihm einrichten können. Die Österreicher fürchteten ihn und vor allem die Madiaren, das österreichische Herrschaftsvolk. Deutschland machte Österreichs antiserbische Politik mit. Willig oder widerwillig, es hatte an sich kein Interesse daran. Wohl besaß es jetzt beträchtliche Interessen in der Türkei, wirtschaftliche sowohl wie politische. Hier stieß es direkt mit Russland zusammen, das zwar wohl oder übel bereit war, Konstantinopel im Besitz der Türkei zu lassen, das aber keiner Großmacht erlauben wollte, sich dort festzusetzen. Die deutsche Tätigkeit in der Türkei provozierte Russland direkt. Jeder provozierte jeden, aber jeder brauchte auch irgendwie jeden. Der Sorge vor der deutschen Macht hatten es die Russen mit zu verdanken, dass England ihnen Nordpersien eingeräumt hatte und überall in Asien nicht mehr stark gegen sie auftrat. Entfiel die deutsche Drohung, so musste auch das heikle und widernatürliche, beständig vom Zusammenbruch bedrohte russisch-englische Einverständnis entfallen. Der Sorge vor dem russischen Imperialismus wohl auch hatten es die Deutschen zu verdanken, wenn England sich mit ihrer Stellung in Kleinasien abfand. Im Frühsommer 1914 wurde in London ein Abkommen skizziert, welches die Fortführung der deutschen Bagdad-Bahn bis nahezu an den persischen Golf, bis Basra, erlaubte. Über solche konkreten Fragen hätte man sich wohl einigen können, im Nahen Osten wie in Afrika. Noch immer war den britischen Arbeiterparteilern und Linksliberalen, war den französischen Sozialisten das hochzivilisierte, halbdemokratische Deutschland viel lieber als der Zarismus. Noch immer gab es in Deutschland nachdenkliche Leute, die sich mit wenigstens einem der Entente-Partner zu verständigen wünschten. Reichskanzler Bethmann hätte sich in der Flottenfrage herzlich gern mit den Engländern verstanden, aber das verhinderte die Admiralität. Admiral Tirpitz wünschte eine Verständigung mit Russland, vielleicht auch mit Frankreich, aber das ging nicht wegen der Türkei, ging nicht wegen Österreich, ging nicht, weil der Generalstab seinen Zwei-Fronten-Kriegsplan nicht umwerfen konnte. Die Abneigung der deutschen Sozialdemokraten galt Russland. Der Gedanke eines Krieges mit den Westmächten erschien ihnen Wahnwitz, aber Russland war Frankreichs Verbündeter. Auch sie, die moralisch bei weitem Gesundesten, von den Lastern der Zeit am wenigsten angefochtenen, wussten keinen zuverlässigen Ausweg aus dem Zauberkreis. Aber sie waren klüger als die anderen und es gab Augenblicke, in denen sie ihrer warnenden Erkenntnis großartigen Ausdruck gaben. Gelegentlich der zweiten Marokko-Krise, in der letzten außenpolitischen Rede seiner langen, ruhmreichen Laufbahn, hatte Bebel gesagt, es kann auch kommen, wie es zwischen Japan und Russland gekommen ist. Eines Tages kann die eine Seite sagen, das kann nicht so weitergehen. Sie kann auch sagen, halt, wenn wir länger warten, dann geht es uns schlecht, dann sind wir der Schwächere statt der Stärkere, dann kommt die Katastrophe. Als dann wird in Europa der große Generalmarsch geschlagen, auf den hin 16 bis 18 Millionen Männer, die Blüten der verschiedenen Nationen, ausgerüstet mit den besten Mordwaffen gegeneinander als Feinde ins Feld rücken. Aber nach meiner Überzeugung steht hinter dem großen Generalmarsch der große Kladderadatsch. Lachen. Ja, sie haben schon manchmal darüber gelacht, aber er kommt, er ist nur vertagt. Große Heiterkeit. Er kommt nicht durch uns, er kommt durch sie selber. Sie treiben die Dinge auf die Spitze, sie stehen heute auf den Punkte, ihre eigene Staats- und Gesellschaftsform zu untergraben. Was wird die Folge sein? Hinter diesem Krieg steht der Massenbankrott, steht das Massenelend, steht die Massenarbeitslosigkeit, die große Hungersnot. Widerspruch rechts. Das wollen sie bestreiten? Zuruf von rechts. Nach jedem Krieg wird es besser.